Ich bin, wie sagt man so schön, Giga-Waxt. Ich habe AstraZeneca, ich habe BioNTech und ich habe Moderna. Die BBC-Journalistin hat bei der WHO angefragt, hat gefragt, warum haben Sie Ihre Ablehnung gegenüber Masken zu einer Empfehlung geändert? So, die Antwort war, aufgrund vom politischen Lobbyismus haben wir es geändert. Es gab keine neue Evidenz, keine neue wissenschaftliche Evidenz dafür. Wir haben einfach nur aufgrund vom politischen Lobbyismus, haben wir diese Ablehnung in eine Empfehlung geändert. Also da würde ich sagen, sehr gut, dass dieser politische Lobbyismus stattgefunden hat, weil heute können wir sehr klar beweisen, dass Masken funktionieren. Aber ich hatte auch Angst, dass viele Leute sterben. Es stimmt vorne und hinten nicht und ich probiere seit zwei Jahren, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Und trotzdem sehe ich es nirgendwo. Was sagst du zum Beispiel zu World Trade Center? Glaubst du die offizielle Version? Ja, ich bin ein Schlafschaf, was das betrifft. Ich glaube die offizielle Version und ich habe auch Gründe dafür. Du bist also der Politik dankbar und betest Frau Merkel an, dass sie da so weise entschieden hat. Ja, der fortgesetzten Merkel-Regierung unter Karl Lauterbach bin ich sehr dankbar. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, ihr wisst, diese Zeit ist eine Zeit der Spaltung, wo viele Leute einfach nicht mehr miteinander reden. Die Spaltung geht sogar bis in die Partnerschaften, bis in die Familien rein. Und deswegen ist es mir immer ganz wichtig, auch immer gesprächsbereit zu sein. Ihr seht hier auf meinem Kanal, dass ich auch immer zu Demos gehe. Und da probiere ich mich mit anderen, mit Leuten auszutauschen, die eine andere Meinung haben. Und ich sage auch immer, hey, wer eine andere Meinung hat oder wer halt einfach mit mir über ein bestimmtes Thema diskutieren möchte, der kann gerne hier auf meinen YouTube-Kanal kommen. Ich rede mit jedem. Und so hat es sich jetzt ergeben, dass ein junger Mann sich bei mir gemeldet hat, der gesagt hat, hey, lass uns mal über Corona sprechen. Und ja, also, Herr Wasserstein nennst du dich, du möchtest anonym bleiben. Willst du dich aber mal kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst und wie du sich so politisch verordnest? Ja, sehr gerne für die Frage. Also, ich bin ursprünglich aus Österreich. Ich lebe aber mittlerweile in Deutschland, schon seit einiger Zeit. Ich habe ein wenig einen Hintergrund in Mathematik und Biologie, arbeite aber zurzeit als Softwareentwickler. Und ich, ja, also politisch würde ich mich als, wahrscheinlich am ehesten als liberalen Zentristen verordnen. Aber ich habe Positionen, die ich mir von verschiedenen Parteien schon ausgesucht habe. Also es ist nie wirklich ganz eindeutig. Wie viel liberal hast du gesagt? Liberaler Zentrist, aber jetzt nicht im englischen Sprachgebrauch, wo man oft sagt, Liberals sind die Demokraten, sondern im Sinne, dass ich sehr für individuelle Rechte gerne einstehe. Also Abwehrrechte des Individuums gegenüber dem Staat, die sind mir wichtig. Ich denke, also ich bin ein großer Fan von Demokratie, also vielleicht sogar im Schweizer Muster. Da gibt es ein bisschen Debatte, ob das nicht einfach etwas besser wäre als unser parlamentarisches System. Ja, also so würde ich mich politisch jetzt einmal einordnen. Da bin ich jetzt auch bei Parteien nicht einer einzigen Partei Anhänger, sondern manchmal sagt der eine was Gute und der andere was Gutes. Du sagst, du hast biologischen Hintergrund. Kannst du das nochmal ausführen? Ja, gerne. Also ich habe eine Zeit lang mit statistischer Genetik beruflich zu tun gehabt. Aufgrund der Tatsache, dass ich ursprünglich aus der Mathematik komme, kann man da hin und wieder ein bisschen was machen. Okay, alles klar. Willst du nochmal ganz kurz sagen, wie bist du so auf mich, auf meinen YouTube-Kanal gekommen? Schaust du es einfach nur, um zu schauen, was so die andere Seite zu sagen hat? Oder wie bist du auf Großer Freiheit TV gekommen? Ja, genau. Also ich schaue sehr gerne so Sachen, was andere Leute gesagt haben, was Gunnar Kaiser gesagt hat. Ich sehe das teilweise auch recht kritisch. Also meiner Meinung nach gibt es da einiges an Missinformationen, die herumfliegt. Und ich habe dann oft das Gefühl, ich will ein bisschen mit den Leuten wirklich reden. Also ich diskutiere sehr gerne. Also ich bin nicht so, dass ich mich in irgendeine Kapsel hineingeben würde und sagen würde, ja, die Tagesschau hat das gezeigt und hier sind irgendwie die Schwurbler, mit denen kann man gar nicht reden. Sondern ich will mit den Leuten reden. Also ich bin der Meinung, durch Informationsaustausch können wir wirken, dass wir gemeinsam zum besten Ergebnis kommen. Und ich glaube auch an die Dinge, die ich sage, zu glauben. Und deswegen glaube ich, dass ich Gründe habe und die will ich darlegen. Solche Sachen. Ja, sehr schön. Genau so soll es auch sein, dass man einfach sagt, hey, du bist anderer Meinung, lass uns einfach mal austauschen. Denn im besten Fall kann jeder was lernen. Und ja, kann man nachher mal noch sagen, we agree to disagree. Und da geht es ja gerade drum. Also wie nimmst du heute so das Debattenklima wahr, so aus deiner Sicht? Ja, sehr schlecht. Also mir gefällt das gar nicht. Also mir gefällt der Umstand gar nicht, dass beide Seiten absolut überzeugt sind, dass die andere Seite komplette Vollidioten sind. Das ist immer ein Fehler. Niemand ist ein Vollidiot per se. Es gibt Leute, die sind nicht so helle. Aber in der Regel ist es so, in allen politischen Auseinandersetzungen, in jedem größeren politischen Konflikt, gibt es Meinungsführer. Und die sind eloquent und intelligent auf beiden Seiten. Und diese Vorstellung, dass alle komplette Verschwörungstheoretiker sind oder so etwas, das ist in der Regel falsch. Es gibt überzeugende Argumente, die viele andere Leute überzeugt haben. Und einfach die Leute abzutun und nicht darauf einzugehen, ist immer ein Fehler. Meinst du, eine Mailab oder ein Harald Lesch oder ein Christian Drosten würden sich mit Mahnungsführer von der anderen Seite unterhalten? Teilweise. Mailab geht in so kontroverse Fernsehgespräche teilweise hinein. Und dann diskutiert sie mit dem Streeck oder so, ob die Darstellung vom Streeck korrekt ist, über seinen Paper. Christian Drosten fällt mir jetzt nicht ein, dass der so gerne diskutiert. Nur hättest Herrn Streeck, okay, über Herrn Streeck können wir uns nachher nochmal unterhalten. Ja, ja. Würde sich ein Mailab mit einem Herrn Wodak unterhalten oder mit einem Sukharit Bhakti? Denke nicht. Denke nicht. Die sind ja dann zu weit draußen. Da gibt es immer dieses Spiel mit Legitimität, dass halt alle Menschen, die in den Medien sind und die wirklich Macht haben wollen, gerne spielen. Und ich persönlich muss dieses Spiel ja nicht spielen. Deswegen würde ich mich mit den beiden Herren natürlich auch unterhalten, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Aber jemand wie Mailab spielt dieses Spiel natürlich zu einem gewissen Grad. und Drosten, der antwortet halt so ein bisschen auf seinen Podcast. Also dann so, ja und dann haben diese Leute da so und so behauptet und hier ist mein Argument. Das passiert schon. Aber er geht halt nie namentlich wirklich auf die Leute ein. Oder zumindest fällt es mir nicht ein jetzt spontan. Und vielleicht ist es vorgekommen. Aber was bei ihm schon vorkommt, ist, er liest sich Argumente durch und versucht auch teilweise darauf zu antworten. Wie gut er es macht, das ist dann natürlich jetzt Argumentationsfrage. Das ist jetzt nicht so offensichtlich. Aber natürlich geht er nicht irgendwie in einen offenen Diskurs mit Kritikern. Und wer war die dritte Person, die du mich gefragt hast? Der Harald Lesch. Also ich sehe jetzt, der Harald Lesch, der ist ja jetzt nicht derjenige, der dafür bekannt ist. Also Harald Lesch kommt mir immer etwas populistisch vor, ganz allgemein. Also da, aber ich schaue auch nicht so viel vom Harald Lesch, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe halt von den Sachen, die ich mitbekommen habe, ich will ihn jetzt nicht aufs Schärfste kritisieren, aber ich habe auch andere Meinungsverschiedenheiten mit ihm. Also ja, aber insgesamt würde ich sagen, ja, zu einem kleinen Grad gehen Sie auf andere Argumente ein. Aber wirklich den offenen Diskurs, den ich mir selbst wünschen würde, hören Sie nicht. Das ist zu einem gewissen Grad auch normal. Also es gibt immer diese Abwägung, die eine öffentliche Medienperson hat, mit wie viel Legitimität will ich verlieren, indem ich mit jemandem, der einen niedrigen Status hat, diskutiere. Das ist ja ganz normal. Also wenn du mit jemandem kämpfen musst, der eigentlich schwach ist in einer sozialen Hierarchie, dann ist das ab einem gewissen Grad schlecht für deinen eigenen Status. Und Medienfiguren existieren auf so einer Status-Hierarchie, die bei der Legitimität irgendwie wichtig ist, denke ich. Aber jetzt zum Beispiel, ich meine, wenn man mal was Status angeht, natürlich haben die alle, sind irgendwie in ihrer ARD-ZDF-Bubble und werden halt immer in den Leitmedien hin und her gereicht, solche Leute wie Drosten und so und gehen dann überall Interviews. Aber grundsätzlich, ja, zum Beispiel, wenn ich das in Hamburg sehe, hier in Hamburg, ich meine, ich würde mal sagen, ich habe eine online, wenn ich das so sehe, habe ich eine teilweise, also eine ähnliche, wenn nicht sogar eine teilweise größere Reichweite als die Hamburger Morgenpost. Und trotzdem gibt mir zum Beispiel einen Herr Schmidt-Schanazit oder eine Frau Addo, die hier so die Experten aus Hamburg sind, die geben mir kein Interview. Die haben dann immer keine Zeit, aber ich sehe sie trotzdem immer überall woanders Interviews geben. Also, was sagst du dazu? Oder auch, auch wenn ich zum Beispiel, ich habe ja, ich weiß nicht, wie weit du all meine Videos kennst, ich habe ja zum Beispiel Interviews mit Ricarda Lang oder Katja Kipping geführt, wenn ich die alle offiziell angefragt hätte und gesagt hätte, hey, ich habe da eine andere Meinung, ich habe den und den YouTube-Kanal, wenn die sich niemals mit mir unterhalten. Was sagst du dazu, dass da einfach von dieser Seite keine Diskursbereitschaft stattfindet, wenn sie einfach wissen, dass jemand eine komplett andere Meinung hat? Ja, also, ich denke, da ist jetzt ein bisschen das implizite Gleichsetzen von Status und Reichweite drinnen gewesen in deiner Darstellung. Reichweite ist natürlich ein Mittel zum Status, du hast viele Zuschauer, aber... Wer vergibt den Status? Aber per se gibt es so etwas wie, wie soll man sagen, es gibt eine soziale Oberschicht in Deutschland, die hat mehr Macht und es gibt eine intellektuell soziale Oberschicht in Deutschland, die hat noch einmal diesproportional mehr Macht. Und deine Hierarchie innerhalb derer ist jetzt noch nicht so hoch, also ohne dich jetzt beleidigen zu wollen. Deine Meinungen zurzeit bewegen nicht das Ruder der Regierungen. Und in dieser Hierarchie, glaube ich, ist es halt ein bisschen ein anderes Spiel. Und die Leute, die dort sind, wissen, ja, wenn ich mich mit Große Freiheit TV unterhalten würde, dann gibt es eine gute Chance, dass ich von den anderen Leuten in dieser Hierarchie negativ gesehen werde, aus verschiedenen Gründen, und deswegen mache ich das nicht. Das ist wahrscheinlich die Hauptmotivation dahinter, meiner Meinung nach. Da kann man jetzt drüber diskutieren. Es gibt auch andere. Also manche Leute sind wahrscheinlich wirklich so, dass sie diese deontologisch-moralische Vorstellung haben. Ja, es gibt Leute, die verbreiten Missinformation, das sind Schwurbler, und mit diesen Leuten zu reden würde dazu führen, dass man ihnen eine Plattform gibt. Aber ich denke, es ist eher das Erste als das Zweite. Ja, für mich ist es halt eher so dieses Overton-Fenster. Man sagt hier, das und das sind die sagbaren Meinungen. Dann wird dann so Drosten und Streeck dargestellt, als wäre das der große Virologenstreit. Dabei sind beide irgendwie Pharma-Lobbyisten und Po-Impfung und solche Leute, die dann ein bisschen abweichend sind, wie zum Beispiel John Ioannidis, der weltweit meist zitierte Wissenschaftler ist, der auch der weltweit einflussreichste Epidemiologe ist. So einer wird dann halt in den Medien, weil er halt einfach eine andere Meinung ist und gesagt hat von Anfang an, die Lockdowns machen gar keinen Sinn. Wir sind dabei, hier die größten Fehler überhaupt zu machen. Solche Leute, die werden dann halt nicht erwähnt und auch nicht eingeladen. Ja, John Ioannidis hat eine Menge Sachen gesagt. Also das ist ja lustig, eher als Person. Also du hast recht, John Ioannidis ist ein extrem einflussreicher Epidemiologe. Aber das Problem ist, er ist, soweit ich weiß, nicht jemand, der wirklich über Ausweitung von Infektionskrankheiten publiziert hat. Als Epidemiologe hat er nicht über die Ausweitung von Infektionskrankheiten publiziert. Ja, es gibt ja viele Formen von Epidemiologie. Also und wenn du jetzt so etwas wie das Coronavirus in seiner Ausbreitung beschreiben willst, brauchst du eigentlich nicht einen Mediziner, also jemanden, der einen medizinischen Hintergrund hat, sondern meistens brauchst du jemanden mit einem Hintergrund in Mathematik oder Physik. Und die Epidemiologen, die jetzt wirklich hohe Zitierungen haben und Ausbreitungen beschreiben, so Leute wie die Leute am Imperial College, die haben eigentlich einen relativ tiefen Hintergrund in Physik. Und ich habe einige Papers von Ioannidis gelesen. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass er die wichtigen statistischen und mathematischen Probleme gut versteht, die man berücksichtigen muss, wenn man Schätzungen aufstellt über das Coronavirus. Und er hat verschiedene Schätzungen aufgestellt. Das Klassiker daran ist die sogenannte Infektionssterblichkeitsrate, die hat er geschätzt. Und seine Schätzungen gehen halt weit auseinander mit den Schätzungen, die andere Epidemiologen, die halt mehr statistische und mathematische Kompetenz gefunden haben. Okay, da lass uns über die Prognosen, lass uns gleich mal darauf eingehen, lass uns mal bei dem Thema Diskurs bleiben. Aber wenn ich sage, John Ioannidis ist einer der Top 10 Wissenschaftler bei aller Disziplinen der Welt, hat sozusagen ein wissenschaftliches Ranking, was wissenschaftliche Publikationen angeht, ist da eigentlich so in der Top-Riege weltweit. Und er hat zu Anfang an dieses Paper oder hat diesen Artikel geschrieben, wir sind dabei hier, den größten Fehler überhaupt zu machen. Ja, ja. Dann würde ich mir erwarten, oder dann würde ich erwarten, von den Leitmedien, die sich vor allem auch die Öffentlich-Rechtlichen in den Auftrag haben, objektiv zu berichten, alle Seiten darzustellen. Dann würde ich erwarten, dass man wenigstens diesen Mann erwähnt. Und wenn ich bei ARD ZDF nach John Ioannidis google, finde ich, ich habe es mal letztes Jahr irgendwann gemacht, finde ich, einen einzigen Beitrag von der Anstalt, die ihn aufs Korn genommen haben. So nach dem Motto, oh, er hat mal 10.000 Euro von irgendwelchen Waffenherstellern bekommen oder so. Ja. Das ist für mich halt, und da mauert meine Hypothese, dass einfach dieses oberen Fenster in den Leitmedien halt sehr eng ist, dass da nur, ja, in einem, Norm Chonsky hat das so schön gesagt, man hat ein kleines Fenster von Meinung und da sieht das aus, als würde da ganz wild diskutiert werden. Aber die Leute, die nicht in diesem Fenster drin sind, die sagen, Lockdown bringt überhaupt nichts, Impfung bringt überhaupt nichts, die auch, egal was sie für ein Ansehen haben und wie renommiert sie vorher waren, die sind nicht in diesem Fenster mit drin, die werden einfach nicht, die werden entweder diffamiert, totgeschwägen oder halt einfach nicht eingeladen. Ja, also es stimmt natürlich, dass es eine gewisse Ablehnung dagegen gibt, gewisse Meinungen aufzunehmen. Aber man muss auch dazu sagen, also das ist meiner Meinung nach wichtig, Ioannidis, ja, ist ein einflussreicher Wissenschaftler oder sehr einflussreicher Wissenschaftler, aber das sind auch Außenseiterpositionen, die er vertritt unter den Wissenschaftlern. Also ist diese Abwägung natürlich nicht so offensichtlich Ablehnung. Aber nochmal, nochmal, stopp, stopp, stopp. Wir sind, wir sind, John Ioannidis hat im März 2020, bevor der Lockdown kam oder im März, April 2020, ganz zu Anfang hat er diesen Artikel verfasst. Wenn du sagst Außenseiterpositionen, wenn du sagst Außenseiterpositionen, dann impliziert das ja, dass du sagst, es gibt eine wissenschaftliche Mehrheit und die wissenschaftliche Mehrheit hat Recht und jeder, der eine andere Meinung hat, darf da nicht zugehört werden. Wie kann denn da zu Anfang schon eine wissenschaftliche Mehrheit, wie kann man sich da schon zu Anfang auf irgendwas geeinigt haben? Also es kann natürlich auch am Anfang schon eine Mehrheit zu einem Thema geben, die kann es von der ersten Sekunde angeben und im Thema Corona hat sich ja die Mehrheitsmeinung verändert. Ganz, ganz am Anfang waren die meisten Leute überzeugt, das ist nicht sonderlich gefährlich. Ich habe, einige Freunde von mir sind Ärzte, ich habe damals mit denen geredet und ihre Meinung war eigentlich uniform, ja, das ist harmlos. Ich habe damals so geschaut, ja, was sind denn die epidemiologischen Parameter von Interesse, wie die Reproduktionszahl und die damaligen Schätzungen der Infektionssterblichkeit, da gab es zwei und ich war zumindest sehr stark verunsichert und ich war mir nicht sicher, warum die Meinung sich nicht ändert. Und danach, nach einer relativ kurzen Zeit, waren eigentlich die meisten Forscher, die Epidemiologie oder Virologie betreiben, der Meinung, ja, das ist schon ein Problem. Und du konntest das einfach live verfolgen. Also ich habe eine Menge von denen auf Twitter gefolgt und die Meinungsänderungen, die die hatten. Also es war einfach schon so, die Leute haben sich langsam davon überzeugt, dass eine Proposition war es und nicht die andere. Und das war schon auch die klare Mehrheit in den relevanten Feldern. Natürlich gibt es dann noch immer Leute wie den Jornidis, die nicht mitgezogen haben damals. Aber das heißt nicht, dass er nicht eine Außenseiterposition war. Und gleichzeitig heißt es auch nicht, dass jemand wie ALT Außenseiterpositionen das gleiche Gewicht geben muss. Jetzt hast du gefragt, ja, wie kommt es, dass da kein einziger Artikel drüber ist? Ja, das ist natürlich jetzt eine Abwägungsfrage. Wahrscheinlich hätte man den auch aufnehmen sollen, in den Stimmenkanon, der vorhanden ist, meiner Meinung nach. Aber die perfekte Abwägung, da zu treffen, ist jetzt auch nicht so leicht, glaube ich, vor allem in der Krisenlage. So, eine Frage. Meinst du, dass du da vielleicht, 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 woher willst du wissen, dass es da eine Übereinkunft in der Wissenschaft gab? Vielleicht hat das nur in den Medien oder bei Twitter, in deiner Twitter-Blase so ausgesehen. Und ich meine, Wissenschaft ist doch, da geht es auch nicht um Mehrheit, es geht überhaupt nicht um Mehrheit, es geht um wissenschaftliche Evidenz. So, und da, da interessiert nicht, wie viele jetzt da irgendeine Meinung sind. Da sagt man, okay, es gibt die und die Positionen und jeder, wie Karl Popper schon gesagt hat, Wissenschaft ist halt so von wegen, man stellt Hypothesen auf, man falsifiziert sie und ja, wer die Hypothesen, ja, Wissenschaft ist organisiertes Zweiter und wer aufhört, diese Hypothesen anzuzweifeln, der steigt aus dem wissenschaftlichen Spiel aus. Ja, also das sind jetzt mehrere Sachen, also kann ich jetzt felsenfest beweisen, ab wann es Mehrheiten oder so etwas gab, zu jedem Zeitpunkt. Das ist ein bisschen schwierig jetzt wegen der historischen Datenlage das herauszuholen. Ich weiß auf jeden Fall, wenn man jetzt eine Umfrage macht, dann gibt es klare Mehrheiten, glaube ich, für Mainstream-Positionen. Aber die andere Frage ist jetzt, hat die Mehrheit immer recht in der Wissenschaft? Nein. Wenn Jonny das ein gutes Gegenargument hat, dann wäre es wichtig, dass dieses Gegenargument durchgeht und de facto haben wir genau das gesehen, weil ganz am Anfang war die, also zumindest die von mir wahrgenommenen Mehrheit, Epidemiologen nicht der Meinung, dass Corona gefährlich ist und was passiert ist, dass Imperial College unter Ferguson, dem mathematischen Modellierer, der einen Hintergrund in Physik hat, hat einen Haufen Berichte herausgegeben, die technisch sauber gearbeitet waren und hat einfach die Gegenstimmen in der Fachliteratur so hart verprügelt, wie ich es in meiner Lebenszeit noch nie bei einer Sachfrage gesehen habe. Es gab einen Haufen Zweifler und die sind einfach drüber gefahren wie ein schrecklicher Panzer. Und ja, klar, genau das ist passiert. Die Mehrheit wurde argumentativ vernichtet und danach hat sie sich verändert. Okay, bevor wir über Ferguson eingehen, also du meinst, es herrscht in der Wissenschaft, herrscht eine rege Diskussion und die Mehrheit war, die Mehrheit der Wissenschaft hat dem, also du meinst, es gibt da, es wird da diskutiert und das, was wir jetzt in den Medien sehen, ist das, was in der Wissenschaft dann sozusagen der Arbeitekonsens ist, wo man sagt, da hat man darüber diskutiert und das, was wir sehen, ist dann sozusagen der wissenschaftlichen Debatte. Ich würde sagen, also zumindest bei einigen Grundpunkten, wie zum Beispiel den Grundpunkt, Corona ist sehr ansteckend und vergleichsweise letal. Dieser Grundpunkt zum Beispiel. Das war am Anfang quasi so eine Frage, wie ansteckend ist es wirklich, wie letal ist es wirklich, kann man das wissen und so weiter. Diese Grundpunkte, die wurden einfach abgearbeitet und die wurden adressiert durch ein breites Arsenal an Studiendesigns. Und die Wissenschaft ist da nicht leichtfertig einfach irgendwie zu einem Konsens gekommen, sondern da gab es schon wirklich belastbare Evidenzen in eine Richtung und nicht in die andere. Okay. Was ich sagen wollte, kennst du Stefan Willig von der Charité in Berlin? Nicht, nein. Stefan Willig würdest du sagen oder wen hältst du in Deutschland für den führenden Corona-Experten? Corona-Experten? Für Corona-Viren ist es Christian Trosten. Aber das ist, glaube ich, nicht die wichtigste Frage, wer der größte Experte für Corona-Viren ist, sondern die interessanteste Frage für mich wäre wahrscheinlich, wer ist in Deutschland am ehesten derjenige, der richtige politische Maßnahmen-Empfehlungen abgeben kann. Und das ist eben kein Virologe, sondern wahrscheinlich ein Modellierer. Am ehesten würde ich da sagen, Michael Mayer-Hermann vielleicht. Aber ich habe da jetzt auch nicht so... Ein Modellierer. Ein Modellierer ist also ein Epidemiologe. Stefan Willig ist der... Christian Dossen ist der Virologe in der Charité in Berlin. Wenn man sagt, die Charité ist ein hoch angesehenes Institut in Deutschland, wo halt viele Experten sitzen, dann müssen wir ja denken, wenn ein neuer Virus rauskommt, dann fragt man nicht die Virologie in Berlin an der Charité, sondern die Epidemiologie. Ja, korrekt. Ja. Weißt du, was Stefan Willig von Anfang an gesagt hat? Das ist der Chef-Epidemiologe von der Charité, der Kollege von Christian Drosten. Ja, weißt du das? Ey, ich weiß es nicht. Sag es mal. Der hat zu Anfang an gesagt, hat schon im März 2020 hat er sich gegen den Lockdown ausgesprochen und im November hat er so... Im November hat er vor einer Belastung des Gesundheitssystems durch den Lockdown gewarnt und hat immer von Anfang an auch den Inzidenzwert hart kritisiert. Hat also von Anfang an gesagt, das ist absoluter Unsinn, was wir machen und er wurde... Du gibst... Man findet kaum irgendwelche Artikel über ihn. Ja, hat er das in der Fachliteratur getan? Weil ich... Da ist er mir nicht aufgefallen zumindest. So, und da ist halt auch die Frage. So, meiner Meinung nach... Also, ich lese natürlich... Für mich ist es halt... Ich als YouTuber, ich schaue mir natürlich eher das an, was in den Medien immer geschrieben wird. Ich schaue mir natürlich auch viele Studien an, aber ich denke mal, du bist auch als Informatiker oder als Programmierer, schaust du dir nicht alle Fachjournals an, schaust du dir nicht an, was da überall genau publiziert wird. Das müsste man jetzt überprüfen, was du gesagt hast. Aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt... Darf ich mal kurz... Wenn ich jetzt ein Tagesschau-Journalist bin und sage, ich möchte über Corona berichten, dann würde ich ja anstatt Herrn Drosten zur Ausbreitung des Coronavirus, dann würde ich den Chef-Epidemiologen von der Charité befragen, weil er halt der Experte in Deutschland dafür ist. Naja, oder ich würde einfach schauen, wer gibt denn am ehesten die Meinung wieder, die die meisten Epidemiologen haben, weil das ist ja vielleicht eine bessere Metrik als eine... Das weiß man doch. Im März 2020... Wenn du sagst, die Meinung der Epidemiologen lässt sich anhand der Publikationen feststellen. Im März 2020 gab es noch gar keine Publikation zur Ausbreitung von SARS-CoV-2. Doch, gab es eine Menge. Oder zumindest gab es zum Beispiel die Reports vom Imperial College oder sowas. Also, da gibt es mehrere Sachen... Imperial College reden wir gleich drüber, aber da ist... Ja, 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 nein, aber... Wir sind doch einig, bis ein Paper veröffentlicht wird, dauert das, bis das peer-reviewed ist... Oh ja, das stimmt. Ja, okay. Das heißt also, wenn ein neuartiges Virus in Wuhan erst auftaucht im Dezember, bis darüber publiziert wird, das dauert erstmal ein bisschen. Ja, also... Also, da gibt es zwei Sachen. Erstens einmal gibt es Preprints, eine Menge. Also, Leute, die sich davor schon Gedanken machen, bevor sie durch das Peer-Review gehen. Natürlich addiert das Peer-Review dann noch zusätzliche Qualität und verhindert, dass fehlerhafte Papers herauskommen, aber jedoch sind die meisten von diesen Preprints jetzt nicht großartig anders, als dann später publizierte Papers tatsächlich. Aber das sollte ein Journalist meiner Meinung nach gar nicht erst machen. Die meisten Journalisten sind wahrscheinlich nicht in der Lage, die Fachliteratur selber auszuwerten, aus verschiedenen Gründen. Niemand hat alle Dinge gemeistert in seinem Leben. Da muss man sich auch nicht hineinlesen, die Dinge. Aber, wenn jetzt die, wegen dem Konsens, also, Sie dürften zum Beispiel einen hochzitierten Epidemiologen gerne fragen, den du genennst, ich habe mir jetzt gerade den Namen wieder nicht eingefallen, Stefan Willig, ja, den könnten Sie ruhig fragen. Da gibt es eine ganz einfache Weise, wie man das macht. Man ruft einfach einen zufälligen Epidemiologen an und wenn man einen zufälligen anruft, dann hat man eine höhere Chance, die Mainstream-Meinung zu bekommen und ich schätze, das haben halt sehr viele von denen gemacht. Die haben halt meistens Virologen angerufen, weil Virus, Virologe, oh, großartig und danach haben einige auch irgendwelche Epidemiologen angerufen an den Universitäten, wer auch immer sich halt da auch ein bisschen in den Mittelpunkt gedrängt, hat, wie der Herr Kekulé zum Beispiel. Solche Leute, die rufen man an und meistens kriegen die Journalisten dann ungefähr was mit. Also, dieser Typ hat mir XYZ gesagt, der andere hat mir YZX gesagt und nur der eine hat ABCF gesagt, ja, bleiben wir bei dem, was eher die zwei, drei anderen gesagt haben oder sowas. Das ist, glaube ich, so der Entscheidungsprozess, vor dem die Journalisten stehen. Kommt aber auch auf den Journalisten an. Also, wir haben vorher über Mailab geredet, Mailab ist durchaus in der Lage, selber die Fachliteratur zu lesen und das hat sie auch bewiesen. Meiner Meinung nach ziemlich gut in der Corona-Krise. Meinst du, Mailab ist in der Lage, unabhängig zu berichten, wenn ihr Mann bei einem Pharmakonzern da Vorstand, Vorstand oder Aufsicht, ist da ein hohes Tier bei, ich glaube, Merck oder so. Ja, ja, das habe ich irgendwo gelesen. Meinst du, sie hat da vielleicht persönliche Interessenkonflikte? Ja, Interessenskonflikte sind möglich. Allerdings halte ich es für Mailab für nicht so wahrscheinlich, weil bei Mailab hatte ich immer den Eindruck, dass sie inhaltlich sehr stark argumentiert, also dass sie vertraut ist mit den Argumenten. Also das wirkt für mich nicht, wie jemand... Finde ich überhaupt nicht. Ja, also... Der leugnet das Coronavirus. Alleine eine Wissenschaftlerin zu sagen, jemand, der eine andere Meinung hat, leugnet etwas, wo ich sage... Ja, aber das ist ja nicht... Das ist dumm. Das ist einfach nur dumm. Ja, aber das ist ja nicht der argumentative Hauptpunkt. So hat sie immer argumentiert. So hat sie bei Bhakti, hat sie gesagt, oh, hier irgendwie, sie hat auf Carrie... Carrie Mullis, der Erfinder des PCR-Tests, da hat sie gesagt, da hat sie gesagt, der leugnet hier den, der leugnet HIV, ist HIV-Leugner. Und ich sage, eine Wissenschaftlerin, die den Begriff Leugner für jemanden benutzt, der eine wissenschaftliche andere Meinung hat, da disqualifiziert sich diese Person gleich als Propagandawissenschaft. Ach, also da würde ich jetzt nicht zu viel drauf geben, ob du was gerade gesagt hast, weil Carrie Mullis... Also, ich rate allen Leuten, die zuhören, sich eine Biografie von einem Typen durchzulesen. Ja, hast du dir... Also Wahnsinn beschreibt das gar nicht. Wahnsinn beschreibt das gar nicht, sage ich mal so. Aber das ist jetzt neben der Sache, weil ich meinte jetzt nicht ihre Argumentationsweise im Umgang... Hast du die Carrie Mullis durchgelesen? Nein, das habe ich nicht gelesen. Ich habe nur... Sehr gutes Buch. Eigentlich mein Lieblingsbuch. Aber er ist ein sehr seltsamer Mann, oder? Das würdest du auch sagen. Bitte? Aber ein sehr seltsamer Mann. Ja, aber er ist Wissenschaftler, wie er im Buche steht. Er sagt, hey, ich komme zu einer anderen Meinung. Die Meinung wird unterdrückt. Er redet gerade darüber, wie Wissenschaft unterdrückt wird, wie halt einfach abweichende Meinungen schon immer nicht in der Wissenschaft durchkommen. Und da hat übrigens auch John Ionides in seinem meist zitierten Paper drüber geschrieben. Insofern, Wissenschaft... Ja, da... Man muss halt immer nur schauen, wie mit Kritikern umgegangen wird. Da muss man halt... Ja, aber mit Kritikern wird es auch umgegangen. Ob die Wissenschaftler tatsächlich ihre Profession ernst nehmen oder nicht. Ja, mit Kritikern wird immer harsch umgegangen. Damit muss man leben, glaube ich. Aber jetzt prinzipiell, ich meinte jetzt nicht Ihre Art, über andere Leute zu reden oder so was, die kann unmöglich sein. Ich meinte jetzt einfach Ihre Herangehensweise, wie sie Epidemiologie erklärt. Also ich meinte zum Beispiel, sie hat dieses Gleichnis mit dem Käse gemacht über die Maßnahmen und so etwas und das zeigt mir einfach, sie hat ein akkurates, probabilistisches Verständnis davon, wie Maßnahmen wirken im Gegensatz zu einer Binärvorstellung, dass Maßnahmen entweder wirken oder nicht wirken und so weiter. Und das durchzieht halt sehr viel von ihrer Arbeit. Sie hat eine Sichtweise auf die Welt, die ähnlich ist wie die von einem professionellen Epidemiologen und deswegen kann sie viele Inhalte gut erklären. Und jetzt kannst du sagen, ja, sie war jetzt irgendwie gemein zu mir oder sie hat den Malis einfach so abgetan, aber die Tatsache ist halt, der Malis war halt, er hatte, er hat den PCR-Test erfunden oder beziehungsweise er hatte die Idee für den PCR-Test und das Labor, wo er gearbeitet hat, hat ihn dann umgesetzt, weil er selber ein sehr erratischer Mensch war und die Arbeit hat nicht durchziehen konnte. Aber das ist schon in Ordnung. Also es gibt diese Köpfe in der Wissenschaft, die sind extrem kreativ, extrem intelligent, wie der Malis, aber die sind auch erratisch. Aber nochmal, nochmal, hältst du es für, hältst du es für eine feine Art als eine funkbezahlte Chemikantin, also sie ist ja promovierte Chemikantin, die Interessenkonflikte hat, dass sie einen Nobelpreisträger, auf dessen Grundlage gerade eine Pandemie stattfindet, auf der Grundlage seiner Erfindung findet gerade diese Pandemie statt, ihn halt einfach so nach dem Motto so hinzustellen, er ist ein durchgeknallter HIV-Leugner, so ohne auf seine Argumente einzugehen. Findest du das in Ordnung, so als Teammitte? Ein Nobelpreisträger. Zu dem Zeitpunkt hat er keine Argumente mehr gebracht. Die wichtigsten Erfindungen in der Chemie oder in der Medizin. Ja, zu dem Zeitpunkt hat er keine Argumente mehr gebracht, weil Malis ist 2019 gestorben. Ja, er wäre heute der größte Corona-Kritiker, er wäre heute der größte Corona-Kritiker. Ja, das glaube ich schon, aber egal, was für eine Krankheit, du musst schon auch sehen, egal, welche Krankheit gekommen wäre, egal wie, er hätte sie geleuchtet. Das ist halt so sein Default. Nö, 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 nö. Doch, doch, doch. Nein, das ist auch nicht. Lies mal. Also alle viralbedingten. Ich kann dir nur raten, wie gesagt, dieses Buch ist auch nicht teuer, kostet, glaube ich, 15 Euro oder so, ist super, super gut. Es geht halt einfach, kann ich dir nur empfehlen, ist super, also sehr kurzweilig, also sehr unterhaltsam und man lernt so viel über Wissenschaftlichkeit, über, er schreibt auch viel, so wie sich die Wissenschaftlichkeit entwickelt hat, was er so alles für Erfahrungen gemacht hat und so weiter. Sehr, sehr spannend, kann ich nur sagen. Lies es dir gerne mal durch. Kann ich nur empfehlen. Ja, aber würdest du sagen, glaubst du, dass Malice so die Mainstream-Meinung vertritt? Dass zum Beispiel, Johannes, den du vorher zitiert hast, ähnlicher Meinung war, wie Malice über PCR-Tests? Also, nee, Malice war ein Wissenschaftler, wie er im Buch steht, dass er einfach seinen eigenen Kopf hat, natürlich ein Freak ohne Ende ist, aber einer, der sagt, hey, mir geht es halt um Beweise. Mir geht es um Wissenschaftlerbeweise. Ja, aber wie weiß ich jetzt, Janitz damals, also ich würde sagen, nein, oder? Also Janitz würde auch sagen, PCR-Tests funktionieren. Das würde eigentlich fast jeder sagen. Da gibt es wenige Leute, die nicht so sind. Malice war halt einer von denen. Na, Malice sagt, sein PCR-Test funktioniert nicht. Nein, er sagt, PCR-Tests sind zum Virusnachweis, in dem Sinn nicht geeignet. Und das war zum Beispiel nicht die Meinung von Janitz. Das gibt es als Außenseiter-Position, aber das ist jetzt schon wirklich eine Außenseiter-Position. Wenn du sozusagen noch nie was von Stefan Willig gehört hast, von dem Epidemiologen der Charité in Berlin und so und alleine dadurch, dass das der Chef-Epidemiologe von der Charité in Berlin ist, sollte er schon eigentlich ein wissenschaftliches Schwergewicht sein, Sonst würde er nicht sitzen. Ja, also ich meine, ich kenne jetzt wirklich nicht jeden Forscher. Ich habe halt während der Corona-Pandemie einige Papers gelesen über das Thema, aber ich bin jetzt auch kein Virologe oder Epidemiologe selber. Das heißt, ich werde jetzt nicht für mich selbst den Anspruch stellen, dass ich alles überblickt habe dabei. Und die, sollte ich auf den gekommen sein? Nein, ich glaube nicht. Also die Frage ist halt, hat der jetzt irgendwelche einflussreichen Papers veröffentlicht zum Thema Corona? Also ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe zum Beispiel den Streeck habe ich mitbekommen. Der hat seine Heinsberg-Studie veröffentlicht. Dann habe ich die Studie des Münchner Tropeninstituts mitbekommen. Solche Sachen, die halt versucht haben festzumachen, wie gefährlich das Virus wirklich ist. Und dann habe ich auch mitbekommen, ja, in Deutschland hat man eigentlich nicht so viele Seroprävalenzstudien gemacht. Die wurden eher im Ausland gemacht. Aber also, naja, ich glaube nicht, dass ich auf den hätte unbedingt kommen sollen jetzt. Okay, meinst du, du bist vielleicht auch nicht auf ihn gekommen, weil er die falsche Meinung hatte? Kann sein, aber ich meine, hat er was publiziert über das Thema? Ich weiß es jetzt nicht. Nein, aber auch unabhängig davon, ich gehe mal davon aus, dass er was publiziert hat, aber auch wenn nicht, sollte ja jeder Journalist, wenn er sagt, hey, wir interessieren uns dafür, wie sie jetzt die Prognosen für Corona sind, wie sich das Virus ausbreitet und so, dann sollte man ja sich an den, ja, an den renommiertesten Epidemiologen in Deutschland wenden. Und das ist ja offenbar, die Charité ist ein wichtiges Institut und da ist Herr Willig dann ja auch, sollte ja auch eigentlich der beste Ansprechpartner für das Thema sein. Also, ja, du solltest dich halt an Epidemiologen wenden. Wenn du draufkommst, ja, okay, dieser hochzitierte Epidemiologe, der hat eher eine Minderheitenposition, dann solltest du nicht den die ganze Zeit zitieren. Und die Vorstellung ist... Aber du kommst jetzt wieder mit Minderheitenposition. Ja, das ist ja einer. Aber das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im März 2020 schon irgendwie einen wissenschaftlichen Konsens gab oder so. Naja, es gab eine Mehrheit, oder? Meiner Meinung nach, wie gesagt, wissenschaftlich Konsens interessiert überhaupt nicht. Wenn ein einziger ankommt und sagt, hey, ich habe viel bessere Argumente, da muss man auf den eingehen. Ja, das ist ja faktisch. Hat er die gefragt? Ist da irgendwas in der Literatur? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe die Argumente nicht gesehen. Vielleicht sind die ja wunderbar. Auf jeden Fall sind sie nicht an mich herangekommen bisher. Und ich habe eigentlich einige von den Studien, die in Deutschland publiziert wurden, verfolgt, aber natürlich nicht alle, weil über Corona wurden zehntausende Studien publiziert. Niemand, kein einziger Verstand hat alle von denen aufgenommen. Aber ich habe es jetzt nicht mitbekommen, dass der dieses Argument gebracht hat. Also wenn du sagst, ja, in der Wissenschaft sind die Mehrheiten egal, hier sind die spezifischen Argumente, dann wäre meine Frage endlich, ja, was ist denn das spezifische Argument von dir? Weil ich kann, einfach aufgrund seiner Status ist ja auch egal. Ich kann nur sagen, er hat, er hat halt einfach, was ich gerade gesagt habe, hat er schon im März 2020 gegen den Lockdown ausgesprochen und, ja, war halt einfach eine andere Meinung. Ob er das publiziert hat, kann ich nicht sagen, aber das ist natürlich auch die Frage. Hat er jetzt die Argumente, jetzt unabhängig von Publikationen, ich meine, waren seine Argumente so stark fertig? Die habe ich ja auch nicht gehört. Ja, ich habe kein wissenschaftliches Paper von ihm gesehen, er hat nur gesagt, so Lockdowns haben mehr Nebenwirkungen als das hier nützen. Hat er es irgendwie gezeigt können? Also, ich meine, ich kann jetzt sagen, aber wenn, wenn ein, letztendlich, wenn ein, wenn der Epidemiologe der Charité das sagt, dann, man hat Thorsten die ganze Zeit im Interview den Virologen, der sich Viren im Labor anschaut, dann, aber was die Verbreitung der Viren angeht, da fragt man lieber den Virologen als den Epidemiologen und den Epidemiologen, wo, meiner Meinung nach, fragt man den Epidemiologen einfach nicht, weil er nicht ins Narrativ passt, weil er nicht sagt, das ist ein Killer-Virus und wir sollen jetzt alles runterfahren und uns verstecken. Ja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich weiß, der Michael Mayer-Hermann hat brav publiziert über Reproduktionszahlen in Deutschland, hat einen alternativen Ansatz zur Schätzung der Reproduktionszahl zum RKI-GG publiziert, der meiner Meinung nach sehr viel besser kontrolliert hat für verschiedene Störfaktoren, die dabei auftreten können. Also da kann man jetzt sagen, da weiß ich genau, was der gemacht hat, weil ich ihn verfolgt habe und der war jetzt auch nicht so unglaublich medienpräsent per se, aber der war halt pro Maßnahmen und ich kann mich einfach an seine Profilierung und seine Argumente gut erinnern. Ich kann mich an die Argumente von Bakhti erinnern, ich kann mich an die Argumente von Streeck erinnern, ich kann mich an die Argumente von Wodag erinnern. Ich habe die gelesen, zu dem Ausmaß, dass sie was publiziert haben, war es sehr, sehr mager, ich glaube gar nichts, aber vielleicht gibt es ein Paper, ich habe auf jeden Fall einen Haufen Interviews mit ihnen gesehen, ich habe gesehen, was die Gegenseite zu argumentieren hat und ich habe das halt eher schwach gefunden. Okay, aber meinst du, meinst du, dass wenn ein, meinst du, dass in wissenschaftlichen Publikationen auch Gemstimmen genauso oft vertreten sind, wie die, die das Narrativ stützen? In Publikationen, naja, die häufigeren Papers sind der Meinung, also die häufigeren Meinung in der Literatur ist, also zumindest von meinem Eindruck, das ist jetzt schwer komplett zu quantifizieren, aber Corona ist real und gefährlich. Sagt dir der Name Ines Kapstein was? Nein. Ines Kapstein ist eine Virologin, Epidemiologin und Mikrobiologin aus, ich glaube, Regensburg, irgendwo aus Bayern oder so kommt sie. Sie hat in einer Zeitschrift für Krankenhaushygiene hat sie einfach hingegangen und hat überprüft, was hat die, was hat Masken, was hat, was haben Masken für eine Evidenz? Was sagen da, was sagt da die nationalen und internationalen Gesundheitsbehörden? Ja. Sie ist einfach hingegangen, hat in einem Paper, wo es sogar wissenschaftlich, also wo es so Ärztefortbildung Punkte für gab. Ja. Das heißt, das war ein Peer-Reviewed Paper in einem wissenschaftlichen Publikation. Was meinst du, wie viele deutsche Medien über diese Publikation geschrieben haben? Ach, nicht viele, glaube ich. Warum nicht? Ja, in den meisten Publikationen wird fast nichts geschrieben. Hast du die Publikation von Michael Mayer-Hermann mitbekommen? Aber da ist doch, da ist doch, würden die Leitmedien, ich meine, wir sind 2020, mussten überall Masken getragen werden, überall hieß es von wegen aha, aber da kommt eine Studie, die nimmt halt genau diese Frage und kommt zu einem Schluss, die nicht die normale Meinung ist. Okay? Genau. Ich kann dir ein Beispiel geben, wo das von den Medien sehr gut aufgegriffen wurde, bei der dänischen Maskenstudie. Ja. Die dänische Maskenstudie, da war irgendwie ein Versuch, ein randomisiertes, kontrollierten Versuch zu machen, ob Masken funktionieren und da hat man zwei Studienarme gehabt, einer mit jeweils 6000 Leuten, glaube ich, diese Größenordnung und im einen hat man empfohlen, Masken zu nehmen und im anderen nicht und dann ist man zum Schluss gekommen, ja, man kann keinen statistisch signifikanten Effekt der Masken messen. So, diese dänische Maskenstudie, die war in den deutschen Medien schon deutlich vertreten, ich kann mich da auch erinnern. Erstmal, weißt du, dass diese Studie, es hat monatelang gedauert, bis die erstmal ein Paper, ein Fachmagazin gefunden haben, wo die ihr Paper veröffentlichen konnten. Ja, aber das ist normal. Fast jede Studie, da braucht Monate, bis der Türen kommt. Ich habe irgendwo, dass die Studien, dass die Studienersteller schon gesagt haben, hey, das ist überhaupt nicht normal. Offenbar haben die ganzen, haben alle wissenschaftlichen, also Verleger dieser Zeitschriften haben Angst, dem, ja, die sind... Nein, das Problem ist, die Studie war sehr schwach. Es war halt eine schlechte Studie. Und wenn du willst, können wir die inhaltlichen Schwächen da durchgehen. Ich habe mir die Studie nicht ganz genau angeschaut. Ja, ich habe sie damals gezielt gelesen. Das war aber, die war extrem medienwirksam. Das war auf jeden Fall der Fall. Die gab es in unseren Medien, in den deutschsprachigen und in den internationalen Medien auch. Und dann später wurden viel, viel mächtigere Studien gemacht. Zum Beispiel die randomisierte, kontrollierte Studie in Bangladesch, wo man wirklich auf einem großen Level verschiedenen Dörfern und Städten und Gemeinden randomisiert vorgeschlagen hat, Masken zu verwenden und danach die Inzidenzen gemessen hat. Und dann ist man draufgekommen, ja, die Masken funktionieren und das ist die extremste randomisierte, kontrollierte Studie, von der ich jemals gehört habe. Das ist randomisierte Politik. Vollkommen krass. Und es funktioniert. Die Masken funktionieren. Also die eine Seite hat ja noch recht. Beim Thema Masken, die WHO hat von Anfang an, hat die bei ihren MPIs, Non-Phymarchical Interventions, hat die gesagt, die Masken bringen nichts. Ja, hat nun recht. Bitte? Hat nun recht. Es gibt mittlerweile Experimente, aber noch mal, warte, 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 warte. Darf ich den Punkt ausführen? Die WHO hat, der Anfang der Pandemie hat gesagt, die wissenschaftliche, die wissenschaftliche Evidenz sieht dafür ganz schlecht aus. Wir empfehlen keine Masken, haben davon abgeraten, haben aber nachher umgeschwenkt. Genauso wie Drosten. Drosten hat auch zu Anfang gesagt, so von wegen, hey, Masken bringen nichts, die wissenschaftliche Evidenz sieht schlecht aus, Masken bringen nichts. Und hat die WHO und Drosten nachher umgeschwenkt. Kennst du deren Argumente, warum sie umgeschwenkt haben? Ich weiß die Argumente nicht, aber ich weiß, warum es sinnvoll war, umzuschwenken. Okay, okay. Die WHO wurde offiziell von einer BBC-Journalistin gefragt, hat der Daily Mail drüber geschrieben und die BBC-Journalistin hat es gepittert. Ich habe es verifiziert. Ja, was war die Gründe? So. Die BBC-Journalistin hat bei der WHO angefragt, hat gefragt, warum haben Sie Ihre Ablehnung gegenüber Masken zu einer Empfehlung geändert? So. Die Antwort war, aufgrund von politischem Lobbyismus haben wir es geändert. Es gab keine neue Evidenz, keine neue wissenschaftliche Evidenz dafür. Wir haben einfach nur aufgrund von politischem Lobbyismus haben wir diese Ablehnung in einer Empfehlung geändert. Also da würde ich sagen, sehr gut, dass dieser politische Lobbyismus stattgefunden hat, weil heute können wir sehr klar beweisen, dass Masken funktionieren. der Grund dafür ist, okay, okay, okay. Also du wolltest dir über die Argumente reden, oder? Also ich glaube, ich glaube es zwar nicht wirklich, dass das der tatsächliche Grund war damals bei der WHO, aber du kannst es vielleicht mit deiner Quelle belegen. Aber würdest du mitgehen, dass Masken funktionieren oder nicht? Das ist absolut keine Evidenz. Doch, also zum Beispiel in Bangladesch hat man Folgendes gemacht. Auf dem Level der Gemeinden hat man zufällig gemeinten. Okay, warte, 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 stopp, 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 Herr Wasserstein, Herr Wasserstein. Ja? Bevor wir auf irgendwelche randomisierten Propaganda-Maskenstudien eingehen. Das ist keine Propaganda. Okay, stopp, 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 stopp. Also es ist einfach eine faszinierende Geschichte. Stopp, 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 stopp. Unglaublich, dass Leute das nicht hören wollen. Stopp, 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 stopp. Also ich glaube, ich glaube wirklich, wir gehen, wir gehen, wir gehen, nochmal ein Argument, warte, stopp, 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 stopp. Ja? Was sollten wir besprechen? Wir sind im Jahr 2020, wo es keine randomisierten Studien aus Bangladesch gab. Es gab andere Studien. Im 2020 kann ich mich erinnern, welche Studien leider es gab. Warte, 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 stopp, 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 stopp. Evidenzbasierte Medizin geht darum, wir sind, wir schauen, wie die Evidenz zu bestimmten Maßnahmen aussehen und handeln danach. Ja, genau. Und was gab es im Frühjahr 20-Jährigen? No, 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 warte, stopp, 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 stopp. Und wie gesagt, wenn die WHO ihre Ablehnung gegenüber Masken ändert in einer Empfehlung und sie wird von der BBC offiziell gefragt, gab es eine neue Evidenz? Und sie sagen, nein. Ja, also ich vermute, der Hauptgrund dafür war, sie hatten eine Reihe von älteren Studien angeschaut, die Übertragung von anderen Atemwegserkrankungen betrachtet haben und den Zusammenhang mit medizinischen Masken in dem Fall. Und da gab es einige. Es gab zum Beispiel Studien über die Übertragung von SARS-1. Okay, warte. Das ist aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Nein, nein, Masken interessieren mich überhaupt nicht. Ja, aber mich interessieren Masken. Masken funktionieren. Mich interessieren Masken überhaupt nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Also das ist wirklich einer der wichtigsten Takeaways. Wir hatten noch nie so gute Evidenz für irgendetwas. Masken sind eine, und es ist erstaunlich, dass man das überhaupt messen kann. Aber die Sache damals, die WHO konnte natürlich nicht auf einen gigantischen Studienkorpus über SARS-CoV-2 zurückgreifen, weil welche Maßnahmen bei SARS-CoV-2 funktionieren werden, war zu der Zeitpunkt noch nicht sicher. Sie wussten, die Krankheit ist letal. Weißt du, was Drosten gesagt hat? Warum auch immer Masken getragen werden müssen? Warum er dann auch umgeschwenkt ist? Drosten hat verschiedene Sachen gesagt. Also er hat dann vor allem gesagt, ja, der Fremdschutz funktioniert wahrscheinlich. Und hatte er mechanistische Überlegungen zum Teil. Er war nicht hundertprozentig überzeugt. Ich kann mich damals erinnern, im Coronavirus-Podcast war Drosten so, ja, also da müssen die Argumente noch irgendwie besser sein. Also die Evidenz ist jetzt nicht eindeutig. Zu dem Zeitpunkt war allerdings die Evidenz bei anderen Atemwegserkrankungen schon relativ gut. Und wir haben jetzt keinen klaren Grund gehabt, zu sagen, ja, Corona ist anders. Deswegen war es wichtig, in die Richtung zu entscheiden, meiner Meinung nach. Okay, aber nochmal. Du sagst, bei anderen Atemwegserkrankungen war die Evidenz bezüglich Masken klar. Nicht hundertprozentig eindeutig, aber wir hatten etwas durchwachsene Evidenz. Es war nichts, wie wir es jetzt haben. Okay, nochmal. Wenn die Evidenz klar war und Herr Drosten Anfang 2020 klar gesagt hat in meinem Interview, da sieht die Evidenz sehr schlecht für aus, Masken bringen nichts. Und er hat nachher... Für welche Frage genau? Der hat gefragt, ob Masken sinnvoll sind. Ob Masken sinnvoll sind, hat man ihn gefragt. Kann ich dir alles belegen? Ja, ja. Ich weiß, dass es damals verschiedene Aussagen zu Masken gab. Aber ich weiß auch, ich habe damals die Literatur durchgelesen über Masken auf verschiedene Weisen. Ich habe das auch auf Twitter, bin ich in verschiedene Kämpfe mit Epidemiologen damals geraten, die gesagt haben, dass Masken nichts bringt. Drosten habe ich auch angeschrieben. Es war einfach Blödsinn überwiegend mit der Evidenz, die wir damals hatten. War es noch immer so, wir hatten Evidenz dafür, dass die Partikelanzahl reduziert wird, dass der Radius reduziert wird, dass Transmission weniger wahrscheinlich war in verschiedenen natürlichen Experimenten. All das war damals schon da. Das war klar. Und die Leute haben sich dann das begonnen durchzulesen und danach haben sie ihre Meinungen geändert. Das ist ja nicht die große Hexerei. Aber das Ganze ist jetzt im Nachhinein meiner Meinung nach komplett irrelevant, weil im Nachhinein wissen wir einfach, dass es funktioniert. Und das heißt, das ist ein herrlicher Test für die Vorhersagekapazität von zwei politischen Lagern. Die einen haben mehr oder weniger gesagt, entweder, ja, wir wissen nicht, dass es existiert, funktioniert und es funktioniert nicht. Und die anderen haben gesagt, ja, wir wissen nicht, ob es funktioniert, aber wir sollten es probieren. Oder sie haben gesagt, es funktioniert. Und die eine Seite hat recht und die andere Unrecht. Okay. Aber nochmal, um es aufzuklären, Herr Drosten hat bei Twitter geschrieben, so von wegen, Masken sollten wir tragen, damit die Pandemie sichtbar wird. Ja, das ist halt ein schlechtes Argument. Aber das ändert ja nichts an der Faktion. So hat er argumentiert. So hat er argumentiert. Ja, ist ein schlechtes Argument. Weißt du, was er gesagt hat, warum man keine Maskenpflicht einführen soll? Was hat er gesagt? Also, er hat damals im Coronavirus-Podcast einmal gesagt, vielleicht wäre es sinnvoll, aber es wäre in Deutschland kulturell nicht möglich, sowas zu machen. Ist das ein gutes Argument? So, nein, aber... Herr Drosten ist jetzt nicht die argumentative Kanone. Wenn ich sehe, dass die WHO offiziell sagt, dass sie ihre Empfehlung oder ihren Standpunkt... Also, und das ist halt für mich... Ich bin halt auch einer. Ich bin halt einer, der sich ganz genau die Zahlen, Daten, Fakten anschaut, auch die Studienlagen anschaut, evidenzbasiert sich das anschaut. Und wenn ich sehe, dass die WHO sagt, wir ändern unseren Standpunkt zu Masken, nicht aufgrund von wissenschaftlicher Evidenz, sondern aufgrund von politischem Lobbyismus, dann ist das für mich sehr merkwürdig. Und wenn ich genau das Gleiche bei Drosten sehe, dann hat das schon einen komischen Nachgeschmack. Ja, aber... Kann ich abwenden? Ja, ganz klar. Also, ich meine, es war eine Pandemie, eine riesige Krise. Es gibt natürlich in so einer Situation sehr viele fragwürdige Argumente auf egal welcher Seite und sehr viele fragwürdige Entscheidungen. Aber der Umstand, dass es diese fragwürdigen Argumente gibt, ich werde jetzt nicht gerade stehen für die Gesamtheit aller Epidemiologen, die jemals irgendwas gesagt haben. Kann ich auch nicht, weil natürlich eine Menge Leute reden, eine Menge Schwachsinn. Was mich interessiert ist, was es tatsächlich war, zum Beispiel bei der Frage Masken. Und bei der Frage Masken haben wir relativ eindeutige Evidenz. Genauso bei der Frage Lockdowns, genauso bei der Frage, und das ist die wichtigste Frage von allen in der ganzen Pandemie, ist das Coronavirus ein gefährliches Virus oder ist das nur eine Grippe oder sowas? Und die Antwort ist, ja, das ist einfach ein sehr gefährliches Virus. Und wenn du willst, können wir wirklich auf die Argumente eingehen, dass es gefährlich ist. So, warte. Bevor wir auf Corona, auf Gefährlichkeit und so weiter eingehen. Es gibt zum Beispiel bei der Oxford University gibt es das Oxford-Zentrum für... Ja, kenne ich. Wollen wir über Argumente von denen reden? Sehr gerne. Genau. Kennst du Carl Hannigan und Thomas Jefferson? Ja. So, die sind im Zentrum für evidenzbasierte Medizin. Ja, ja, ja. Die haben immer im, wie heißt das, diese, diese, diese... Die hatten ein Paper-Webseite, die sie laufend evaluiert haben und geupdatet haben und dabei neue Schätzungen rausgegeben haben über die Gefährlichkeit des Coronavirus. Ich habe das damals... Wir haben gesagt, Carl Hannigan und Tom Jefferson sozusagen die Schwergewichter sind, was die evidenzbasierte Medizin angeht. Und die haben gesagt, es herrscht ein völliges Desinteresse bei den Regierungen, eine evidenzbasierte Medizin zu verfolgen. Genau das Gleiche hat auch die Zeit, hat ein Interview mit Jürgen Windeler gehabt vom... Da sagt die Zeit selbst, das ist das wichtigste Zentrum für evidenzbasierte Medizin vom IQWIG-Moment, das heißt, habe ich gerade mal gegoogelt, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Und der hat auch gesagt, es besteht kein Interesse bei der Politik, ihre Maßnahmen irgendwie wissenschaftlich zu untermauern. Und das ist für mich alles, was ich gerade mit WHO, mit Herrn Drosten gesagt habe, jetzt mit Hannigan und Jefferson und Herrn Windeler, das ist für mich ein Hinweis drauf, dass es hier nicht um Gesundheit geht, sondern nur um Politik. Weil sonst würde man darauf achten, dass man seine Maßnahmen evidenzmäßig untermauert. Und das hat man nicht. Ja, also das ist ja eine gute Frage. Also wie gut war denn die Evidenz des Centers for Evidence-Based Medicine? Weißt du, wie sie geschätzt haben, wie letal das Coronavirus ist? Ja, dann lass uns doch mal... Willst du es wissen? Ich habe mir vom Imperial College das angeschaut. Imperial College hat... Nein, nein, nein. Aber willst du es wissen beim Evidenz? Also ich würde das jetzt gern sagen, weil dieses Center, das war einfach, sie haben die Fallsterblichkeiten genommen, wo du nicht weißt, wie groß die Dunkelziffer ist. Vor allem ganz am Anfang der Pandemie hast du keine Ahnung, wie groß die Dunkelziffer ist. Und haben die Niedrigste genommen und gesagt, ja, vielleicht gibt es eine Dunkelziffer und haben es mit einem Faktor 2 multipliziert. Und das war dann ihre Evidenz-basierte Schätzung. Nee, nee, Moment, Moment. Erstmal, ich habe mir deren... Doch, ich habe mir ein paar Paper von denen angeschaut auch, aber ich habe mir vor allem halt einfach deren Interviews und deren Artikel angeschaut. Die haben, wie heißt das? Standard oder so. Es gibt diese... Wie heißt diese Zeitschrift? Die mit dem roten Logo, die auch jetzt sehr auflagenstark geworden ist in Corona-Zeiten, die relativ Corona-kritisch war. Egal. Auf jeden Fall, da haben sie ein paar Artikel veröffentlicht, haben da auch so eine Reihe gehabt. Und da habe ich mir alles angeschaut, was die da so geschrieben haben. Und die sind einfach hingegangen und haben geschaut, hey, genauso wie Ines Kapstein das gemacht hat, die ist einfach hingegangen, mit welchen Studien belegen die Gesundheitsbehörden weltweit ihre Maßnahmen. Und da haben wir einfach gesagt, die Evidenz von diesen Studien ist sehr, sehr, sehr schwach. Darauf lässt sich keine Politik machen. Ja, darüber können wir ja diskutieren. So, dann lassen wir uns mal ganz vorne anfangen. Würdest du sagen, das Center für Oxford, also für Evidence-Based Medicine in Oxford hat gute Schätzungen der Infektionssterblichkeit von Corona in Europa gemacht, oder nicht? Lass uns, was die Schätzung von Corona angeht. Ja, willst du antworten auf die Frage? Einfach nur, glaubst du, sie haben gute Schätzungen gemacht oder nicht? Meteorologisch saubere Schätzungen? Also, ich habe Hennigan und Jefferson nicht da so wahrgenommen, dass sie Schätzungen gemacht haben. Das sind keine Epidemiologen. Die sind Experten. Doch, sie haben eine Schätzung gemacht in dem Sinne, wie ein Statistiker eine Schätzung macht. Die haben Fallsterblichkeiten herangezogen. Ja, okay, aber das meiner Meinung nach vielleicht einfach nur, um so einen Double-Check zu machen. Also, ich habe deren Paper nicht, kann ich zu der Qualität deren Paper nicht sagen. Ich kann nur sagen, wenn das Ortsfalk Center für Evidence-Based Medicine, wenn die sagen, hey, es gibt ein völliges Desinteresse, da evidenzbasierte Medizin zu machen, oder Jürgen Windeler, der sogar von der Zeit als der renommierteste Experte für evidenzbasierte Medizin, wenn die sagen, hey, man macht keine Anstrengung, da irgendwas evidenzbasiert zu untermauern, dann passt das für mich ins Narrativ, dass ich einfach auch sehe, dass es da nicht um Gesundheit geht, sondern dass da Politik nur gemacht wird. Ja, aber das ist ja in tausend verschiedenen Facetten von allen Seiten passiert. Also, du kannst zum Beispiel den Johanni des Hernehmens, den du vorher zitiert hast. Er hat ein Paper veröffentlicht, das relativ berühmt ist, über die Infektionssterblichkeit von Corona. Und in dem Paper kommt halt auf irgendeinen niedrigen Wert, der jetzt nicht konkurrent ist mit den meisten anderen Schätzungen in der Fachliteratur. Das sei mal so. Aber in dem Paper zum Beispiel nimmt er eine andere Schätzung in der Fachliteratur her, die von Gideon Majarowicz-Katz. Und dann schreibt er so, ja, diese Schätzung hat besonders schlechte Qualität. Das liegt vielleicht daran, dass derjenige, der Autor dieser Schätzung noch nicht viele Papers veröffentlicht hat und so komplett unsachliche Beleidigungen in einem Fachjournal eigentlich. Also, normalerweise würde es das niemals sagen, dass der andere deswegen schlecht ist, weil er XY ist. Das gibt es einfach nicht. In der Wissenschaftszehle eigentlich. Was hat John Ionidas gemacht? Ionidas hat gesagt, das Paper von dem anderen ist schlecht wahrscheinlich, weil der Typ wenig Erfahrung in Epidemiologie hat oder so was. Also nicht stimmt, der hat auch schon publiziert gehabt. Aber das ist halt einfach, das ist halt so richtig unter jeder Sau. Das ist kein Argument. Da bin ich beide, dass das kein Argument ist. Aber schau, ich könnte jetzt tausend solche Sachen aufzählen. Aber lass uns doch mal, lass uns dann auf irgendwelche. Ich gebe wirklich viel lieber auf Argumente ein, die tatsächlich sind. Ist Corona gefährlich? Ist es ansteckend? Bringen Maßnahmen was? Das sind die Sachen, über die ich lieber rede, als hat irgendwer gesagt, sagt es meine Großmutter in 500 Jahren xy. Was andere Leute sagen, ist nicht so wichtig. Wir sind jetzt, Herr Wasserstein, wir haben jetzt eine, ich wollte eigentlich damit anfangen, dass wir halt einfach sehen, wie sehr wir den, du hast ja offenbar ein Vertrauen in die Wissenschaftlichkeit. Du denkst ja, deine Meinung ist ja, dass da wissenschaftlich diskutiert wird und dass da wirklich das, was wissenschaftlich da... Naja, ich würde es so sagen. Ich würde es so sagen. Ich habe kein wirkliches Vertrauen in die Wissenschaftlichkeit. Ich kenne relativ viele Metastudien über die Kompetenzen von Wissenschaftlern. Es gibt zum Beispiel Studien darüber, wie gut sind Wissenschaftler, die jetzt schon einen Publikationsrekord haben, darin statistische Argumente auszuwerten. Da werden zu Kenngrößen hergenommen, wie ein P-Wert und die Interpretation eines P-Werts wird abgefragt. Und dann kann immer ein überraschend großer Stand, Anteil von den Wissenschaftlern, selbst in den harten Wissenschaften, also Chemie, Physik und Mathematik im Wesentlichen, den nicht korrekt interpretieren. Und das gibt es in verschiedenen Deklinationen. Das heißt, also ich wäre niemals überrascht, dass viele Wissenschaftler oder dass du viele Beispiele bringen kannst, wo Wissenschaftler Blödsinn reden, wo sie inkompetent sind, wo sie Unsinn sagen, wo sie unsachliche Argumente bringen. Wie zum Beispiel, ich habe dir vor Trosten zitiert, wie er extrem unsachlich und meiner Meinung nach schlecht gegen Masken argumentiert hat. Das ist einfach so passiert. Und niemand ist Experte überall. Niemand spricht wie der Papst andauernd Ex-Kathetra. Das ist einfach ein eher langweiliges Argument. Was mich interessiert ist, wie die Welt wirklich aussieht und ich versuche, das herauszufinden. Und natürlich haben wir da die Wissenschaft als Werkzeug, aber die Wissenschaft im Sinne von, es gibt gute und schlechte empirische Methoden, es gibt gute und schlechte Argumente. Und ich persönlich gehe gerne auf die Argumente ein, evaluiere die selber für mich und versuche herauszufinden, was stimmt. Und einfach so zu sagen, ja, irgendein wichtiger Mensch hat das und das, das interessiert mich nicht so. Ich versuche herauszufinden, was wirklich wahr ist, weil Menschen sind Menschen. Menschen machen Millionen für Fehlern, das ist mir vollkommen klar. Okay. Ja, dann lass uns doch einfach mal, also wir sehen offenbar den wissenschaftlichen Diskurs anders. Ich halte das alles für ziemlich korrupt und ich sehe, dass das politisiert ist ohne Ende. Das ist hier offenbar anders. Ja, aber von der anderen Seite. Aber lass uns halt einfach mal, lass uns mal anfangen mit dem Imperial College, was eigentlich sozusagen zu Anfang stand, deren Prognosen von Nile Ferguson. Ja, der große Nile Ferguson. Imperial College, Prognosen, muss man dazu sagen, das sind Prognosen unter Annahmen von gewisser Effektivität von Maßnahmen oder Nicht-Effektivität von Maßnahmen beziehungsweise dem Weglassen von Maßnahmen. die meisten unter der Annahme von wir machen nichts, was passiert. Wenn du sagst, wir würden nichts machen, was passiert und dann machst du was, dann wird natürlich die Prognose nicht eintreten. Okay. Weißt du, wie der Track Record von Nile Ferguson war? Bei welcher Pandemie? Ich habe mir das mal rausgeschrieben, Schweinegrippe, Vogelgrippe und noch irgendwie... Ich kenne den Take zum Beispiel, dass er... Also Nile Ferguson, insgesamt hat er sehr durchwachsene Sachen. Also er hat einige Sachen sehr richtig gesagt, wie zum Beispiel, er hat richtig geschätzt, wie schnell sich die Schweinegrippe ausbreitet, hat eine schlechte Schätzung über die Letalität der Schweinegrippe gemacht dabei. Danach hat er über bei den... Wie ist sie? Die Kreuzfeld-Jakobs-Krankheit, also Rinderwahn, hat er eine Annahme gemacht, dass der Rinderwahn übertragbar ist und diese Annahme zu einem Ausmaß zwischen verschiedenen Tierspezies, die es nicht war und hat dann eine zu hohe Letalität projiziert. Dann, was gab es noch? Er war derjenige, der richtig klassifiziert hat als einziger und ursprünglich dass das MERS, das Middle Eastern Respiratory Syndrome von Kamelen kommt oder Trometan. Dann waren es Trometare. Auf jeden Fall, der hat das aufgrund von phylogenetischer Analyse gemacht. Dazu waren die meisten anderen einfach nicht in der Lage. Also der hat gute und schlechte Sachen gemacht in seinem Leben. Ich würde aber nicht sagen, ja, der hat diesen Track Record. Das bringt überhaupt nichts. Gehen wir auf die spezifischen Argumente ein. Nein, aber wenn ich als Politiker sage, okay, hey, da ist dieses Imperial College Schnee Ferguson kommt an und sagt, wenn wir jetzt keinen Lockdown machen, da gab es ja seinen Lockdown, da heißt er, wird er von den englischen Medien... Professor Lockdown. Ja, Professor Lockdown. Ich muss meinen Appetit bei Erfeindungen machen. Wenn wir keinen Lockdown machen, haben wir, ich glaube, zwei Millionen Tote in den USA und 500.000 Tote in London. Jetzt bist du erst eine Million gestorben, sorry. Bitte? Bist du erst eine Million gestorben in den Vereinigten Staaten? Aber was hat er gesagt? Zwei Millionen USA und... Ohne Lockdown, ohne Maßnahmen. Ohne Maßnahmen, genau. Jetzt haben wir Maßnahmen gemacht und jetzt ist eine Million gestorben trotzdem. Okay, Moment. Und was er auch gesagt hat, also er hat gesagt, da und da werden so und so viele Leute sterben, wenn wir keinen Lockdown machen. Darauf hat sich auch das Robert-Koch-Institut bezogen. Das war sozusagen das Paper überhaupt, wo weltweit alle danach, weltweit alle Länder sich darauf bezogen haben und deswegen ihre Lockdown oder ihre Corona-Politik. Naja, wenn wir keine Maßnahmen machen. Und die genaue Effektivität der Maßnahmen hat er versucht zu schätzen. Ich kann mich an das erste Paper erinnern in dem Report. Das habe ich relativ genau gelesen mit so einem Mixed-Effekt-Model. Er hat versucht, die Effektivität der Maßnahmen zu schätzen. Aber das ist natürlich den kombinierten Effekt rauszukriegen, ist gar nicht zu einfach. Damals, da gab es eine hohe Schätzung für die Lockdown-Effektivität. Und spätere Papers von Ihnen und anderen Teams haben das ein bisschen differenzierter betrachtet. Die haben dann nämlich, also Lockdown ist nämlich kein klar definierter epidemischer Begriff. Lockdown sind verschiedene Formen von Kontakteinschränkung und mit verschiedener Stärke. Also ich kann sagen, ein Lockdown ist so etwas wie eine Stay-at-home-Order. Wenn du es so definierst, ist mittlerweile die Evidenz nicht mehr so stark, dass das ein wichtiger Effekt ist. Aber Kontaktbeschränkungen insgesamt haben schon sehr starke Effekte. Okay. Also du bist aber mit mir einer Meinung, dass man weltweit aufgrund dieses Papers Lockdowns gemacht hat. Dass man gesagt hat, hey... Was meinst du mit Lockdown? Bitte? Was meinst du mit Lockdown? Ja, dass man in Deutschland gesagt hat, hey, wir schließen jetzt alle Bars, alle Restaurants, wir, ja, wir sagen den Leuten, wir empfehlen ihnen, sie sollen zu Hause bleiben. Man hat aufgrund von diesem und einigen anderen Papers, von anderen Teams auch, Kontaktbeschränkungen. Er war sozusagen, er war wichtig, er war wichtig, Aber man hat Kontakt. Aber das war nicht nur dieses Paper, sondern es gab ein viel wichtigeres Paper von ihm. Aber das ist leider jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten. Okay. Aber nochmal. Das ist das wichtigste Paper, nämlich war das frühe Paper über die Letalität des Coronavirus. Er war der Erste, der es ordentlich rausgekriegt hat. Und mit erstaunlichen Präzision. Mein Argument ist ja, wenn ich Politiker bin und sage, hey, ich weiß jetzt nicht, wer Recht hat, ob das jetzt so schlimm wird, dann würde ich hingehen und schauen, dieser Nile Ferguson, wie genau lag er denn, wie genau waren seine Schätzungen bei den anderen Pandemien, bei den Schlimmbeeren, bei Schweinegrippe, Vogelgrippe usw. Ist es da tatsächlich so schlimm gekommen, wie er prophezeit hatte? Nein. Da wollte ich eigentlich mal ein Video zu machen, habe es aber nicht gemacht, weil ich gedacht habe, eigentlich weiß ja jeder, dass das Luke im Betrug ist. Da habe ich mir das angeschaut. Und ich habe bei... Aber ich weiß auch die Gründe. Du fällst mir dauernd ins Wort. Sorry. So. Es waren bei fünf wichtigen Pandemien, Vogelgrippe, Schweinegrippe, Kreuzfeld, Jakob und keine Ahnung, du müsstest nochmal genau nachschauen, lag er eben mal um mindestens den Faktor fünf daneben. Nein, was war bei Ebola zum Beispiel? Ja, da lag er, also keine Ahnung, ich weiß es bei Ebola. Aber auf jeden Fall lag er... Bei Ebola gab es eine Diskussion und Ferguson hat gesagt... Naja, okay, aber nochmal. Pass auf, pass auf. Eine Menge Leute hatten Angst bei Ebola und Ferguson hat gesagt, nein, die Reproduktionszahl von Ebola ist zu niedrig, das ist nicht gefährlich. Er hat ein theoretisches, mathematisches Verständnis von dem Problem gehabt und gesagt, das ist nicht gefährlich. Also das ist nicht so offensichtlich, dass er immer falsch lag. Aber du musst halt wirklich auf die tatsächlichen Argumente eingehen. Weil ich weiß nämlich auch, welche Fehler er gemacht hat bei den früheren Schätzungen. Und die Art der Fehler, die er gemacht hat, hat er dann im späteren nicht mehr so gemacht. Eine Katze, die gebissen wurde, ist scheu geworden. Naja, okay, aber wenn ich sehe, wenn ich sehe, dass er nachweislich bei den letzten fünf großen Pandemien der letzten, was war es, irgendwie 15, 20 Jahre jedes Mal katastrophal daneben lag, dann würde ich mal sagen, ich schaue mir vielleicht nochmal andere an. Wir hatten ja keine großen Pandemien in den letzten 20 Jahren. Ja, Vogelgrippe, Schweinegrippe, kennst du nicht? Schweinegrippe kannst du vielleicht definieren. Aber die Sache ist nicht. Aber Schweinegrippe kennst du, kennst du, Weißt du, warum die Schweinegrippe nicht so schlimm ausgefallen ist dann? Bitte? Also das hat ja nicht nur er geglaubt, dass die Schweinegrippe schlimm ist. Weißt du, warum sie nicht so schlimm ausgefallen ist? Warum sie nicht so schlimm ausgefallen ist? Ja, wie die Leute geglaubt haben. Weil sie wahrscheinlich nicht so wild getestet haben, weil sie einfach gesagt haben, hey, wir drehen jetzt nicht so durch. Da haben sie nicht geschafft, den Leuten Angst zu machen. Naja, was damals gemacht wurde, ist, man hat sehr viele Tierversuche gemacht mit der Schweinegrippe. Und in den Tieren war die Schweinegrippe sehr, sehr virulent. Und man hatte erste Anzeichen bei jungen Erwachsenen, dass sie auch ziemlich virulent ist. Und wenn bei Jungen es virulent ist, ist es normalerweise bei Alten auch virulent. Aber natürlich kannst du es nicht auslisten. Du kannst nicht die Grippe hernehmen und alte Leute damit anstecken. Das heißt, man musste ja auf dieser unvollständigen Faktenlage ein wenig extrapolieren, was wird denn bei alten Leuten passieren. Aber bei alten Leuten ist es so, die haben noch gelebt, wie eine ähnliche Grippevariante im Umlauf war, wie die der Schweinegrippe und hatten deswegen eine Restimmunität dagegen. Und deswegen sind die Projektionen daneben gegangen. Es gab also einen sehr klaren Grund, warum sie daneben gegangen sind, der einfach bei Corona am Anfang nicht da war. Weil bei Corona hatten wir bessere Datenlage. Okay. Kennst du den Film Profiteure der Angst von Arte? Ich habe ihn nicht gesehen. Meine Empfehlung, schau dir, lest dir das Buch von Carrie Merlis durch und Profiteure der Angst. Das ist eigentlich so die Standard-Doku sozusagen in der alternative Medien-Szene, weil letztendlich sieht man genau das Gleiche, was wir jetzt sehen. Alle haben Angst gemacht, ohne Ende den Medien haben wir gesagt, Schweinegrippe, ganz, ganz schlimm. Wir müssen hier euch alle impfen und bla, bla, bla. Aber was ist passiert? Es ist dann letztendlich nichts passiert. Natürlich kannst du jetzt fragen, dein Argument ist, weil sie dann irgendwelche TX-Rente gemacht haben und bla, bla, bla. Meiner Meinung nach einfach, da gibt es ja auch Dokumente. Es ist nichts passiert und man hat aufgehört. Das ist passiert damals. Und man hat danach herausgefunden, was nichts passiert ist. Man hat einfach meiner Meinung nach, weißt du, weißt du, was der damalige WHO-Chef gesagt hat? Warte mal ganz kurz, ich schaue es mal nach. Der WHO-Chef hat sinngemäß gesagt, schade, dass die Schweinegrippe, damit wir den Leuten nicht Angst gemacht haben, wir hätten eigentlich, die Schweinegrippe hätten wir dazu nutzen können, um das Weltwirtschaftssystem umzubauen. Das hat da... Können alle möglichen Leute alles Mögliche gesagt haben. Aber nochmal, nochmal, warum ist die Schweinegrippe nicht vorhanden, wegen Corona? Stopp, stopp. Wenn der WHO, der WHO ist die Weltgesundheits-, so die wichtigste Gesundheitsbehörde weltweit. Ja. So, wenn da der WHO-Chef sagt, so von wegen, wir hätten die Pandemie dazu nutzen sollen, um das Weltwirtschaftssystem umzubauen. Ja. Im, im, wo ist das, Financial Times Deutsch oder Wall Street Journal oder so. Ja. So, wenn Sie ihn subzitieren, dann sollte man da nicht, also für mich, bei mir ringen da, bei mir klingeln da alle Alarmglocken, dass ich einfach sehe, hey, da geht es nicht um Gesundheit, da will man, oder will man offenbar halt einfach, wie, kennst du noch mit kleinen Schocken? Bei mir klingen ganz andere Alarmglocken dabei. Weißt du, welche bei mir klingeln? Bei mir klingeln folgende. Die Alarmglocken sagen, es gibt sehr viele Leute, die sehr viel Zeug sagen, ganz allgemein, egal was los ist. Das heißt, lieber Wasserstein, du selbst kannst dich nicht darauf verlassen, dass diese Leute dir die Wahrheit sagen, egal wer sie sind. Entsprechend, lieber Wasserstein, schaust du dir selber an, was die tatsächlichen Argumente sind und versuchst über die zu nachzudenken und über die zu reden und nicht so sehr über die Menschen. Weil die tatsächlichen Argumente, die geben dir sehr viel mehr Vorhersagekapazität als die Menschen, die dahinterstehen. Die Menschen haben nämlich all diese menschlichen Fehler, du selbst auch, du musst versuchen, deine eigenen so gut wie möglich unter Kontrolle zu halten. Aber so etwas wie Statistiken, Daten, Fakten, die haben diesen Fehlermodus nicht. Und deswegen will ich ja die ganze Zeit mit dir darüber reden. Ist Corona wirklich gefährlich? Ist Corona wirklich ansteckend? Wie können wir das rausfinden? Warum ist es anders gewesen als die Schweinegeber? Da kommen wir dann gleich dazu. Da kommen schon die ganze Diskussion hier dazu. Ja. So, aber Imperial College nochmal. Imperial College hat auch eine Projektion für Schweden herausgegeben. Ja, ja. Wenn Schweden keine Maßnahmen gesetzt hätte, dann wäre das und das passiert. Schweden hat Maßnahmen gesetzt und es ist nicht passiert. Ah, warst du auch in Schweden und hast dir angeschaut, welche Maßnahmen da waren? Oder hast du dich damit beschäftigt? Ich kenne den Measure Strictness Index und den Policy Health Index, der viele verschiedene Maßnahmen zusammennimmt, für Maßnahmen härtend zusammengenommen, war Schweden so nicht ultra restriktiv. Schweden war deutlich weniger restriktiv als Deutschland zum Beispiel. Aber Schweden war restriktiver als, glaube ich, Weltmittelmaß oder sowas. Und du musst es natürlich vergleichen, du musst Gleiches mit Gleichem vergleichen. Die Leute in Schweden haben etwas anderes Sozialverhalten in Deutschland, andere Tichte und so weiter, andere Mobilität. Und ein guter Vergleich wären andere nordische Staaten. Und das kannst du dir ja anschauen. Die anderen nordischen Staaten haben striktere Maßnahmen verhängt, gemessen an diesen Indizes. Und diese anderen nordischen Staaten sind besser aus der Pandemie rausgekommen, sowohl wirtschaftlich und als auch gesundheitlich. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht ist die Freiheitseinschränkung nicht wert oder sowas. Aber im Wesentlichen ist mit Schweden nichts Überraschendes passiert, wenn man auf die Kontrolle schaut, dass andere nordische Staaten auch existieren und ähnliche Eigenschaften haben. Okay, lassen wir mal systematisch rangehen. Also, wenn das Imperial College sagt, Schweden, wenn ihr keine Maßnahmen verhängt, werden, keine Ahnung, die haben gesagt, 100.000 Tote in Schweden oder lass es 50.000 Tote sein, Corona-Tote. Ja, also ich glaube, die naive Schätzung ist eher 100.000 damals gewesen. Ja, sagen wir 100.000 auf jeden Fall. Und Schweden, ich war letztes Jahr im Januar in Schweden, wo in Deutschland harter Lockdown war. Da war ich in Schweden. Die einzigen Maßnahmen, die die hatten, waren Restaurants um 21 Uhr, keine Clubs, aber ansonsten waren die Leute in Restaurants, haben da keine Masken getragen, haben keine Abstände eingehalten. In den Supermärkten hat keiner Maske getragen, haben keine Abstände eingehalten. Die Leute haben sich auch getroffen. Mein Freund Oskar in Schweden, ich war jetzt ja gerade wieder in Schweden, der hat halt so gesagt, hey, die Leute haben sich freiwillig daran gehalten, dass sie Abstand gehalten haben und nicht so viele Leute getroffen haben. Aber auch er meinte, das machen die jetzt auch. Egal, wo ich war, ich habe nirgendwo gesehen, dass die Schweden sich daran gehalten haben. Ich habe übergesehen, dass die Leute trotzdem zusammenstanden und so weiter. Ja, also ich meine, erstens einmal, klar, also die Maßnahmen waren nicht so hart wie in Deutschland. Das habe ich jetzt nicht bestritten. Ich habe nur gesagt, die Maßnahmen waren vorhanden. Die Schweden haben gegengesteuert. Und die Sache ist die, du kannst das auch messen, sind die Mobilität, ist die zurückgegangen in Schweden? Da gibt es dann Handydaten darüber. Ja, die Mobilität ist zurückgegangen. Und dann musst du natürlich einfach sagen, Schweden ist nicht Deutschland. Deutschland ist in verschiedener Hinsicht anders. Deutsche haben in der Regel mehr Sozialkontakte als Schweden. Deutsche leben dichter beieinander. Deutsche leben weniger in Single-Haushalten. Schweden ist das Land mit den meisten Single-Haushalten in Europa. Du hast sehr viele Faktoren in Schweden, die Schweden begünstigen. Und trotz dieser begünstigten Faktoren hat Schweden nicht so gut abgeschnitten bei Corona wie bei Nachwahlländern. Und jetzt muss ich auch dazu sagen, in den Modellierungen von Ferguson, in wirklichen, eher nicht. Ich finde, er ist ein kompetenter Modellierer. Aber das war auch damals ein wenig gezeugt in Hass. Und all diese Spezialitäten, die Schweden betreffen, waren dann natürlich auch noch nicht drinnen. Das kannst du nicht alles sofort aus dem Boden stampfen. Aber seine Aussage war ja nicht, wenn Schweden Maßnahmen macht, dann wird Schweden untergehen. Sondern seine Aussage war, wenn Schweden keine Maßnahmen macht, dann wird es so und so viele Tote geben. Und die Schweden haben Maßnahmen gemacht. Sowohl als Individuen haben sie gegengesteuert, als auch kollektiv von staatlicher Seite. Ja, wir können jetzt über Schweden weiter diskutieren. Aber zum Wirkungsrat... Rennen wir über ein cooleres Land der Schweden. Nochmal? Wir können über ein cooleres Land der Schweden reden. Über ein cooleres Land? Ja, über Taiwan. Naja, okay. Warte. Lass uns nochmal beim Imperial College bleiben. Ja. Zu deinem Nile Ferguson, den du für einen guten Epidemiologen hältst. Ja. Wenn du ein Hochangesehener oder wenn du ein Epidemiologe bist, der da so ein Paper gemacht hat, was die ganze Welt im Lockdown versetzt hat, nach und nach. So, das Paper kam raus, nach und nach haben alle Staaten der Welt gesagt, hey, das wird jetzt ganz, ganz schlimm. Die Hochrechnungen sind ja ganz, ganz schlimm. Letztendlich, vor allem Trump und Johnson haben ja immer das da runtergespielt und kam Dr. Lockdown und dann hat er gesagt, hier, USA und London oder USA und England, ganz, ganz schlimm, wenn ihr keinen Lockdown macht. Und dann sind Trump und Johnson auch eingeknickt. So. Es gibt... Ja, ja. Also bei Johnson war es anders, oder? Ja. Bei Johnson ist nicht eingeknickt deswegen, sondern weil er halt einen riesigen Mortalitäts-Spike hatte. Aber Trump ist... Okay, okay. Kennst du Michael Levitt? Ja. Michael Levitt, Chemie-Nobelpreisträger, der auch spezialisiert ist, was Projektion angeht, was Mathematik angeht, hat dann gesagt, hey, dieses Paper von... Als Nobelpreisträger hat er gesagt, hey, dieses Paper von Ferguson, das hat ganz, ganz viele methodische Fehler und hat dann ihn die ganze Zeit versucht zu erreichen. Aber Nile Ferguson hat ihn ignoriert. Nobelpreisträger schreibt dich an und sagt, hier, dein Paper, wo die ganze Welt mit in den Lockdown geht, das hat Fehler ohne Ende. Welches Paper meinst du jetzt nochmal genau? Meinst du das über die Seuchenausbreitung in Großbritannien? Meinst du das über die Letalität von Corona oder meinst du das Paper über die Maßnahmen der Effektivität außerhalb von Großbritannien? Wo USA, zwei Millionen, zwei Millionen Tote, wenn ihr keinen Lockdown macht und englisch. Ja, das waren zwei Papers, aber... Ja, es war... Ich habe mir auch gerade angeschaut, es waren ja nur fünf, sechs Seiten oder so, das waren ja nur ein kleiner... Ja, wir können... Also, ich weiß nicht. Okay, aber nochmal, es spielt auch keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle. Ja, gut, spielt keine Rolle. Aber der Levit kann jetzt was gesagt haben. Er kann sagen, hier ist dieser Fehler und so weiter. Und wenn du den Fehler hast, da hast, dann kann ich gerne mit dir diskutieren. Möglicherweise ist er auch ein Fehler, weil ich meine, keine Modellierungsstudie ist perfekt. Aber okay, nochmal, nochmal, warte. Wir haben andere Herangehensweisen. Ich schaue mir das aus der Marco-Perspektive an und du schaust dir genau an, was sagt der? So, für mich ist halt einfach, wenn ich jetzt, wenn aufgrund meines Papers die ganze Welt Lockdowns macht, wenn ich sehe, die ganze Wirtschaft und das Lockdowns werden natürlich ganz, ganz viele Folgen haben. So, wenn ich sehe, hey, da aufgrund meines Papers ist jetzt das alles passiert. Wenn ich da Kritik bekomme von einem Nobelpreisträger, dann sollte ich vielleicht auf den mindestens nicht ignorieren, oder? Weiß nicht. Ich meine, er hat wahrscheinlich auch seine Punkte kommuniziert. Und ich meine, die Leute beim, äh, also, ja, nein. Also nochmal, nochmal. Es gibt viele Nobelpreisträger, die ich ignorieren würde. Nein, überhaupt nicht. Wenn einer der, ich denke, warte, 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 warte. Ja, darf ich antworten? Die Frage, die Frage. Da ist ein Nobelpreisträger und der kritisiert mich gerade. Also ich kenne einige Nobelpreisträger, die ich ignorieren würde, ehrlich gesagt. Einfach auf gute Tatsache. Nobelpreisträger, das ist so was richtig Lustiges in der Wissenschaft. Das ist das sogenannte Nobelpreisträger. Prize-Disease. Leute kriegen den Nobelpreis und das ist anscheinend das Äquivalent zur, wie soll man sagen, manchen Leuten steigt das komplett über den Kopf und dann gehen sie herum und argumentieren außerhalb ihres Felds herum und oft ist das nicht so gut. Es gibt Ausnahmen. Louis Alvarez zum Beispiel brillant außerhalb seines Feldes und so wie innerhalb seines Feldes. Aber dann gibt es sehr viele Leute, William Shockley, Watson, Crick sogar zum Beispiel, ein Buch über die Natur des Bewusstseins. Fuck. Da gibt es sehr viele solche Leute, ja außerhalb ihres Felds, nicht so die großen Fische. Und jetzt wäre es jetzt interessant, was sind die genauen Punkte, die er gemacht hat? Ich habe die jetzt nicht parat. Wir können darüber reden. Es bringt halt nichts zu sagen, ja, der hat einen Nobelpreis und die anderen sind nicht darauf eingegangen. Das ist ja nicht so interessant. Was interessant ist, ist, was wirklich wahr ist. Okay, aber nochmal, nochmal. Und da ist halt für mich, ich schaue halt einfach nur aus der Metaperspektive drüber. Ich schaue halt einfach, sowas lese ich in den Medien, wie gehen die miteinander um? Haben die wirklich als Wissenschaftler die wissenschaftliche Neugierde und sagen, hey, wenn ich kritisiert werde, schaue ich mir das an, vor allem, wenn es ein Nobelpreisträger ist, der offenbar in dem Bereich, wo er darüber schreibt, da dann Expertise hat, dann würde ich ihn ja, dann würde ich da wenigstens mal antworten und sagen, tut mir leid, vielleicht habe ich da gerade keine Zeit dazu oder hey, ich habe mir das mal kurz angeschaut. Ich sehe das so und so. Oder ich, der hat ja bestimmt, Nalf Ferguson hat ja bestimmt auch, der kriegt ja ganz viel Geld von der kommunistischen Partei in China, hat er auch gekriegt und so, das Imperial College und von BG auch. Insofern, der wird ja wohl eben einen wissenschaftlichen Mitarbeiter haben, der dann eben wie den Michael Leavitt mal antworten kann und sagen kann, hier, ich habe mir dein Paper angeschaut. Er muss es ja nicht persönlich machen. Kann sein, oder es hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er den Doktorand zurückgeschrieben hat und dann war es dem Leben zu wenig. Wir reden jetzt schon eineinhalb Stunden und sind noch gar nicht zum Punkt gekommen. So, aber auf jeden Fall, nochmal, für mich ist halt einfach, wenn ein, nochmal, ich will die Geschichte nochmal ganz kurz erzählen. Michael Leavitt hat gesagt, hey, in dem Papier, wo die ganze Welt mit einem Lockdown gegangen ist, da sind viele methodische Fehler drin und hat versucht, dann Nile Ferguson zu erreichen. Nile Ferguson hat ihn ignoriert und Michael Leavitt musste dann erst über so eine Royal Society oder so über so eine Wissenschafts-Community, weißt du vielleicht? die Royal Society, ja, das ist er. Royal Society, der musste erst, die anschreiben musste, hat so nach dem Motto, wo die Top-Wissenschaftler drin sind, da musste die, der die erstmal anschreiben und sagen, hier, Michael, Nile Ferguson will nicht mit mir sprechen, sag dem bitte, er soll mich kontaktieren. Und dann hat, hat Michael Leavitt, hat dem Nobelpreisträger gesagt, so von wegen, ja, hat ihm einfach nur so abgebügelt, hat einfach nur gesagt, ja, keine Ahnung, ja, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall, hat er ihn überhaupt nicht ernst genommen. Das ist für mich halt einfach so eine wissenschaftliche Hochnäsigkeit. Natürlich, klar, jeder, jeder hat sein Ego, jeder hat seine, jeder, jeder, kein, kein Mensch ist perfekt, aber wo ich sage, wenn du gerade so ein wichtiges Papier rausgegeben hast, dann solltest du ja vielleicht mal auf Kritik da mal ein bisschen genauer hinschauen. Und da sehe ich halt, wie gesagt, Nile Ferguson, Nile Ferguson scheint für mich da nicht, ja, scheint für mich halt so. Also ich kann dir ein paar Sachen sagen, die gemacht wurden aufgrund von Kritik, also zumindest des Großbritannien- und Amerika-Papers. Okay, okay, aber, also, willst du es hören? Weil, also das zeigt für mich meiner Meinung nach schon, dass Nile Ferguson sich sehr bewusst war, dass das ein wichtiges Paper ist und dass Replikation und Einsicht in dieses Paper wichtig war. Also, Nile Ferguson ist ein Physiker und kein Softwareentwickler. Entsprechend war sein Paper über Großbritannien und Amerika 14.000 Zeilen Vortran-Code mit Go-Tos drinnen. Die Leute von euch, die zuhören und wissen, was das bedeutet, ihr kriegt gerade wahrscheinlich irgendeine Magenverrenkung. Das ist eine sehr unprofessionelle Weise, etwas zu programmieren und auch ein bisschen riskant, weil wenn du Fehler machst, sind die dann schwer zu beheben und da gab es Unangenehmes, und da gab es Angst, dass der Code nicht replizierbar war. Und Nile Ferguson hat dann Leute von Microsoft reingelassen, um den Code von diesem Paper in eine bessere Form zu bringen, sodass die Simulation wirklich garantiert sauber läuft. Und die haben dann das Ganze auf GitHub freigegeben und da gab es dann viel weitere Code-Ketik und so weiter, aber man hat das dann in einen einigermaßen replizierbaren Zustand gebracht und geschaut, ob das eh alles passt. Und dann haben andere Teams unabhängig von Nile Ferguson das Ganze auch noch einmal nach seinen Spezifikationen niedergeschrieben und überprüft, ob wirklich die Simulationen korrekt rennen, wegen halt dieser Angst um Softwarefehler. Also da gab es halt natürlich Kritikpunkte an dem, auch sehr berechtigte Kritikpunkte. Er ist nicht sonderlich gut darin zu programmieren. Er ist ein brillanter Statistiker und Modellierer, aber wir sind keine Götter, wir sind nicht allmächtig. Keiner von uns ist es, auch er nicht. Und als es da wirklich berechtigte Kritik an ihm gab, an einem Punkt, wo er nicht einfach so direkt sehen kann, ja, okay, das ist jetzt irgendwas, sondern das ist möglicherweise ein ernstes Problem, hat er viele Schritte gemacht, um sicherzustellen, dass das mit der Studie auch passt. Und danach am Ende wurde es auch repliziert. Also es ist jetzt für mich, du kannst jetzt immer dieses Bild geben, ja, dieser einen Kritikpunkt ist ja nicht eingegangen. Vielleicht, ich weiß es nicht, da müssten wir den Kritikpunkt spezifisch anschauen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Ferguson nicht einfach nur irgendwie so ein kompletter Spast war, der überhaupt nichts gemacht hat. Okay, wenn aber Nile Ferguson sagt, hier ist ganz, ganz schlimm, bleibt alle zu Hause, auf Grundlage seines Papers wurde Lockdown gemacht und man hat ja auch in England gesagt, so von wegen... Bitte? Nicht nur seinem, das war halt ein medialbildliches. Okay, aber sollte ein Nile Ferguson sich dann auch an seine eigenen Empfehlungen halten und Kontakte reduzieren? Also wenn die Dame so hübsch ist, wie Lover, Husband und Professor Lockdown das Trio hatte, dann weiß ich nicht, ob man da nicht... Du weißt, warum ich ihn auswähle. Ja, ich weiß noch, soll ich sagen, er hat mit einer britischen MP geschlafen in der Zeit, wo es einen Stay-at-home-Order gab und allerdings war er da schon mit Corona infiziert und genesen bei dem Zeitpunkt. Also da kann man ja ein bisschen drüber diskutieren, dass er sich selbst da über den Gesetz gesehen hat. Aber ja, klar, aber selbst wenn jemand Wasser predigt und Wein trinkt, heißt das ja nicht, das Wasser schlecht schmeckt. Nö, und das sehe ich halt so von wegen, das sehe ich halt auch bei vielen Politikern, die halt einfach auch, ja, auch Herrn Schentscher zum Beispiel auch, der ist halt auch, den sehe ich dann halt, wenn ich bei den Pressekonferenzen im Rathaus bin, der sagt dann halt immer, Maske tragen ist ganz, ganz wichtig und dann sehe ich ihn, wenn ich durch die Tür durchlusche, steht er da in einer ganz großen Truppe und zieht halt erst seine Maske auf, wenn er reingeht, für die Kameras. So genau das Gleiche sehe ich bei Laschet und wie die ganzen Schmierfinken. Maske tragen ist ja unangenehm. Es gibt viele individuelle Interessen, sich nicht an Maßnahmen zu halten. An Maßnahmen halten ist das Lustig. Aber da ist halt, wo ich halt sage, das ist halt, ja, Weinpreding, nee, wie heißt das? Wasserpreding, Weinpreding, ja, ist es, habe ich ja gesagt. Und das ist Heuchler für mich ohne Ende. Und da denke ich halt auch so, wenn die selbst die ganze Zeit drehen, aber sich nicht dran halten, so offenbar, verarschen sie, also für mich, meine, und da ist halt, ich will einfach nochmal erklären, wenn ich halt einfach sehe, das und das und das sehe ich, da, da passt was nicht, da passt was nicht, da passt was nicht, dann ist es, dann komme ich halt einfach zu so einem Gesamtergebnis, dass es von vorne bis hinten die größte Verarsche ist. Ach, ich weiß nicht. Also ich kann dir ein anderes Beispiel geben. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Politiker, die gleichzeitig dafür sind, dass es Verkehrsregeln gibt und die Geschwindigkeitsüberschreitungen machen, während es Verkehrsregeln gibt. Das ist für mich jetzt nicht der Beweis, dass der Glaube an Verkehrsregeln falsch ist, dass Verkehrsregeln für sich irgendwie eine komplette Verarsche sind. Das ist für mich einfach ein Beispiel dafür, ja, Leute sind, Menschen sind halt Menschen. Menschen machen irgendwelche komischen Fehler. Das ist halt im moralischen Sinn. Okay, da bin ich natürlich bei dir, da bin ich natürlich bei dir. Man kann natürlich sagen, hier, kein Mensch ist unfehlbar, natürlich, klar, kann man, aber da kann man natürlich, für mich ist halt einfach, für mich spricht es eine klare Sprache, wenn ich das immer, immer, überall sehe, dann passt es natürlich. Und da schaut natürlich jeder mit seiner Brille drauf und ich schaue da mit meiner Brille drauf und ziehe da meine Schüsse raus. Ja, ja, aber du bist, du siehst halt auf die gleichen Sachen und hast halt einfach eher das Vertrauen in die Wissenschaft und in die Politiker und in die Projektion und meinst, Corona ist ganz schlimm und dann kommst du natürlich zu anderen Schlüssen. Das ist ja vollkommen legitim. Da ist natürlich jeder, jeder schaut mit seiner Brille da drauf. Ja, ja, aber ich glaube, ich glaube, mit der Brille drauf zu schauen, dass Leute irgendwie Heuchler sind und dass das weder in die eine oder die andere Richtung viel beweist, da brauchen wir jetzt nicht viel. Also schau, wenn ich jetzt rausfinden würde, Bakti ist in irgendeiner Sache ein Heuchler. Ich habe jetzt keine Parade, spontan, vielleicht gibt es da irgendwas, vielleicht gibt es da nichts. Das ist jetzt egal, das ist nur das Beispiel. Würde das für mich seine Argumente nicht entkräften. Was die Argumente entkräftet, ist halt wirklich der Inhalt oder der Mangel. Ja, okay. Erst noch mal, wir hatten über dein Vertrauen in die Wissenschaft gesprochen. Was meinst du, darf ich dich mal so allgemein, also das war eigentlich so mein Plan, dass wir zu Anfang so ein bisschen über deine persönliche Sichtweise sprechen, wie du das alles siehst und dann zu den Sachthemen kommen. Jetzt sind wir schon viel auf der Sachebene, aber nochmal, was ich dich fragen wollte. Also ich sage ja, das ist hier gerade eine Gesundheitsdiktatur, die aufgebaut wird. Wir sind sozusagen, ja, auf deutschem Boden wieder die vierte Diktatur und da die Frage für dich oder die Frage an dich, was meinst du, wie konnte damals die Nazi, Nazi-Deutschland entstehen und wie haben sich da die Medien verhalten und die Wissenschaft und vor allem auch das RKI? Wie konnte Nazi-Deutschland entstehen? Ich bin kein Historiker, kein Großer, aber also, ich meine, da gibt es ja viele historische Ressentiments damals, die dazu beigetragen haben, dass eine aggressive und toxische Form des Nationalismus beliebt geworden ist und innerhalb dieser toxischen Form des Nationalismus hatte man nochmal besonders psychopathologisches Pech in der Person von Adolf Hitler, kein Hitler, kein Holocaust und das glaube ich, also der Typ, sein persönlicher Schaden war auch ein riesiges Problem. Das wäre jetzt meine Einschätzung, es gibt sicher viele Leute, die da anderer Meinung sind, aber und die hat Anklang gefunden, hat aber nicht die Mehrheit der Stimmen gefunden und aber trotzdem war sie dann aufgrund von eigentlich Fehlern in der deutschen Verfassung in der Lage, diese auszuhebeln oder das ist jetzt zumindest mein Eindruck und Welche Rolle hatten da die Medien und die Wissenschaft? Die Medien und die Wissenschaft hatten unterschiedliche Rollen. Die Wissenschaftler, die nicht der Meinung waren, sind ja zu vielen Teilen ausgewandert davor. Viele von denen haben es bekommen sehen. John von Neumann, also jüdischer Wissenschaftler und wahrscheinlich der brillanteste Mensch des letzten Jahrhunderts, hat die Nazis sich angeschaut und da hat irgendjemand anderer zu ihm gesagt, ja, die Deutschen sind doch so ein altes Kulturvolk, es wird schon nicht so schnell viel kommen und er hat irgendeinen Dialog zitiert, einen Altgriechischen, den er auswendig konnte und in dem die Athener besprechen, wie sie sich zusammentun werden und alle anderen versklaven und hat gesagt, ja, die Athener sind auch ein altes Kulturvolk, ich bin raus hier und das war jetzt nicht schon von Neumann alleine, also sehr viele von der Intelligenz hier haben ja kommen sehen, dass das nicht so gut ist, aber es gab auch sehr viele Mitläufer, aber also klar, also eine Diktatur konnte entstehen durch auch Kollaboration von Medien und Wissenschaftlern, nicht allen, es war eine schwierige Angelegenheit, aber ich denke, wir sind nicht in einem vergleichbaren Zustand aus verschiedenen Gründen. Aber nochmal, aber du bist meiner Meinung oder ich würde sagen, wir haben bei allen Diktaturen immer gesehen, dass es da sehr viele Mitläufer gab, die halt einfach unkritisch das Narrativ weitergetragen haben, in Nazi-Deutschland waren es die Medien, die Wissenschaftler und vor allem auch das RKI. Beim RKI, da gibt es ja sogar auch beim RKI auf der eigenen Homepage gibt es ja sogar hier der Präsident des RKI, Herr Hacker, der hat auch gesagt, fast alle haben geschwiegen, mitgemacht, fast alle haben mitgemacht oder geschwiegen. Für das Übertreten humanistischer Grundsätze, für die Verletzung der Würde und der körperlichen Unversehrtheit gibt es zu keiner Zeit der Welt eine Rechtfertigung, auch wenn die Mehrheit ein solches Verhalten toleriert oder gar fordert. Und da ist es halt auch mitgemacht, hat auch das RKI als Institution, das aufgrund seiner zentralen Stellung im deutschen Gesundheitswesen erheblich in die nationalsozialistische Gewaltpolitik involviert war. So, wo ich sage, natürlich kann man halt immer sagen, ja, da wird wild diskutiert und die Wissenschaft, das passt alles so, aber meiner Meinung nach ist halt, ja, wenn totalitäre Systeme entstehen, sind alle auf Linie. Da sieht man halt auch beim, wenn man sich das Stanford Prison Experiment anschaut, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, ja, das kenne ich. Darüber willst du, glaube ich, nicht mit mir diskutieren. Ich bin nämlich der Meinung, dass das Stanford Prison Experiment, und das ist jetzt nicht nur meine Meinung allein, dass das methodologisch sehr unsauber war. Also das Ausmaß, zu dem die Leute wirklich mitgemacht haben, im Kontrast dazu zum Ausmaß, zu dem sie wirklich angestiftet wurden von einer Autoritätsfigur, ist ein Unterschied. Ich denke, was aber schon stimmt und was eher schlüssig ist, ist das Milgram Experiment. Genau, da wurde ich gerade drauf anspricht. Also Stanford würde ich nicht zitieren. Das Milgram Experiment schaut sauber aus und würde, glaube ich, auch repliziert. Also Leute, die hinterfragen Autoritätspersonen oft nicht. Also es gab im Milgram Experiment circa sieben Prozent, die überhaupt keine Schocks gegeben haben, die sich absolut sicher waren. Ich sollte vielleicht den Experimentalaufbau erklären, sonst bringt es nichts. Ja, Milgram Experiment, glaube ich, jeder hier meint. Nein, 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 nein. Ich habe mit zu vielen Leuten geredet. Ich weiß, dass man nichts weiß und damit meine ich die Menschheit. So, also die Idee ist, du hast einen Wissenschaftler, das ist in Wirklichkeit ein Schauspieler und der sagt dem Versuchsobjekt, dass da in einem anderen Raum ein anderes Versuchsobjekt ist. Das ist auch ein Schauspieler. Und der Wissenschaftler sagt, dem Versuchsobjekt gibt ihm einen Stromstoß. Das ist so eine Maschine und das ist alles Teil des Experiments. Und der Wissenschaftler versucht dann, das Versuchsobjekt dazu zu bringen, immer mehr Stromstoße zu geben. Und viele Leute beugen sich einfach dem Wissenschaftler, der vermeintlichen Autorität und geben relativ starke Stromstöße, selbst wenn da steht, ja, hier ist letales Level an Stromstoß oder sowas. Das kommt auch von mir an. Und selbst wenn die Versuchspersonen schreien, hören das und offenbar sehen, dass die Person kurz vorm Sterben ist. Ja. Also es gibt dann da Einfach sagen, hey, ich gebe Auto, ich habe ja keine Verantwortung, ich höre einfach nur auf die Autoritätsperson. Es gibt da auch ein paar Kreditpunkte, wie den Umstand, dass es gab dann irgendeine Follower-Experimente, wo gefragt wurde, zu welchem Ausmaß die Leute das Gefühl hatten, die Person schauspielert. Und dann war es so, die Leute, die das Gefühl hatten, die Person schauspielert, nur die haben halt mehr Stromstöße gegeben und sowas. Das ist halt im Experimentalaufbau ein Problem. Aber insgesamt hat das schon gezeigt, denke ich, ja, Menschen haben eine gewisse Autoritätsverhörigkeit. Die Frage ist jetzt nur, ist diese Autoritätsverhörigkeit jetzt genau die gleiche Situation, in der wir jetzt sind wie damals? Und ich denke, aus vielen Gründen nicht. Also zum einen ist im Vergleich zur Nazi-Diktatur die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Leib und Leben bedroht wirst im Moment. Sehr gering. Das heißt, ja, die Konsequenzen für dich sind vielleicht, irgendwelche Leute sind unangenehm zu dir auf Twitter. Teilweise gibt es Fälle, wo Polizisten ausschreitig werden, aber es ist einfach nicht im statistisch ähnlichen Ausmaß wie damals. Die Herrschaft der Gewalt, die Herrschaft der Angst ist nicht vergleichbar. Und auch bei den Medien. Die Herrschaft der Angst hat mir doch Angst gemacht ohne Ende bei Corona. Ja, aber Angst vor dem Regime oder der Regierung, je nachdem, wie man es geben will. Ich würde wahrscheinlich eher Regierung dazu sagen. Nicht bei den Nazis, sondern bei uns. Bei den Nazis sage ich Regime. Angst vor der Regierung zu dem Ausmaß, also ist, glaube ich, noch nicht so groß, wie es damals war. Der Anführer unserer Regierung ist noch immer demokratisch legitimiert. Also ich glaube nicht, dass es großen Wahlbetrug gab. Olaf Scholz ist auch kein Verrückter, der in einer Militäruniform steht und ein Buch geschrieben hat, wo er Lebensraum im Osten haben will oder etwas Gleichbares haben will. Der ist ein, wie soll man sagen, er ist halt nicht deiner Meinung und man hat halt oft den Eindruck, wenn jetzt jemand an der Regierung ist, der nicht deiner Meinung ist, dass alle Übergriffe, die diese Person irgendwie macht, die es immer gibt. Ich kenne keine Ausnahme. Es war immer so, dass irgendwelche Kritiker in jeder Regierung der Welt, ich meine, du selbst betitelst dich wahrscheinlich als Libertär und siehst das alles als schlecht, aber in jeder Regierung der Welt gibt es immer wieder solche Dinge. Und die Frage ist einfach eine rein quantitative Frage. Wie häufig kommt denn das vor? Wie extrem sind diese Ausstattungen? Okay. Herr Wasserstein, lass uns das nicht weiter ausführen. Du sagst halt einfach, das lässt sich nicht übertragen, aber okay. Aber es gibt Mitläufer. Ja, klar, es gibt immer Mitläufer. Ich meine, egal was los ist, das ist normal. Das ist wieder so eine Sache, ja, menschliche Natur existiert. Man muss es aber wirklich im Verhältnis sehen. Also die Nazis waren einfach in anderen Wissen. Und die Wissenschaft kann nicht instrumentalisiert werden? Natürlich kann die Wissenschaft instrumentalisiert werden. aber woran ich schon glaube, ist, dass die Wissenschaft in vielen Dingen der Scheinwerfer in der Dunkelheit ist. Weißt du, was mit Frau Kapstein passiert ist, die das Masken, das Masken, den Artikel da veröffentlicht hat im Fachmagazin? Bitte? Sie wurde zwangsversetzt. Ja. Oh nein. Das ist auch nicht das Schlimmste. Weißt du, weißt du was mit einem Mitarbeiter des Gesundheitssystems, mit diesem Herrn Pürner, wo ist der aus Frankfurt oder so? Der wurde auch zwangsversetzt, als er sich öffentlich gegen die Maßnahmen geäußert hat. Wie viele von denen wurden in ein KZ verfrachtet? Nein, natürlich nicht. Aber da ist halt, wenn ich mich, wenn ich hier das Schwarzwald des Kommunismus lese, zum Beispiel, das Schwarzwald des Kommunismus lese. Ah, ja. Oder das Turmstrieb in der Geschichte. Dann sehe ich halt, dass es, da sehe ich halt, dass einfach totalitäre Systeme sich immer wandeln, so von wegen, wie heißt das so schön, Geschichte, ja, wiederholt sich nicht, sondern reimt sich. Genau, reimt sich, wiederholt sich nicht, reimt sich. Und da ist halt einfach, es geht nicht darum, viele Deutsche sagen halt so von wegen, wir müssen gegen Rechts angehen, weil Hitler war ja auch rechts, der wollte keine Juden oder so und eine Diktatur ist erst, wenn die AfD an der Macht ist oder so. Ja, das ist ja Blödsinn, die DDR auch interessiert und so. Es kommt halt einfach auch die Strukturen drauf an, es kommt drauf an, wie man mit Andersdenken umgeht. Und da haben wir ja gerade am Anfang gesagt, wenn heute jemand seine Meinung sagt, egal ob es Frau Kapstein ist in einem wissenschaftlichen Paper oder ob es sogar eine Sarah Wagenknecht ist, ein Joshua Kimmich oder ein Richard David Precht, die nicht in das Narrativ reinpasst, dann werden sie nicht ins KZ verschleppt, aber sie werden einem medialen Pranger gestellt. Und das reicht heutzutage schon. Natürlich ist das eine Form, wie jetzt Regierungen vorgehen und das haben sie ja auch getan, bevor jetzt Corona war. Deutschland war davor auch schon so, dass Leute, die unliebsame Meinungen hatten, also wenn du, ich weiß nicht, wie sehr du dich AfD nahe siehst, aber... Ich bin Libertär. Ja, Libertär ist aber ein Sammelbegriff. Libertär, da halte ich auch nicht viel von der AfD. Ja, ja, nein, aber du verstehst, dass es teilweise Libertäre in der AfD gibt oder Leute, die sich so bezeichnen, das ist immer so eine Geschichte. Ja, da sind nämlich Zeuglibertäre in der AfD, ja. Ach, ja, ja, da kann man sagen. Das ist ja jetzt nicht der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist, es gibt zum Beispiel Leute wie Thilo Sarrazin oder so, die waren ja davor auch schon unbeliebt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie Meinungen haben, die in Deutschland... Also, man sagt so gern kontrovers, aber ich mag das Wort kontrovers nicht, weil es eigentlich nicht das trifft, was es ist, sondern sie sind unbeliebt und unbeliebt bei den meisten Intellektuellen. Okay? Und das führt dazu, dass sehr viele Leute versuchen, dem Sarrazin irgendwo eins auszuwischen. Irgendwelche Leute versuchen, ihn mit Torten zu bewerfen oder was weiß ich. Okay? Das gab es davor, das ist jetzt nicht Corona-spezifisch und je weiter du zurückgehst in der Geschichte, wirst du das immer wieder finden, wie du schon gesagt hast. Geschichte reimt sich nicht, sondern wiederholt sich, in dem Fall wirklich. Und die Sache ist die, zu welchem Ausmaß delegitimiert es ein System? Natürlich zu einem gewissen immer, aber es ist halt für mich schon wirklich eine Frage des Quantitativen. Wie viele Kritiker, wenn du jetzt, hinter dir steht ein Buch mit Mao drauf. Okay? Ich glaube nicht, dass Mao sich per se wiederholen wird. Es wird nie wieder einen Mango-Fieber in China geben oder was weiß ich was. Aber warum Mao so schrecklich war, meiner Meinung nach, also wenn du die 100 Millionen Tote im Schwarzbuch des Kommunismus eindruckst, ist ein bisschen eine hohe Schätzung, da gibt es Kontroversen drüber, aber ja, warum er so schrecklich war, war nicht, dass er einen Kritiker versetzt hat, sondern sowas. Sondern dass Kritik als solches einfach nicht mehr möglich war. Unter Mao wurdest du einfach eliminiert. Es war einfach, wenn du dumm genug warst, also dumm genug oder mutig genug, je nachdem, zu sprechen, hat Mao dich liquidieren lassen. Und das Gleiche war unter Stalin, das Gleiche war unter Hitler und das ist in Deutschland zur Zeit einfach noch nicht der Fall. Der Wodak, das Schlimmste, was dem passieren kann, ist halt, wie du sagst, vielleicht eine Zwangsversetzung, aber nicht einmal das ist passiert. Der Bhakti, dem ist überhaupt nichts passiert. Der hat Bücher geschrieben mit einer großen Auflage, der hat jetzt auch wahrscheinlich viel mehr positives Feedback, als er jemals zuvor in seinem Leben hatte. Das hast du vielleicht erlebt, als YouTuber. Also in vielerlei Hinsicht wurde Bhakti entlohnt für seine Krise. Ja, warum so ein Bhakti, der ist im Ruhestand schon irgendwie seit zehn Jahren oder so. Der könnte einfach sich zurücklehnen. Der hat, genauso wie Wodak, die haben dadurch nichts zu gewinnen. Natürlich machen sie, haben sie vielleicht ein bisschen Medienaufmerksamkeit, aber ich glaube halt einfach, die machen es halt einfach, weil sie sehen, weil sie Wissenschaftler sind. Ja, beides, beides, oder? In diese Richtung geht und da halt einfach ihre... Ja, das war immer eine Anschuldigung. Ich habe nicht beschuldigt, dass er es macht, weil er diese Aufmerksamkeit will oder sowas, sondern ich habe gesagt, ja, wie ist das denn jetzt in Deutschland? Kann man Kritik üben und damit relativ gut sogar wegkommen? Die Antwort ist ja. Also für Bhakti ist es wahrscheinlich eher angenehm, der Großteil von den Sachen. Manche Sachen sind unangenehm, aber es ist nicht so. Absolut eindeutig, ja, es war schlecht für Bhakti, das gesagt zu haben oder es war schlecht für Streeck, sich so profiliert zu haben oder solche Sachen. Also in Deutschland kannst du, du selber bist ein Beispiel dafür. Also ich meine, ich will dich jetzt nicht kritisieren und sicher sind viele Leute zu dir unangenehm aufgrund der Tatsache, dass du die Meinung vertrittst, die du vertrittst, die Diskussionen führst, die du führst, all diese Dinge, aber du selber profitierst sogar davon. Also ohne dich jetzt da anschuldigen zu wollen, ich glaube nämlich, dass du ernsthaft glaubst an die Sachen, die du sagst. Aber das endet nichts daran, du wirst jetzt nicht hart bestraft dafür, dass du das machst. Okay, aber ich sag mal, und da ist halt früher bei Mao, wo die Leute oder bei Hitler, wo die Leute verschleppt, die mussten mit ihr Leben bezahlen und heute ist es halt einfach, ja, also ich zum Beispiel, was meinst du, wenn ich mich normal auf einer Stelle bewerben würde, meinst du, ich würde irgendwo eine Anstellung bekommen? Also es ist möglich, dass du zur Zeit wirklich ein bisschen ein größeres Problem hast, weil du medial präsent bist und Persona non grata, aber ich schätze mal in drei oder vier Jahren locker. Also, sorry. Da ist halt einfach, ich verdiene, okay, wenn ich wollte, kann ich mit Nuto ein bisschen was verdienen, aber ich verdiene da eigentlich nichts mit und ich ruiniere da sozusagen meine, ja, mein öffentliches Ansehen, dadurch, dass ich halt einfach eine Außenseiterposition vertrete und wenn ich mich irgendwo, also ich habe ja Lehramt studiert, ich könnte an Schulen unterrichten, aber da halt, ich meine, da gibt es heute sozusagen die Merkel- oder Scholz-Schwäger-Trupps, die halt alles dran setzen oder was meinst du, zum Beispiel hier Gunnar Kaiser, den du ja auch gerade zitiert oder den du ja zu Anfang angesprochen hast. Ja, der wurde irgendwie rausgehauen. Der macht super sachliche Videos und was meinst du, er hat ja auch mal selbst öffentlich gesagt, so von wegen, da gibt es so viele Leute, die seine Schule anschreiben und sagen, wissen Sie eigentlich, was Herr Kaiser da für Videos im Internet macht? Wissen Sie eigentlich, mit wem er da und da gesprochen hat? Oh, er hat mit Martin Sellner gesprochen, ganz schlimm. Die waren andere Meinungen und haben sich unterhalten, kündigt ihn. Und da ist es halt einfach so. Heute werden die Leute nicht mehr, heute werden die Leute nicht mehr ermordet, sie werden halt einfach, wird halt die Lebensgrundlage, wird denen halt erschwert, dass die ihre Jobs verlieren. Wenn man auch, dann fängt es an mit dem Doxen halt, wenn ich probiere auch immer alles, dass meine Adresse nicht irgendwie öffentlich gemacht wird. Ich muss halt auch sehr aufpassen, weil es halt einfach gewisse Leute gibt, die halt alles versuchen, dich an deiner Arbeit zu hindern. Und das ist halt einfach, wenn man das so sieht, wird halt einfach die Pressefreiheit extrem eingeschränkt in Deutschland. Und das nicht vom Staat, sondern einfach von staatlichen Gehilfen, die auch, ja, sozusagen die Useful Idiots, sozusagen, wie dieser Juri Bessmoth oder wie der heißt, das sagen würde. Ja, aber okay, also Pressefreiheit eingeschränkt. Also es ist wahrscheinlich so, dass es, also ich würde das ein bisschen differenzierter formulieren und ich würde Folgendes sagen. Es gibt wahrscheinlich Leute, die abgeschreckt werden durch sowas. Aber ich sehe halt nicht wirklich, wie es einen Staat geben kann, wo so etwas nicht passiert. Wo es nicht bei einem kontroversen Thema so ist, dass die Minderheit teilweise unangenehme Erlebnisse hat. Aber meinst du, meinst du? Also ich weiß nicht, welches Staatskonzept du da hast, aber also ich sehe nicht, wie man das bauen kann. Aber es geht ja nicht unbedingt um Staatskonzept. Es geht ja einfach nur um den medialen Wind, wenn natürlich die Medien Stimmung machen. So, was ist da los hier? Ja, sorry, sorry, sorry. Ich habe mit was rumgespielt. Das können wir sicher steigen. War es ein Antifa-Angriff auf dich? Nein, 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 nein. Darauf darf ich jetzt nicht antworten. Deswegen darfst du dein Gesicht noch nicht zeigen. Dadurch, dass du mit mir sprichst, auch wenn du eine andere Meinung hast, bist du jetzt auch Nazi und Antisemit und Querdenker. Ja, aber bin ich ja nicht. Aber die meiste... Das ist nicht die kommunistische Kontaktschuld. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das ist ein bisschen so, ein bisschen probabilistisch, oder? Jeder, alle, kennst du das? Six Degrees of Separation. Wenn du Sex-Kontakte hast, dann ist die ganze Welt mit dir in Kontakt, quasi, weil die sozialen Netze so eng sind, eigentlich. Und außerdem ist die Luft, die du ausatmest, wahrscheinlich schon einmal durch Hitlers Lunge gegangen oder solche Sachen. Aber ich bin, glaube ich, genügend separated. Aber nochmal, also wenn jetzt hier... Also, ja, meiner Meinung nach... Da hatte ich noch was. Entschuldigung, ich wollte mit dem Selner noch was sagen, weil der Gune Kaiser... Also, Selner sehe ich dann schon ein bisschen kritischer. Also, da hast du ja ein wenig so eine Wolfs-im-Schafs-Belt-Situation mit dem Herrn. Also, der... Also, ich meine, schau, jetzt gleich mache ich mich zum Antifazil, wobei nicht wirklich... Ich habe in meinem Leben schon debattiert mit identitären Bewegungsvertretern im Internet. Jetzt zu einer anderen Zeit, aber ich jünger und sowas und ich war halt der Meinung, ja, ihr habt es Unrecht und sowas und bin da reingegangen, habe mit denen debattiert und ich hatte einfach extrem stark das Gefühl, der Korpus dieser Bewegung ist deutlich radikaler und deutlich weniger informiert als Martin Selner sich selbst und die Bewegung darstellt. Also, das war wirklich ein starker Eindruck. Wir müssen uns jetzt nicht über die B unterhalten. Also, da verstehe ich schon, dass Leute dem Guna Kaiser das übel nehmen. Okay. Aber für mich ist halt einfach, wo ich sage, ich möchte gerne in einer Welt leben, wo auch... Ich meine, angenommen zum Beispiel, da ist tatsächlich jemand, der sagt so von wegen, Adolf Hitler ist super toll. So, da heißt es von wegen, wir dürfen nicht mit Nazis reden und Nazis aus dem Maul. So, wo ich sage, hey, ich habe mich schon früher, als ich 2014 mich politisiert habe, da hieß es immer, hier, das sind Nazis, das sind Nazis, das sind Nazis. Und für mich war halt immer, ich wollte eigentlich immer mal mit denen reden. So, und da sage ich halt auch so, wenn man alles verbietet, wenn man alles stigmatisiert, dann kann man... so, da ist halt, die Leute haben halt, das ist halt so eine paternalistische Einstellung, so ein Motto, ja, wenn du dich mit dem unterhältst, dann kann es ja sein, dass du nachher auch solche Gedanken bekommst. Wo ich sage, ich möchte gerne in einer Gesellschaft leben, wo man über alles reden kann, wo man halt einfach, einfach immer auch sagen kann, hey, du hast die und die Ansicht und ich verachte dich für deine Ansicht oder ich finde das überhaupt nicht toll. So, und da ist halt einfach, wo ich sage, ich möchte selbst für mich, ich möchte für mich als Erwachsener, ich möchte, dass die Politik mich als Erwachsener sieht, wo ich selbst mir alles anschauen kann und nachher sagen kann, hey, das halte ich für absoluten Schwachsinn. So, und das ist es ja bei den meisten Sachen. Ja, also ich muss sagen, ich hatte eine, also die Meinung, so wie du es jetzt gerade formulierst, die hatte ich früher ziemlich stark. Also ich war der Meinung, es ist ein unlimitierte Freiheit-Diskurs und in vielerlei Hinsicht bin ich für freien Diskurs. Also wirklich nicht falsch verstehen. Ich denke, Freiheit-Diskurs hilft sehr. Allerdings finde ich es auch in Ordnung jetzt, wenn viele Leute für sich selbst sagen, ja, und das auch aus der Erkenntnis heraus, ja, okay, das sind halt oft Persönlichkeits- und Wertefragen, die jetzt mit den Nazis auseinandergehen. Wenn es jetzt wirklich einen Typen gibt, der Adolf Hitler cool findet, dann ist es ja meistens nicht so, dass du irgendein Argument finden kannst, ja, Adolf Hitler ist schlecht, weil unter Adolf Hitler gibt es weniger Freiheit und es gibt weniger Wohlstand und allen Leuten geht es schrecklich unter Adolf Hitler, was meiner Meinung nach alles wahr ist. Dieser Argument kannst du gar nicht bringen, weil der sagte dann, ja, Adolf Hitler war deswegen cool, weil er XYZ gemacht hat, einen Wert, den du nicht anerkennst. Also oft ist diese Diskussion dann vollständig unproduktiv. Und ich sehe da manchmal dann doch den Sinn nicht, und das ist ja genau das auch mit Martin Sellner und Gunnar Kaiser, sehr viel ist, die gehen hin und dann sagen sie, ja, und da haben wir dann eine fundamentale Wertekreiberinz. Ja, hat man ein bisschen vorkommen sehen. Manche Leute wollen schlechte Dinge, in meiner Sicht, natürlich, und wenn du das Gleiche willst wie ich, und wir können gerne darüber diskutieren, wie wir eine Welt erzeugen können, in der es allen Menschen besser geht, in denen es mehr Gerechtigkeit, Freiheit, Wohlstand gibt, solche Dinge, da ziehe ich mit. Aber wenn du mit mir hingehst und mir erklärst, ach, ich will diesen deutschen Ethnost, bin ich nicht dein Gesprächspartner, weil wir haben ein anderes Ziel. Es bringt halt nichts. Grundsätzlich würde ich mal jeden Menschen unterstellen, auch wenn es jetzt zum Beispiel eine Ricardo Lang ist, mit der ich komplett andere Ansichten habe oder ein Robert Habeck oder wie die alle heißen, dass sie die besten Intentionen haben und dass sie halt einfach nur, ja, genauso wie du und ich, halt einfach andere Brillen aufhaben und unterschiedlich auf, jeder Mensch ist halt einfach eine, ja, eine Summe seiner Erfahrungen und seiner Bücher, die er gelesen hat und wie er dann halt die Welt sieht und da geht es dann halt immer darum, wo ich sage, hey, lass uns miteinander austauschen. Man kann halt im besten Sinn nur was ausleeren. Aber worauf ich hinaus möchte, ist halt einfach, ich, für mich ist halt heute einfach, natürlich, diese Diskussion, der, der, wie sagt man, des Oberton-Fensters wurde gezielt minimiert, dadurch, dass jede Opposition in die Ecke gestellt wurde. Anstatt, zum Beispiel, Wodag ist das beste Beispiel, ein SPDler, der damals bei der Schweinegrippe noch als absoluter Experte dargestellt wurde, im Bundestag saß, seine ganzen Parteigenossen hat, auf einmal bei Corona hat er eine nicht opportune Position vertreten, von Anfang an, wo es auch noch, überhaupt noch nicht sicher war, in welche Richtung das geht und gleich war irgendwie der Verschwörungstheoretiker, mit dem keiner mehr sprechen wollte und wurde ihm eine Ecke gestellt und so geht es jedem. So, und da ist halt einfach, wenn natürlich irgendwie von einer, von der Tyrannei der Ungeimpften gesprochen wird oder wenn irgendwie Leute, die gegen die Corona-Maßnahmen, wenn die von, wie heißt die Frau da, irgendwie dem öffentlich-rechtlichen, wenn die mit dem Enddarm verglichen werden, der entfernt werden muss oder da wird halt einfach Bewusststimmung gegen die, gegen Menschen mit einer anderen Meinung gemacht und wo ich sage, das sollte, ja, das sollte in einer offenen Gesellschaft einfach nicht passieren, dass man Menschen, die eine andere Meinung haben und da ist halt einfach, du siehst halt immer nur, es wird immer darauf eingegangen, der ist dumm, der ist Nazi, der ist Querdenker, anstatt auf die Argumente einzugehen und das hat halt auch psychologischen Sinn, dass man die Leute halt einfach, ja, wie hier Gustav Le Bon schon gesagt hat, so von wegen dann Gegner, niemals auf die Sachebene immer die Emotionen ansprechen. Ja, also da waren jetzt mehrere Dinge, also ich, also gut, ich glaube, das fundamentale Problem ist, ich sehe halt, also ich würde es auch besser finden, wenn es eine Welt gibt, wo der Diskurs frei ist, das habe ich auch ganz am Ende, am Anfang des Gesprächs schon gesagt, das ist meine persönliche Präferenz, offener Diskussions- und argumentativer Austausch, ich sehe auch, warum viele Individuen sagen, ja, diese eine Diskussion, die ich jetzt gerade, die bringt halt nicht so viel für mich, die will ich nicht führen und ich mag das auch nicht so, wenn Diskussionen emotionalisiert werden, wie gesagt, ich bin am meisten interessiert an, was ist wirklich wahr und jetzt, also da gehe ich voll mit mit dir, in dem Sinn und ich mag den Charakter oft nicht von der Debatte, wie sie da geführt wird, allerdings ist es für mich schwer zu sehen, wie man in eine Welt kommt, in der die Debatte anders geführt wird und in der, oder wie man eine Gesellschaft erzeugen sollte, wo es deutlich mehr Debatte gibt, als die, die wir jetzt gerade haben. Wir sind, wie mein Profilbild so treffend bemerkt hat, tragen wir alle die Merkmale unserer niederen Herkunft, entsprechend wird es immer so sein, dass Menschen selbst interessiert sind, zum Beispiel in Diskussionen, es gibt ein großes Selbstinteresse für dich zum Beispiel nicht mit Nazis zu reden, Nazis sind unbeliebt, du redest mit ihnen, bist selber unbeliebt, zum Beispiel, dieser Mechanismus, der existiert einfach und natürlich gibt es auch so etwas wie Moral und Emotion, die mit Moral verbunden ist und die wird immer in Diskussionen vorkommen, das ist schwer zu unterbinden, die Welt ist leider kein Hügel vor Athen, wo die Philosophen miteinander reden und das ist halt so. So, aber wenn man, wenn ich sehe halt einfach, für mich ist es halt, da wird halt, ja, Kritik wird halt immer, immer mehr, ja, unterbunden, ich meine, wenn man zum Beispiel auch schon sieht, dass Ali Schwarzer, sozusagen die Altlinke, auch schon als irgendwie Islamophob dargestellt wurde oder als Nazi dargestellt wurde, dann denke ich halt, ja, das ist halt, ja, und, ja, wo soll das einfach enden? Oder, da sind wir ja schon, dass es einfach gar keine Diskussion mehr gibt und da ist zum Beispiel, was ich mir immer wünschen würde, wer da ein positives Beispiel ist, ist zum Beispiel Marcel Tanner, kennst du den von der Corona Task Force in der Schweiz? Nein, was hat der gesagt? Marcel Tanner von der Corona Task Force, der ist halt sozusagen derjenige, der die, die, die Bundesregierung beraten hat in der Schweiz, was die Corona-Maßnahmen angeht und er hat einfach gesagt, hey, wissenschaftlich ist jede Position legitim und er hat sich mit Samuel Eckert und Lanker unterhalten. Ach so, mit Lanker, uff, ja, Lanker kenne ich. So, aber er sagt halt, man kann über Lanker denken, was man will, er hat einfach gesagt, hey, ich rede mit jedem, so, und das würde ich gerne, das ist wissenschaftliche Neugierde, so, da ist halt auch. Da habe ich eine Bitte an dich, kannst du mir die, gibt es eine Aufzeichnung von dem Gespräch mit Lanker, weil Lanker ist, Lanker ist, immer interessant für mich, also, ich habe mit einigen Leuten, kann ich noch drüber sprechen, über Lanker. Ja, ich habe mit einigen Leuten diskutiert, die, sagen wir mal so, Lanker mögen und, ja, da gibt es einige Dinge, die ich interessant finde, aber, ja. Ich bin ja auch der Meinung, dass Lanker recht hat, aber da kommen wir gleich später nochmal zu. Wir existieren nicht, also das Masernvirus nicht. So, erst nochmal, wie siehst du so meinen Kanal? Du hast ja gesagt, du hast gesagt, Gunnar Kaiser verbreitet Falschinformationen, kennst du meine Videos oder schaust du dir das an? Ich habe so ein paar geschaut, also das war jetzt ihr, weil der eine Freund von mir dich gekannt hat, bin ich jetzt mit dir in Kontakt geraten, in dem Sinn. Ich habe so gesehen, wie du auf irgendwelchen Demos warst und dort mit den Leuten geredet hast und ich habe dich eigentlich da sympathisch gefunden. Also ich habe gefunden, das wird für euch ein interessantes Gespräch, weil ich jetzt auch das Gefühl hatte, dass es war bisher. Also es ist ja, auch wenn ein bisschen die Funken geflogen sind. Aber genauso, wie wir uns jetzt unterhalten, sollte eine Diskussion stattfinden. Wir haben halt unterschiedliche Meinungen und we agree to disagree, aber so auch solche Videos, wie ich zu Herrn Tschentscher gemacht habe, wo er viel über PCR-Test und Bettenknappheit und so weiter spreche. Hast du das gesehen oder hast du nur das Video von mir bei Demos und so gesehen? Bei Demos habe ich es gesehen. Über die Bettenknappheit können wir auch reden. Ich denke, das war doch dieses, warte, was ist das du? Das war dieses längere Interview, wo jemand so dargestellt hat mit der Tatsache, dass halt in Deutschland die Bettenknappheit während der Pandemie nie so groß war, weil man immer um... kommt ja erst zum Schluss. Jetzt noch mal... Jetzt lasst uns noch mal... Jetzt waren wir gerade bei Imperial College, bei Neil Ferguson. Lass uns mal über Cormand Drosten Paper sprechen. Über die... Ja, über dieses Cormand Drosten Paper. Das kennst du? Nein, kannst du es mir sagen? Also, sag mir jetzt nichts. Vielleicht kenne ich es. Es ist immer ein bisschen schwierig, die Bezeichnungen zu sehen. Cormand Drosten, es war ja halt irgendwie das Ende. Erstmal, erst mal, an welche Version, welche Version du denkst, das ist ein... Du erhältst, was ich gerade schon rausgehört habe, du erhältst die Version von, dass sie in Wuhan von einer Fledermaus übergesprungen ist. Nein, nein, nein. Oder Lab League oder welche Version? Also Lab League oder Zoonose. Ein Lab League wäre auch eine Zoonose. Aber Lab League oder der Umstand, dass es aus der Wildnis kommt, das können wir, glaube ich, nicht klar eruieren gerade. Ich habe einige Vermutungen, dass es eher ein Lab League war, aufgrund der Tatsache, dass es in Wuhan basiert ist, wo du eben ein Virologiezentrum hast. Das heißt, wenn du die beiden Hypothesen vergleichst, unter der Hypothese Lab League macht es Sinn, dass es dort ist. Und unter der Tatsache nicht Lab League hättest du eigentlich alle möglichen anderen chinesischen Städte auch als möglichen Ausgangspunkt. Vor allem welche, wo es mehr Fledermäuse gibt beziehungsweise mehr Marderkontakt oder so etwas. Aber es ist für mich nicht ganz klar, wer da eher recht hat in der Geschichte. Es gibt auch Leute mit anderer Meinung. Trosten hält den Lab League für unwahrscheinlich, aber er hat auch gesagt, es ist nicht unmöglich. Das Problem ist, man kann es zurzeit nicht eindeutig beweisen in die eine oder die andere Richtung. So, letztendlich sind ja beides ziemliche Märchengeschichten, wie ich finde. Du kennst ja, kennst du die offizielle Version, die Streeck? Also du scheinst ja auch Streeck, scheinst ja auch ganz gut zu finden, wie ich es rausgehört habe. Ah, na, Streeck war eher durchwachsen. Durchwachsen, durchwachsen, durchwachsen. Ja. Ich meine, diese Version mit der Fledermaus, weißt du, was Streeck dazu in seinem Buch dazu geschrieben hat? Oh, nein. Also es ist für mich fast eine theologische Frage, wo das herkommt. Das ist ja, es ist mir nicht so wichtig. Ja, und da ist halt auch, wo ich, ich meine, Lab League, so nach dem Motto, die Gegenseite wirft uns ja sozusagen, den Maßnahmenkritikern und den Corona-Kritikern immer vor, dass wir Verschwörungstheoretiker sind und dabei ist ja Lab League, dabei ist das ja sozusagen die offizielle Verschwörungstheorie. So nach dem Motto, oh, da gab es da irgendwie in China ein Lab League und da haben alle das versucht, zu vertuschen und da ist eine riesengroße Verschwörung und da stecken alle dahinter. Und da so nach dem Motto, dass das... Wie meinst du jetzt genau? Was meinst du, was verstehst du unter Lab League? Also ich verstehe darüber... Lab League so nach dem Motto, dass sie da irgendwie geforscht haben und dass da ein Unfall war oder so. Ich habe da nicht ganz genau reingeschaut, halt einfach, dass halt das Virus aus Versehen aus dem Labor in China entsprungen ist und sich da verbreitet hat. Ja, also... Das ist ja die Theorie, wo jetzt Drosten sagt, das könnte doch sein und wo auch Biden und Pochi sagen, dass das... Da müssen wir genauer hinschauen und das kann sein. Das ist ja sozusagen die offizielle Verschwörungstheorie. Also die offizielle Verschwörungstheorie, also die... Die meisten sind noch immer der Meinung, dass es von... Einfach eine normale Zoonose war, dass es in irgendeiner Form Kontakt zwischen Menschen und einem Säugetier war, in dem das SARS-CoV-2 zirkuliert ist, bevor es zum Menschen übergesprungen ist und dann zum Menschen übergegangen ist durch diese Zoonose. Und da halt auch von Menschen auf... Von Tiere auf Menschen übersprungen. Streeck schreibt offiziell in seinem Buch... Hast du das Buch gelesen von Streeck? Nein, ich habe Streeck's vor nicht gelesen. Okay. Ich habe es gelesen. Es ist auch nicht empfehlenswert. Ich habe es nur sozusagen... Für mich, ich versuche halt immer, genauso wie du, versuche ich mich halt mit beiden Seiten auseinanderzusetzen, dass ich mich nicht nur einseitig informiere. Streeck hat geschrieben, zwar ist es nicht bewiesen, aber man geht davon aus, dass das Virus von einer Fledermaus wahrscheinlich irgendwann einmal auf ein Schuppentier übergegangen ist und von dort auf den Menschen. Das würde in einem Apokalypse-Film dann so aussehen, dass sich in der Nacht eine Fledermaus auf ein Schuppentier stürzt und es beißt. Dabei tritt das Virus über. Das Schuppentier erkrankt, wird vom Jäger eingefangen und niest den Jäger ins Gesicht. Der Jäger geht mit dem Schuppentier auf den Markt, will es verkaufen, ist aber bereits erkrankt. Lautheils versuchte er, das Tier an den Mann zu bringen und verteilt dabei die Viren über den Markt. So, und wie es dann nach Deutschland kam, beschreibt er ein paar Seiten später, auf Seite 14, in der Kantine, also das war die Kantine von diesem chinesischen Automobilzulieferer, wie Bastow bei München, hatten wohl zwei der später infizierten Rücken an Rücken gesessen und da hat der eine dann den anderen nach dem Salzsteuer gefragt. Auf diese Weise kamen sie in engen Kontakt. Ah, okay. Da ist, also wenn er so drinsteht, was ich jetzt dir glaube, dann ist da ein bisschen, wie soll man sagen, der literarische Genius mit dem Herrn durchgegangen. Ja, er sagt ja, wie ein Apokalypse-Film, aber auch, wenn es nicht ein Apokalypse-Film ist, wo ich denke, da klingt für mich halt, und da ist halt, wenn ich für mich in diese Virologie reingehe, dann sehe ich da halt einfach so viele Hypothesen, so viele einfach ganz weit hergeholt, wo ich sage, das macht für mich alles, also ich habe in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, für mich war es halt immer, immer mein Beruf war es immer, Sachen zu plausibilisieren und sowas macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Das ist für mich auch nicht plausibel. Also die Frage, ob es so war, also das ist der genaue Abfolge war, die jetzt der Streeck beschreibt, die Wahrscheinlichkeit ist fast null, weil es so viele mögliche Abfolgen gäbe, in denen ein Virus von einer Fledermaus auf einem Mensch übergeht. Aber wie ist jetzt genau dein Zweifel an der Geschichte? Weil, ich meine... Darf ich meine Frage aus? Wir kommen jetzt mal zum Kern von allem. Ich sage, es gibt keine ansteckenden Bieren. Punkt. Es gibt keine ansteckenden Bieren. Es ist eine unbewiesene Hütte. Okay, großartig, großartig. Okay. Und ich habe eine halbe Million Euro geboten. Du kennst vielleicht den Truth Isolat Funds, wo jetzt, da habe ich von einer Million auf 1,5 Millionen Euro aufgestockt, weil ich sage, okay, Wahnsinn. Ich habe heute mit jemandem über das geredet. Ich wusste nicht, dass du dahinter bist. Ich habe nur gehört, es gibt irgendwo das. Aber großartig, dann können wir mal darüber diskutieren. Ich würde dich gerne überzeugen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber jetzt einmal so. Du würdest mitgehen, dass es ansteckende Krankheiten gibt? Nein. Also der schwarze Tod hat nicht stattgefunden. Es war nicht auf einmal so, dass große Teile der Bevölkerung gestorben sind im historischen. Wissenschaft ist, es gibt, hast du dich, hast du dich mit der, mit der Medizingeschichte, hast du dich mit Louis Pasteur und Robert Koch auseinandergesetzt? Ja, habe ich, habe ich. Ich kenne die Kochschen Postulate. Ich weiß auch die Isolationsversuche von Enders für die Masernviren, die oft in solchen Szenen, wie du jetzt wahrscheinlich mit dir bist, diskutiert hast. Ich kann auch über Enders und Pebbles sprechen, über die, über, genau, die haben ja, Ja, die haben ja oft einen Experimentalaufbau verwendet, ein sogenanntes Plug-Essay. Weißt du, wie das funktioniert? Das kannst du, also ich habe da, ich habe da reingeschaut, aber ist schon länger her. Du kannst das nochmal erklären? Ja, also sehr oft ist diese, die fundamentale Kritik an Enders Isolationsversuchen oder so etwas, dass es keine Negativkontrollen gibt. Und es gibt aber eine Form der, also ein Infektivitätsassay, der sogenannte Plug-Essay, das meistens verwendet wurde, damals schon, seit den 30ern und dann später auch, das eine implizite Negativkontrolle hat. Das Plug-Essay funktioniert nicht, indem du ein Virus nimmst und in eine Zellkultur hineingibst, sondern du nimmst eine spezielle Zellkultur, wo du fixierte Zellen hast und dann gibst du verschiedene Verdünnungsstufen deines Virus in diese fixierte Zelllage hinein und dann hast du verschiedene Levels an zytopathischen Effekt, der ja immer als Evidenz für das Virus angeführt wird und von dem Leute wie Lanka kritisieren, dass der zytopathische Effekt möglicherweise einfach so unter Laborbedingungen entsteht. Aber das Interessante beim Plug-Essay ist, dass der zytopathische Effekt nicht entsteht, wenn die Viruskonzentration sehr niedrig ist, beziehungsweise die Konzentration des Samples, wo du das Virus herausziehen willst in irgendeiner Form, also zum Beispiel Speichelkonzentration. Du verdünnst den Speichel sehr stark, dann kriegst du keinen zytopathischen Effekt, also die Kritik der mangelnden negativen Kontrolle wird dadurch einfach direkt invalidiert, dass die Plug-Essays alle eine implizite negative Kontrolle haben. Und das ist in fast all diesen Papers, seit den 50er Jahren für sehr viele Viren haben wir sehr viele Plug-Essays gemacht. Die sind dann auch auf YouTube zu sehen. Ja, da mit den Plug-Essays, da bin ich fachlich, kann ich also zu dem zytopathischen Effekt und so, da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, da bin ich aber nicht so super tief drin. Ich kann halt einfach nur sagen, so zum Beispiel, allein es fängt da so an, wie gesagt, wir haben, zu Anfang hat irgendwie Drosten hat geschrieben, ja, hier hat irgendwas zu Lanka geschrieben, hat gesagt, hier, das ist halt, so ein Motto ist total stümperhaft und hat Oliver Jahnig dann, hat dann darauf geantwortet, hat gesagt, hey, wie sieht es aus, ich biete 10.000 Euro, dass sie keinen Viren-Nachweis haben, dass sie keine Viren-Isolate haben, keine Kontrollexperimente und so weiter, da biete ich 10.000 Euro, dann hat Samuel Eckert nochmal 10.000 Euro draufgelegt, ich nochmal 10.000 Euro und hat Streeck dann getwittert, hat gesagt, hey, schön und gut, wir haben hier Viren-Isolate im Kühlschrank liegen, das ist ganz leicht nachzuweisen, hat Streeck getwittert. So, und dann haben alle möglichen, also hat Samuel Eckert und Lanker und so, haben Streeck immer angeschrieben und auch bei Twitter und so, wurde da dauernd nachgefragt, so ein Motto, ja, warum gehen sie denn nicht auf diese Wette drauf ein, weil nachher sind es 1,5 Millionen Euro geworden, so, wenn da 1,5 Millionen Euro für, für Viren-Isolate, für Kontrollexperimente und so weiter geboten sind, wenn Streeck schon bei 30.000 Euro gesagt hat, hey, das lässt sich ganz leicht nachweisen, warum macht er das nicht bei 1,5 Millionen, warum geht er da nicht drauf ein und holt sich das Geld? Also, ich, ich weiß jetzt die privaten Gründe von Trosten nicht, ich habe euren, also von eurer Herausforderung für die 1,5 Millionen, habe ich erst heute erfahren, also werde ich jetzt nicht da mutmaßen über seine persönliche Begründung, ich denke persönlich, also ich selber kann halt die Experimente, nicht machen, ich bin nicht für ein ausgebildeter Laborant, der das könnte, entsprechend kann ich mir die 1,5 Millionen Euro für, bei euch nicht bei einem Experiment abholen, ich denke allerdings, es gibt in der Literatur schon, zumindest zum Beispiel Plug-Assets, die publiziert wurden über das Coronavirus, da müsste ich jetzt mit dir halt wirklich diskutieren, erfüllen die denn die, erfüllen die denn die Bedingungen und dann gibt es so andere Fragen, akzeptierst du Plug-Assets, die den zytopathischen Effekt haben oder ist eine andere Form von Essay auch in Ordnung, wo es nicht um den zytopathischen Effekt gibt, sondern einfach um Immunstaining, also da gibt es ja diese Fokusformen, in den Plugs und so. Das sollen dann Samuel Eckhardt und Lanka gerne auch mit der Riener ausgeben. Ja, ich traue denen, ehrlich gesagt, also von den Sachen, die ich von ihnen gehört habe, traue ich ihnen nicht genügend Fachwissen zu, dass sie eine ernste Antwort auf ein Plug-Assay oder so etwas formulieren können. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der größte Experte, aber ich habe mich ein wenig eingelesen in diese Themen und wenn ich mit Kritikern von Existenz von Viren oder sowas rede, habe ich sehr oft das Gefühl, ja, die wissen sehr viele von den Grund-Labor-Protokollen nicht. Die haben noch nie gehört, wie das genau funktioniert, warum das so gemacht wird. Also es gibt sehr viele verschiedene Experimente, bei denen wäre es dann immer so, wenn ich dich frage, ja, wie erklärst du das ohne Virus? Dann sagst du, ich weiß nicht und ich würde sagen, ja, mit Virus lässt sich das leicht erklären. Aber es gibt nicht so viele Experimente, wo die Alternative-Hypothese mich zum Schwitzen bringt, wo du sagst, ja, da ist kein Virus drinnen und das kann ich mit diesem Experiment beweisen. Nein, das gibt es eigentlich nicht so. Das passiert halt nicht. So. Gibt es wie ein Corona-Viren-Isolat? Also es gibt zum Beispiel Infektivitäts-Assays, die gemacht wurden mit Corona-Viren. Wie genau, das hängt jetzt von deiner genauen Definition von Isolat ab. Lass mich ausreden, ob ich antworten kann auf die Frage, weil ich weiß jetzt ein paar Papers, die unter dem Namen Coronavirus-Isolat herumgehen und die haben verschiedene Sachen gemacht und je nach Definition des Isolats kann ich mit Ja oder Nein antworten. Genau. Und da ist halt, die haben es zwar isoliert, aber sie haben es nicht purifiziert, also die haben es nicht gereinigt. Da hat es ja Torsten Engelbrecht, Torsten Engelbrecht, der hier mit Klaus Köhnlein das Buch geschrieben hat, Virus waren hier, den ich auch in Hamburg hier kenne. Ich bin auch mit ihm in Kontakt. Er hat die namhaften Studien alle angeschrieben, hat überall gefragt, hey, do you have a purified virus? Und anstatt, wenn es so wichtig wäre oder wenn es nicht benötigt wäre, dann hätten die ja, also die haben alle gesagt, no, we don't have a purified virus. We haven't purified it. Wenn es aber nicht wichtig wäre, dann hätten sie maßgeblich geschrieben so ein Motto, hey, oder hätten sie geschrieben, hey, das braucht es auch nicht. Wir haben hier irgendwie die und die Methode, um Viren-Nachweise zu machen. Das heißt, meine Argumentation ist halt einfach, wir haben keine richtigen Venenisolate, wir haben keine Kontrollexperimente und wir haben auch keine Ansteckungsexperimente. Also gut, Ansteckungsexperimente, das sind jetzt mehrere Sachen. Also die Kontrollexperimente, ich bin der Meinung, zum Beispiel Plague-Isses haben eine Menge, es sind zum Beispiel implizite Kontrollexperimente und es gibt Plague-Isses für Coronaviren, da kann ich dir Papers dazu schicken. Dann Purifikation. Also ich weiß zum Beispiel, es gibt Papers, die haben Elektronenmikroskopie von Coronaviren gemacht. Du bist jetzt wahrscheinlich der Meinung, das sind irgendwelche Zellvesikel oder so etwas, sei es wie es sei. Auf jeden Fall, in allen diesen Elektronenmikroskopie-Papers verwendest du immer einen Mikrofilter und eine Zentrifuge, um diese Zellvesikel, die du meinst, dass sie gefilmt werden, lokal zu konzentrieren. Und dieser Mikrofilter, das ist ja genau der Vorgang der Purifikation. Da gibt es Paper darüber, die diese Purifikation gemacht haben. Also du kannst jetzt vielleicht sagen, ja, vielleicht haben diese Autoren gelogen und haben diese Mikrofilter nicht eingesetzt. Aber, also das wurde, denke ich, auf jeden Fall gemacht. Also ich kann mich zum Beispiel an ein Paper reden. Haben Sie, das ist denen halt überall nicht gelungen. Wie gesagt, ich kann das gerne von Thorsten Engelbrecht nochmal zuschicken. Hat alle angefragt und die haben alle gesagt, no, we haven't purified it. Und da auch, wenn man auch Luc Montagnier oder Duisberg anschaut, auch die bei HIV das schon alle gemacht haben, die haben auch immer gesagt, hey, we need to purify, we need a purified virus. Und das ist es halt nicht. So und da jetzt, also wir haben mit Virenisolation, wir haben über Kontrollexperimente gesprochen, wo du anderer Meinung bist. Ja, nicht nur anderer Meinung. Also das ist. Jetzt hast du uns über, jetzt hast du uns über Ansteckungsexperimente sprechen. Hast du bei der spanischen Grippe, dich mal, da gab es ja groß angelegte Ansteckungsexperimente. Weißt du darüber? Ah, spanische Grippe Ansteckungsexperimente weiß ich nicht. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, da habe ich, das war schon Mitte 2020, so lange bin ich schon radikalisiert im Bereich, im Bereich Corona oder im Bereich Viren sozusagen. Das ist von einer Mikrobiologin, die heißt Gina Colata, wenn ich mich recht erinnere, ist die irgendwie Dozentin oder Professorin irgendwie an, in Stanford und Princeton oder so, renommierte amerikanische Universitäten. und sie hat halt ein Buch darüber geschrieben, über die spanische Grippe, so nach Motto, wie ist die, ja, so nach Motto, was ist da damals passiert, so auf den Spuren der spanischen Grippe? Und sie sagt halt, sie sagt halt, also würdest du sagen, spanische Grippe war eine ganz schlimme Infektionskrankheit und wurde ja eigentlich auch zu Anfang von Corona, heißt es, hieß es ja immer, hey, wenn wir jetzt nichts machen, dann wird das so schlimm wie die spanische Grippe, oder? Ja, 20 Millionen sind gestorben, also sie sind schon bald da. Aber, aber du, würdest du sagen, das ist eine ansteckende Infektionskrankheit gewesen? Ja, definitiv. Okay, wie kann es dann sein, also man hat, Gina Colada beschreibt das in dem Buch sehr schön, sie sagt halt, man hat erst mal epidemiologisch versucht, das nachzuvollziehen. Damals, 1918, gab es noch nicht so groß Mass-Transport, also dass man, ja, dass dauernd Flieger von der Ostküste zur Westküste gegangen sind. Das heißt, sie hat versucht, sie hat gesagt, es gab von den amerikanischen Behörden, gab es epidemiologische Berichte, wo sie, also epidemiologisch müsste es ja sein, so von wegen irgendwie, ein Schiff kommt in New York an, und da kommt dann die spanische Grippe irgendwie in New York an, und breitet sich da vom Osten langsam in Richtung Westen aus. So müsste es ja epidemiologisch sein. Nein, nein, da müsste es nicht sein. Also rein epidemiologisch können verschiedene Sachen passieren. Okay, okay. Darf ich antworten? Das ist wirklich wichtig. Also, normalerweise würdest du das heute nicht mehr so modellieren, wie du es gesagt hast, sondern die besseren Modelle würden es so machen. Wir haben einen Graphen, wo die Verkehrsverbindungen, die irgendwie schneller sind, Städte enger zueinander rücken. Und da gibt es richtig gute Modellierung zu genau dieser Frage über das Coronavirus. Da hattest du, ja, und das würde, das führt dann dazu, dass zum Beispiel die Leute mit einem Zug gleich weiterfahren, aus New York und einige von den Leuten sind in New York angesteckt, die kommen angesteckt in dem, okay, 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 aber ich glaube, warte, stopp, stopp, lass uns nicht so sehr auf die Details eingehen. Fakt ist halt einfach, diese Gina-Colata, diese Gina-Colata glaubt an ansteckende Viren. Sie sagt, epidemiologisch konnte man das damals nicht erklären und heute auch nicht. Was? Das sagt sie in ihrem Buch. Kann ich dir das Buch erklären? Hä? Welches Fakt? Also es ist wahrscheinlich in den ganzen USA sind an vielen Orten plötzlich Fälle ausgebrochen, oder? Was wirst du sagen? Nein, sag mal nochmal. Aber das ist nicht von euch überraschend. Ich zitiere, ich lege jetzt einfach nur da, was in dem Buch geschrieben wurde. mich interessiert das Argument, nämlich. Was könnte man mit erklären? Sie sagt halt einfach, genau, es ist gleichzeitig aufgepoppt, alles zur gleichen Zeit. Ja, aber das würde ich auch erwarten. Das würde ich erwarten. Nein, aber sie sagt halt auch, dass es da und auch irgendwie 100 Jahre vorher, wo es auch noch gar nicht so einen Mass-Transport gab, dass es da immer so war, dass es immer zur gleichen Zeit überall ausgebrochen ist und dass sich das epidemiologisch mit dem Wissen von damals und heute nicht erklären lässt, sagt die Mikrobiologin. So in ihrem Buch. Aber das hat eine relativ einfache Erklärung. Okay, aber warte, stopp, 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 lass es nicht über, ich sage halt einfach nur. Aber es hat wirklich eine relativ einfache Erklärung. Menschen sind nicht fixierte Zellen in einem Monolayer. Menschen bewegen sich und reißen große Distanzen. Du willst jetzt, du hast mehr Ahnung als eine Mikrobiologin von der Stanford und Princeton University. Nicht in allen Dingen, aber in dem, also das Argument, das sie mir jetzt gerade da liegt, fühlt sich für mich nicht schlüssig an und entsprechend widerspreche ich und ich kenne die Weisheit, wie man das modelliert. Ich kann nur sagen, warte, ich habe das Buch vor fast zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren gelesen, Mitte 2020 oder Anfang 2020. Ich kann es nur aus dem, ich kann es nur in etwa zitieren und die sagt halt einfach, epidemiologisch lässt sich das nicht nachvollziehen. Ich will halt einfach nur sagen, nimm es gerade einfach mal so an, du kannst es gerne genau anschauen. Ich sage einfach nur, ja, mache ich gerne, mache ich gerne. Epidemiologisch, fall mir bitte nicht ins Wort. Sorry, 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 ich bin nur aufgehört. Also, ich wollte sagen, es ist halt für mich nicht so argumentativ wertvoll zu sagen, ja, irgendjemand wichtiger hat was gesagt. Nein, ich will nur sagen, die amerikanischen Behörden konnten es damals nicht nachvollziehen und in einem Buch, die, wie gesagt, sie ist, sie versucht halt einfach wissenschaftlich nachzuvollziehen, aus heutiger Sicht, das ist, okay, 2008 oder so geschrieben oder 2015, ich weiß es gar nicht, schon ein paar Jahre alt. Auf jeden Fall hat sie halt versucht, mit dem Wissen von damals und heute hat sie versucht, sich zu erklären, was bei der spanischen Grippe passiert ist. So, epidemiologisch konnte sie das nicht erklären. Da hast du vielleicht eine andere Erklärung zu, aber sei es mal dumm. Ich habe das sogar in der Empfehlung, darf ich das sogar in der Empfehlung? Nein, warte, nein, interessiert mich nicht. Okay. So, ich lasse mich mal, eigentlich wollte ich das Buch innerhalb von zwei Minuten erklären, aber wenn du mir da mal ins Wort fällst, dann brauchen wir nachher eineinhalb Stunden mehr. Das ist ein großartiges Thema. Also wirklich, ich habe darüber viel nachgedacht in der Pandemie und ich habe auch viele Vorträge geschaut. Wie breiten sich Epidemien wirklich aus? Da gibt es einen richtig coolen Vortrag von Dirk Brockmann über die mathematische Ausbreitung des Coronavirus und da ist genau dieses Problem angesprochen, das du gerade meinst. Das wäre in einem naiven geografischen Modell nämlich wirklich so, dass du es nicht erklären kannst, aber es gibt, wenn du menschliches Verhalten drin hast, das ist perfekt erklärt. Es ist wirklich so. I don't give, ja, und da ist halt natürlich, wenn die Theorien nicht passen, da kann man sie irgendwie passend machen, meiner Meinung nach. Nein, 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 Aber okay, stopp, 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 stopp. So, und sie sagt, nach den koschen Postulaten müsste man eigentlich, sie ist hingegangen oder sie hat von mehreren Forschern berichtet, die halt hingegangen sind, aus dem Permafrost, irgendwelche Leichen ausgegraben haben, die an der spanischen Grippe gestorben waren, wo es auch wirklich Aufzeichnungen gab. Man hat die ausgebuddelt, hat dann versucht, in deren Lungen hat man versucht, Viren von der spanischen Grippe zu entdecken. Ja, damals war das gar nicht so offensichtlich, weil die Leute haben ja bei der spanischen Grippe gedacht, das ist ein Bakterium. Ja, okay, okay, nochmal, und da ist halt, ich kann sagen, was ich will, du drehst dir alles zurecht. So, ich will einfach nur sagen, nicht zurecht, also, tschuldigung. So ist es, so ist es halt. So, du sagst dir, und da ist natürlich, egal was du sagst, ich versuche es in meine Welt reinzubringen und du versuchst natürlich meine Argumente in deine Welt einzuordnen. Das ist ja auch, das ist jetzt kein Vorwurf, das ist halt einfach nur, ich will, lass mich einfach meine Argumente zu Ende bringen. Die Frau argumentiert halt, sie sagt halt, Epidemiologisch konnte man es nicht nachvollziehen, man konnte keine Viren isolieren, indem man halt, egal ob es ein Bakterium oder Virus war, man hat nichts in den eingefrorenen Leichen von 1918 gefunden und man hat noch große Ansteckungsexperimente von der Armee gemacht, weil heute sagt man ja aus ethischen Gründen, macht man keine Ansteckungsexperimente, weil, so von wegen, die können ja sterben und das ist unmoralisch und so weiter, aber damals hat die Marine, die US Marine, hat damals dann halt große Experimente gemacht mit 100 Soldaten. Man hat halt gesagt, hey, sie waren irgendwie in Gefangenschaft oder so, hatten irgendwelche, keine Ahnung, auf jeden Fall hat man gesagt, hier, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr bei den Experimenten teilnehmt, dann werdet ihr begnadigt und wenn nicht, dann bleibt ihr halt länger im Gefängnis. So, man hat dann halt Ansteckungsexperimente gemacht, auch welche, wo man mit den Probanden, die nie vorher irgendwie krank waren, die nie vorher irgendwie eine Grippe hatten oder irgendwas, die auch isoliert auf irgendwelchen Inseln waren, damit ist man irgendwo ins Krankenhaus gegangen, wo die Leute mit der hoch ansteckenden spanischen Grippe oder angeblich hoch ansteckenden spanischen Grippe im Krankenhausbett lagen. Deren Aufgabe war es halt, sich zehn Minuten in die hinzusetzen, dann noch zwei Minuten sich irgendwie anhusen zu lassen und bei einigen hat man auch ganz direkt irgendwie Rachensekret, Nasensekret und so weiter genommen und das den Probanden direkt in den Rachen, in die Nase und so weiter reingesetzt und in die Augen und so weiter. Was meinst du von den 100 Leuten, wie viele haben nachher die spanische Grippe bekommen? Ich weiß es nicht. Sagt mir wahrscheinlich wenige. Keine Einzelne. Ja, okay. Also was du beschrieben hast gerade war ein sogenanntes Human Challenge Trial. Also kein Ansteckungsexperiment ist eigentlich ein Infektivitätsassay, das ist etwas anderes, ein bisschen, aber das, was du hattest, ist ein Human Challenge Trial. Das Interessante ist, wir haben bei Corona Human Challenge Trials gemacht gegen Ende. Imperial College, da ist gerade rausgekommen. Ja, und man hat aber Susitabilität nachgewiesen. Also man hat Leute anstecken können mit dem Coronavirus. So. Also die spanische Grippe in allen Ehren, ich weiß nicht, wie sauber alles war vor 100 Jahren, in verschiedener Weise waren sie damals einfach nicht so kompetent, wie wir heute. Aber wir haben heute halt Ansteckungsargumente gemacht. Hast du dir die Ansteckungsspiele? Kann ich ausreden? Ich habe dich ausreden lassen. Also ich muss mir jetzt genau anschauen, wie das passiert ist mit den 100 Leuten, die sich da anhusten haben lassen. Da weiß ich nicht, was da war. Weiß ich jetzt nicht spontan. Ich weiß auf jeden Fall, damals hatten sie eine Menge Fehlkonzeptionen über das Problem, was dazu geführt hat, dass sie eigentlich keine effektive Antwort hatten. Die fundamentale Frage ist, sind wir bei Corona in einer gleichen epistemischen Notsituation in dem Sinn, als dass wir uns auf 100 Jahre alte Berichte verlassen müssen? Und die Antwort ist nein. Also es gab Human Challenge Trials und da wurden ja auch Leute angesteckt. Ja, also hast du dir das vom Imperial College angeschaut? Also ich kann dir eins reinschicken. Ich habe mir das angeschaut und normalerweise muss man denken, bei einer hoch ansteckenden Corona-Infektion, alle haben nur milde Symptome bekommen und da ist halt auch, da ist dann halt die andere Frage, ich kann dir so viele Fälle, ich wollte da in Zukunft noch ein paar Videos zu machen, ich bin da gerade viel am recherchieren, es gab zum Beispiel einen Fall, hast du von den Antarktis-Forschern mitbekommen? Nein, aber ich will jetzt kurz auf das zuerst eingehen mit den, also ich meinte dieses zum Beispiel, da wurden 36 Leute angesteckt. So, 36 junge. Nur mal, Entschuldigung, jetzt Imperial College, das aktuelle. Ich weiß jetzt nicht, welches du meinst, ich meine dieses, das ich da gerade reingesteckt habe, das habe ich gerade gedacht. Und in dem Fall waren es zum Beispiel so 36 Freiwillige im Alter von 18 bis 29 without evidence of previous infection or vaccination were inoculated with bla bla bla. Okay. Ja, genau. 18, 53% became infected with viral load rising steeply and peaking. Und die hatten dann alle natürlich keine schlimmen Effekte, aber der Grund, warum jetzt diese Leute nicht alle sofort sterben, ist, es sind 36 Leute zwischen 18 und 29. Natürlich haben die keine extrem schlimmen Verläufe, weil das in dieser altes Kohorte selten ist und du nicht so viele Leute angesteckt hast. Ja, also erst noch mal, das ist das vom Imperial College von Christopher Schiu, den hatte ich auch geschrieben, da wollte man schon seit über einem Jahr, wollte man, also man hat Anfang letzten Jahres hat man die Studie gestartet, es hat jetzt über ein Jahr gedauert, bis das veröffentlicht wurde und ich bin gerade, ich bin gerade dabei, von Experten das mal prüfen zu lassen, für mich, ich vertraue dem Imperial College nicht, muss ich sagen und wie du schon sagst, so von wegen, erst mal haben die Leute dann nur milde Infektionen bekommen haben, bekommen und ich wollte gerade sagen, wenn du an Ansteckung glaubst, kann ich dir ganz viele Fälle nennen, wo, also ich kann dir zum Beispiel hier, kennst du den Fall mit der Antarktis, da sind Forscher, die sind irgendwie 30 Tage isoliert gewesen, die sind 30 Tage lang in Quarantäne gewesen, wurden vor der Quarantäne und nach der Quarantäne, wurden sie negativ mit PCR getestet, sind dann in die Antarktis gegangen, haben da irgendwie gearbeitet und auf einmal haben da irgendwie zwei Drittel Corona bekommen, obwohl sie gar keinen Kontakt nach außen hatten. Ja. Und solche Fälle gibt es auch mit argentinischen Fischern, da gibt es ganz viele Fälle auf Kreuzfahrtschiffen und so, wo halt einfach sieht, das ist eine, für mich eine Falsifizierung der Ansteckungstheorie. Das ist halt einfach, und es gibt auch Fälle von Leuten, die irgendwo im Wald sind oder so, gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen haben und dann trotzdem Corona bekommen. Ja, also ich meine, es gibt viele Weisen, wie du dich hättest anstecken können. Nein, und da ist halt einfach, da ist halt einfach, aber ich meine, das muss, also das ist doch irgendwie, also ich denke, wie genau die Ansteckung jetzt stattfindet, ist ja eigentlich nur, ein Viruspartikel muss noch funktionieren und in deine Nase hineinkommen. Und du kannst jetzt Virenpartikel mit dir mittragen, ohne dass du gerade herangesteckt bist in irgendeiner Form und das kann dich später dann bei dir eine Krankheit auslösen. Also ich sehe nicht, wie das eine Falsifizierung wäre. Die einzige Vorhersage, die die Ansteckungstheorie macht, per se, ist, dass solche Situationen seltener sind als Ansteckungen, die in Menschenkontakt stattfinden, weil die meisten Viren halt in Menschenkontakt sind. Wie lange kann sich denn das Virus verstecken? Das weißt du nicht. Das kommt auf die Oberfläche an. Es gibt unterschiedliche Oberflächen und unterschiedliche Inkubationsmedien, die unterschiedliche Effekte haben und die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie wir nicht genau wissen, wie lange das geht, ist relativ groß für alle Fälle zusammen. Aber so, das ist doch nichts wissenschaftlich, wenn man halt einfach sagt, wenn man ein Experiment nicht, wenn es falsifiziert ist und man dann immer noch sagen kann, aber, das ist ja auch bei HIV der Betrug, dass man sagt, das ist ein Slow Virus, der kann irgendwie nach zehn Jahren mal ausbrechen, aber wir sagen, mit dem Test sagen wir, dass du jetzt krank bist und irgendwann ganz schlimm HIV oder AIDS bekommst. Darf ich auf die wissenschaftliche Frage, die dahinter ist, antworten? Es gibt natürlich Tests, die du machen könntest für die Ansteckungshypothese, aber diese Tests, also es muss ja nicht so sein, dass jede Vorhersage, die du machst, klar überprüfbar ist oder klar falsifizierbar ist. Also du musst halt einen besseren Test finden, denke ich, als das. Und also das ist jetzt nicht unwissenschaftlich zu sagen, ja, ich bin besorgt, dass deine Widerlegung der These dieses Schlupfloch hat und wenn dieses Schlupfloch halt besteht, dann hast du nicht unbedingt die These widerlegt. Also das ist ja in allen Dingen so. Ja, und da ist halt die alle, fast durchgehend alle Corona-Fälle, die ich in meinem Umfeld habe, lassen sich mit der Menschentheorie nicht erklären. Ja, das sind wir jetzt im hart anekdotischen Bereich. Was ist die Inkubationszeit nach der offiziellen Theorie bei Corona? Die Inkubationszeit ist eine Verteilung, eine Breite. Was ist die Antwort? Ist die mittlere Inkubationszeit? Von einer halben Stunde bis drei Jahre. So kann man dann ja, das ist keine Wissenschaft. Ja, die mittlere Inkubationszeit, also nein, das wäre schon etwas, was sich auch Tests zulassen könnte, in dem Sinn. Wir machen eine Aussage über die mittlere Inkubationszeit. Die könnte ich dir jetzt so aufsagen, die war am Anfang irgendwie bei fünf, sechs Tagen sowas und dann mit Omikron ist sie jetzt niedriger. Aber es ist trotzdem so, dass die Inkubationszeit, die ist eine Verteilung. Und das ist eine Verteilung mit einem, also ich weiß jetzt nicht, wie tief die Statistik drin ist, aber das ist eine Verteilung mit einem sogenannten langen Schwanz. Das bedeutet, ja, manchmal ist die Inkubationszeit ziemlich lang. Und das ist von Anfang an bekannt gewesen, dass das der Fall ist. Und das widerlegt jetzt die Virusthese oder die Anstrengungsthese nicht, dass es eine variable Inkubationszeit gibt. Das ist halt so. So, und da ist halt, ja, ich kann nur auf Popper verweisen. Popper sagt halt, alles sind nur Theorien, alle Theorien müssen jederzeit hinterfragt werden. Und wenn ich halt auch selbst, wie gesagt, in meinem persönlichen Umfeld sehe, sehe ich halt, dass alle Corona-Fälle, die haben auch, die können sich entweder nicht erklären, wo sie Kontakt hatten oder sind dann irgendwie direkt am nächsten Tag direkt krank geworden, wo sie Kontakt hatten mit jemandem. Und das ist halt, wo selbst sogar, ich kenne Leute, die haben sogar mit dem Gesundheitsamt telefoniert, die sagen, nein, das kann nicht bei ihnen sein. Da können selbst irgendwie die Ärzte beim Gesundheitsamt und so, können sich das nicht erklären, wie die krank geworden sind. Und das sehe ich bei Corona überall. Okay, ich habe jetzt eine Überlegung, die das Ganze relativ interessant auftrennt. Deswegen wollte ich ja am Anfang auch ein bisschen so über Südkorea oder Taiwan oder sowas reden. Nämlich, ostasiatische Staaten sind überwiegend verschont geblieben von Corona. Also nicht vollständig, aber zu einem großen Ausmaß. Und meine Erklärung, dafür ist, das liegt in der Natur der Maßnahmen, die die ergriffen haben. Und eine Maßnahme, die in Ostasien sehr stark eingesetzt wurde, vor allem in Südkorea, war Kontaktnachverfolgung. Wir hätten, wenn die Infektionstheorie nicht stimmen würde, hätten wir eine starke Erwartung, dass Kontaktnachverfolgung überhaupt nichts bringt, um die Anzahl an PCR-Testmessungen, die wir verwenden, um zu sagen, hier findet eine Krankheit statt, stark zu beeinflussen. Aber wir sehen ja empirisch eigentlich das Gegenteil. Also das spricht für mich zum Beispiel für die Infektionstheorie. Siehst du, was ich meine? So, erst mal Kontaktnachverfolgung. Nur, wenn Person A mit Person B mal zufälligerweise über den Weg gelaufen sind, dann ist das eine Korrelation, aber keine Kausalität. Ja, exakt, exakt, aber die Aussage ist ja nicht, dass du alle kausal sicher nachverfolgst, wo das Virus her ist, sondern alle wahrscheinlichen Kontakte findest. Unter einer Theorie der Infektion ist es so, dass unter den wahrscheinlichen Kontakten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwo der tatsächliche Ursprungsfall ist und die dann in Quarantäne setzt. Und damit hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du eine Infektionskette unterbrichst. Wenn du die Infektionsketten unterbrichst, wird die Reproduktionszahl des Virus kleiner, weil die durchschnittliche Anzahl von angesteckten Leuten fällt. Und wenn sie unter 1 fällt, stirbt das Virus natürlich aus. Das heißt, ein theoretisches Verständnis, das Virus unter der Annahme von Reproduktion, von Ansteckung erlaubt dir eine effektivere Gegenmaßnahme gegen das gemessene Ergebnis der Anzahl der Reproduktion, der positiv getesteten Untertitel. Da kommt das Statistika. Aber es ist ja wirklich so. Das ist eine Korrelation. Ich frage dich jetzt mal ein paar Sachen. Wie gesagt, ich kann dir zig Fälle nennen, wo man, wie gesagt, mit der Antarktis, mit argentinischen Fischern, mit Kreuzfahrten, da werde ich in Zukunft noch ganz viele Videos zu machen, wo ich auf diese Viren eingehe und auch auf Pest und Masern und so weiter. Wenn man sich das alles ganz genau anschaut, dann sieht man halt, aber es gibt auch andere Erklärungen, die da meiner Meinung nach viel, viel mehr Sinn machen. Für was? Also da in Europa auf einmal die Hälfte der Bevölkerung gestorben ist? Also ich sehe jetzt keine gute, ehrlich gesagt. Bei was? Bei? Beim Schwarzen Tod, bei der Pest, bei der Lungenpest, bei der großen Ausbruch, bei 12,50 herum, Ja, da habe ich ein gutes Buch gelesen, da waren andere plausibel Gründe, ich muss nochmal nachschauen. Also die Mongolen haben ein paar Leute abgemurten. Lass uns jetzt nicht über die Pest sprechen, lass uns nicht über die Pest sprechen, aber alle sind 15% der Bevölkerung von England gestorben. Bitte? Beim englischen Schweiß, wir sind auf einmal 15% der Bevölkerung von England gestorben. Da gab es das nicht so. Englischen Schweiß? Englisch sweat. Ja, das war eine Infektionskrankheit, von der wir ja heute nicht mehr genau wissen, was es war, aber es hat sehr, sehr viele Leute getötet. Wie heißt das Englisch-Wort? Englisch sweat, der englische Schweiß. Englisch, noch nie gehört. Naja. Also es gibt sehr viele Ereignisse in der Vergangenheit, wie zum Beispiel in den letzten zwei Jahren, da hattest du auf einmal massive Übersterblichkeit weltweit. Also wenn du, der Economist hat so geschätzt in den letzten zwei Jahren, dass wir 20 Millionen zusätzliche Tote hatten. Das ist für mich sehr schwierig zu erklären, ohne einen Weltkrieg oder eine Alien-Invasion. Okay, ich nenne dir, für mich ist ja halt immer, wie gesagt, ich versuche halt immer so aus meinem persönlichen Umfeld halt Sachen mit irgendwie zu erklären und das eben mit den offiziellen Theorien abzugleichen. Ich erzähle dir mal zum Beispiel eine Geschichte. Eine Geschichte, ein guter Freund von mir, der hat seiner Freundin was nicht so Schönes gesagt und die Freundin hat dann gesagt, okay, hey, komm, wir trennen uns. Sie war halt irgendwie dicke Luft zu Hause und was war? Der Sohn, deren Sohn, der ist am nächsten Morgen wach geworden und hat keine Luft bekommen. Hat keine Luft bekommen und die sind damit in die Notaufnahme gefahren und die haben gesagt, ja, es ist irgendwie Bakterium in Kehlkopf oder so. Haben aber gesagt, keine Ahnung, woran das liegt. meine Erklärung ist, das ist dann so ein bisschen auch das, was Lanka immer so ein bisschen sagt, aber das kann es immer nicht hundertprozentig erklären, so fünf biologische Naturgesetze, halt normalerweise ist das sehr unwahrscheinlich. Warum sollte ein Kind auf einmal, auf einmal irgendwie keine Luft kriegen? So, da ist dann für mich die biologische Funktion, so von wegen, das Kind merkt halt einfach intuitiv, dass da dicke Luft ist, dass Mama und Papa sich trennen, dass das für das Kind in der Zukunft schwer wird und bekommt keine Luft. Das Körper, der Körper sagt eben, hey, so von wegen, du bekommst keine Luft und du musst jetzt irgendwie auf dich aufmerksam machen, dass sich die Eltern um dich kümmern, dass die Eltern vielleicht auch wieder zusammenkommen oder sich nicht trennen oder so. Das ist halt für mich dann so eine biologische Grundfunktion. So, das zum Beispiel ein Fall, wo ich sage, das lässt sich mit der Ansteckungstheorie, wo soll sich der Kleine, der war auch im Lockdown in einem Land, wo sehr strenger Lockdown-Maßnahmen halten, das war im Lockdown, die waren die ganze Zeit, hatten die keinen Kontakt, die waren nur zu dritt. Wo soll der Kleine sich irgendwo angesteckt haben? Also, ich weiß jetzt nicht den konkreten Fall, wo er sich angesteckt hat. Ich kann die Geschichte, also schau, ich kann jetzt schon überhören. Ich habe so ganz viele, ich habe so ganz viele Fälle, wo ich sage, ich sehe einfach, dass die offizielle Theorie vorne und hinten nicht stimmt. Das ist, das sehe ich bei mir im Umfeld und das sehe ich, wenn ich mir geschichtlich spanische Grippe, Pest, Cholera, Ebola und alles mögliche anschaue, HIV und so weiter anschaue, da sehe ich einfach, dass diese offiziellen Theorien vorne und hinten nicht stimmen. Und wie gesagt, wenn ich mich sehr genau mit beschäftigt hätte, dann hätte ich nicht eine halbe Million auch geboten für den Viren-Nachweis bei SARS-CoV-2. Die würde das mir auch noch mehr bieten. Also, darf ich da kurz noch mal ein wenig antworten auf diesen Umstand. Also, ich meine, ich habe viele Dinge, die ich jetzt so, die passiert sind in meinem Leben und darüber kann ich jetzt so nachdenken, ob jetzt das ein sonderlich repräsentatives oder interessantes Ereignis war oder nicht. Aber meine generelle Antwort auf sowas ist halt, es tut mir leid, aber das ist halt sehr unsymatische und anekdotische Darlegung. Also für jeden, der zugehört hat, ich werde niemals Ich sage ja, ich sage ja. Verstehst du? Und das Problem ist, ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie es der Kleine angesteckt hat. Keine Ahnung. Woher soll ich denn wissen? Ich kenne seine private Geschichte nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Möglicherweise gab es etwas. Möglicherweise war es wirklich irgendwie was Überraschendes. Vielleicht, ich will nicht einmal spekulieren darüber, weil ich habe jetzt keine Erwartung zu wissen, dass ich jeden Corona-Fall zurückverfolgen kann in meinem Kopf. Deswegen geht man ja als Wissenschaftler nicht hin und nimmt so einen Einzelfall und sagt, ja, mit diesem Einzelfall ist alles bewiesen, sondern was man macht, ist, man betrachtet die Hypothesen, die man haben kann. Also die eine Hypothese ist die Hypothese der Infektion und die andere ist die Hypothese, ja, Krankheiten sind nicht durch Infektionen übertragen und versucht, einen breiteren statistischen Trend zu betrachten, sodass halt die Zufälligkeiten des Alltags der Einzelperson nicht so ins Gewicht fallen, weil genügend Leute betroffen sind in diesem Trend und vergleicht die Vorhersagen der beiden Theorien und ob der Trend eher der einen Theorie entspricht oder der anderen Theorie entspricht. So, und da ist halt einfach, da ist halt einfach, da waren wir ja zu Anfang so und da sieht man halt einfach Paul Hannigan und der Tom Jefferson oder wie heißt er, der Jefferson und Hannigan aus Oxford und der Windeler, die sagen alle, der Staat hat kein Interesse dran, irgendwelche evidenzbasierte Politik zu machen, der hat gar kein Interesse dran, wenn die jetzt das perfekte Mittel haben, den unsichtbaren Feind, um ihre totalitäre Diktatur durchzusetzen, da werden die doch den Teufel tun, da irgendwie zu forschen, ob deren Theorie Hand und Fuß hat. Ja, aber ich bin nach der Meinung, dass die Recht hatten mit dem Ganzen und ich kann dir auch sagen, ja, wie gesagt, der Staat hat jetzt, ich habe da sehr berufen, berufen auf andere Forscher, Euro und sagen, die haben nicht recht und da können wir einfach nur sagen, darüber können wir noch reden, da müssen wir aber wirklich mehr ins technische Detail gehen, ehrlich, also wenn du mir die 1,5 Millionen Euro sofort geben würdest, wäre ich überrascht. Wenn du ein wissenschaftliches Experiment machen kannst, dann kannst du dich gerne an Samuel Eckert wenden, die werden das dann und klären die Bedingungen ab. Ja, da müssen wir, glaube ich, ins mehr Detail gehen, als wir jetzt um den Abend lösen können. Ich wäre natürlich an den 1,5 Millionen Euro interessiert, so rein persönlich, vielleicht helfen die Bedingungen. Aber da ist halt auch, ich meine, es gibt so viele Virologen in Deutschland, es gibt so viele Virologen in Deutschland, da hat sich kein einziger gemeldet, da müsste doch einer das wissenschaftliche Interesse haben und sagen, hey, ich melde mich einfach mal bei denen. Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich über dieses Center for Evidence-Based Medicine reden, weil das haben wir ja schon angekündigt am Anfang, oder? Okay, nein, lass uns nicht hin und her sprechen, jetzt waren wir gerade bei ansteckenden Krankheiten, da müssen wir nicht über Center for Evidence-Based Medicine Aber da gibt es halt etwas extrem Wichtiges, finde ich, was man nicht ignorieren darf, nämlich, es wurde ja in Corona, das war einer der wichtigsten Streitfragen in dem Ganzen und da hat dieses Center for Evidence-Based Medicine eine Meinung formuliert und viele andere Forscher haben verschiedene Meinungen zu diesem Thema formuliert und das ist nämlich diese fundamentale Frage, ist Corona, also, wenn du erkrankst damit, also du vermutest, ich vermute, du gehst zumindest mit, es gibt Erkrankungen, oder? Ja, ich sage natürlich, Leute, Leute werden krank, da, natürlich, das sehe ich halt, ich bin auch, okay, ich bin eigentlich nie krank, ich sollte ja auch als Ungeimpfter, sollte ich ja schon längst EMW gestorben oder die Frage, also die Frage ist, werden Leute krank mit einem symptomatischen Bild, das wir Corona nennen und wenn dieses symptomatische Bild vorhanden ist, dann können wir einen PCR-Test machen und der ist dann wahrscheinlich positiv. Ja, da, genau, da, genau, ja. So, und das ist ja eine von den interessanten Sachen, das war eine der größten Fragen ist, wie schlimm ist denn das, wenn du symptomatisch erkrankst? Und da gab es ja verschiedene Meinungen, die in der Pandemie formuliert wurden. Der Streeck zum Beispiel hat auch eine Meinung dazu, deswegen mag ich ihn nicht, weil Streecks Meinung falsch ist, meiner Meinung nach. Also Streeck hat geschätzt, in der Heinsberg-Studie, der berühmten, wenn du dich infizierst mit der Krankheit, und das können wir im Nachhinein feststellen mit Antikörper-Tests, also wenn du Antikörper, also wenn du symptomatische Erkrankungen hast oder auch nicht symptomatische, bildet dein Körper Antikörper aus und die kannst du den Leuten im Nachhinein abnehmen, können wir das feststellen, indem wir einfach zufällig Leute aus der Population nehmen und Antikörper messen. Das hat der Streeck in Heinsberg gemacht und da ist er draufgekommen, sterben, also es sind dann in Heinsberg und Umgebung, also in der Stadt, oder nicht in Heinsberg-Umgebung, in der Stadt, ich weiß jetzt nur, wie die hieß, das ist so eine kleine Stadt dort in dem Kreis, da sind dann, denke ich, acht Leute gestorben von den Leuten, die Antikörper nachgewiesen hatten und danach hat er gerechnet, ja, von so und so vielen Infizierten sind acht Leute gestorben, also sterben, ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben nach einer Infektion 0,37 Prozent und das ist meiner Meinung nach eine Unterschätzung gewesen aufgrund der Tatsache, dass du einen großen stochastischen Balken um die acht herum hast, natürlich und entsprechend keine große Sicherheit über die Höhe hast und er hat es halt in den Medien mit sehr viel Sicherheit immer präsentiert und das fand ich falsch. Aber diese Art von Studie, dass du Antikörper einsetzt um zu sehen, wie viele Leute sich infiziert hatten und dann ein repräsentatives Sample ziehst und damit den Prozentsatz Infizierten hast und dann abgleichst, wie viele von den Infizierten dann sterben nach einer gewissen Zeit und damit hast du auch keine Probleme mehr mit Dunkelziffern und so weiter, weil die Antikörper sagen dir das über die Dunkelziffer. Die wurden gemacht in Europa, die wurden gemacht in Spanien, die wurden gemacht in den UK und die wurden gemacht in Italien und die wurden gemacht in München in der sogenannten Tropeninstitutsstudie und das ist natürlich ein faszinierender Trick, damit findet man eigentlich raus, wie letal ist das Ding jetzt tatsächlich und das war ja eine der Fragen, ist das eine Grippe oder ist das etwas Schlimmeres und das Ergebnis war, circa ein Prozent sterben innerhalb von vier Wochen nach einem Corona-Infekt. und das ist natürlich eine horrende Rate, also was auch immer da umgeht, wie auch immer es umgeht, du selber glaubst nicht an Infektionen, es ist auf jeden Fall sehr, sehr letal, weil du musst das vergleichen, normalerweise sterben innerhalb von einem Monat nicht ein Prozent der Bevölkerung, normalerweise sterben innerhalb von einem Monat vielleicht 0,1 Prozent in Deutschland. Normal, du hast jetzt gerade von der Infection Fatality Rate von ein Prozent gesprochen, und nicht von der, oder du hast von der Case Fatality Rate gesprochen. Nein, 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 das war eine Infection Fatality Rate, die man abschätzen kann durch die, du kannst ja viele Weisen abschätzen, aber das ist halt eine präzise. Okay, über die Sterblichkeit können wir gleich nochmal sprechen. Ja. Wir waren jetzt gerade bei Ansteckung allgemein. Wie gesagt, ich bin da auf das Thema gekommen, wegen dem Center für die Evidence-Based Medicine. Wir haben halt eine unglaublich schlechte Schätzung davon abgegeben. Also das ist wirklich das Methodologische unsarbe. Kein Wunder, dass niemand auf die hört. Ich würde auch nicht auf die hören. Ich würde die nicht einmal einstellen, um auf meine Kinder aufzupassen. Vielleicht auf meinen Hund. Aber auch nur, wenn das ein Hund ist, den ich nicht mag. Ja, Virologen sind auch wahrscheinlich nicht die besten Babysitter. Trosten würde ich schon einstellen, dass Babysitter sind. Trosten, genau. Lass uns nochmal über Streeck, Streeck, was meinst du, wie ist öffentlich diese Heinsberg-Studie angenommen worden? Also ich habe da in Erinnerung, dass bei Twitter Sterbe mit Streeck und so gesagt wurde, dass da ganz schön angegriffen wurde für eine Studie, die eigentlich, natürlich sagst du hier, die ist stochastisch oder so. Ja, also ich fand sie nicht gut. Ich fand sie nicht gut. Du erlasst, vielleicht gibt es da methodische Sachen, die du kritisierst, aber grundsätzlich, aus meiner Sicht, ist es ja eigentlich genau richtig. Man hat halt vorher, hat man die ganze Zeit wild getestet, man hat halt irgendwie im Altenheim irgendwie jede Omi irgendwie dreimal die Woche getestet, hat jeden positiven Test als Inzidenz, also ist in die Inzidenzzahl mit reingegangen. Ah, da ist es ja nicht passiert. Nein, aber so hat man halt einfach, so hat man halt einfach keine, das haben ja auch die Schrappe-Gruppe hat ja auch die ganze Zeit gesagt, hey, und auch der, wie heißt der, der Willig, der Epidemiologe, der hat auch gesagt, hey, wir testen die ganze Zeit wild, wir haben da keine Kontrollgruppen. Die Zahlen, die sagen eigentlich überhaupt nichts aus, diese Inzidenzen. So, und Herr Streeck ist das erste Mal hingegangen und hat gesagt, wir gehen mal hin und schauen mal, dass wir Kontrollgruppen haben. Wir schauen mal, wie sieht das aus in einer repräsentativen Kontrollgruppe. Und solche Studien hätte man in ganz Deutschland mehrere einfach machen können, dass man gesehen hätte, das Münchner Tropeninstitut hat ein guter gemacht, eine große. Die hat dann eine Infektionssterblichkeitsrate von 0,8 Prozent oder 0,7, sowas gefunden in München, aber München ist halt auch ein bisschen jünger, also nicht so überraschend. Und in München hast du halt dieses Problem nicht, dass du da in Heinsberg hattest, dass du nur so wenige Tote hast, dass die stochastischen Schwankungen die Konfidenzintervalle sehr breit machen, die im Paper außerdem meiner Meinung nach falsch ausgerechnet wurde, wenn man die Infektionssterblichkeit abschätzt. Du meinst, nur Lockdown konnte das schützen, dass diese schlimme... Ja, also ich würde jetzt mal sagen, die Frage mit Lockdowns ist jetzt, Lockdowns sind wieder ein nicht so differenzierter Begriff, was uns geschieht... Oder lass uns, bevor wir über Lockdown sprechen, lass uns nochmal über PCR testen. Lass uns über PCR testen. Ja, ja, gerne. Über PCR zu sprechen. Weißt du, was Cary Mullis zum PCR-Test gesagt hat, der Erfinder des PCR-Tests? Also er hat ihn nicht gemocht, ich weiß es nicht genau, aber er war der Meinung, das ist ein gutes Mittel, um DNA zu replizieren, aber zum Virusnachweis ist er nicht geeignet. Das war... Cary Mullis hat gesagt, ich spät mal gerade kurz ab. So, er hat gesagt, der PCR-Test erlaubt dir eine winzige Menge von irgendetwas zu nehmen, sie messbar zu machen und dann es so darzustellen, als ob es wichtig wäre. Ja, das ist... Okay. It doesn't tell you if you're sick, it doesn't tell you if you... Es sagt dir nicht, ob du krank bist, es sagt dir nicht, ob das, was du gefunden wurde, dich wirklich schaden würde. Das heißt, das PCR-Test sagt überhaupt nichts aus und trotzdem hat man jeden PCR-Test in Deutschland, egal, ob der Symptome hatte oder nicht, erst mal hat man wild getestet, auch im... Die WRO hat sogar selbst gesagt, man soll nicht anlasslos testen, man hat ständig anlasslos getestet und hatte dadurch natürlich auch ganz, ganz hohe Inzidenzen, weil man diesen unsinnigen Test, der können wir auch gleich nochmal über Kormann Drosten über das Testprotokoll sprechen, weil man diesen unsinnigen Test massenhaft eingesetzt hat. Ja, also erstens einmal, wir haben ja, wie gesagt, die Antikörpertests, um nochmal gegen zu checken, wie das denn wirklich war, wie viele Leute... Sagen auch nichts aus. Ui, ja, alles sagt nichts aus. Dann wird es langsam schwierig, aber was wir trotzdem sehen, ist einfach Folgendes. Wenn du PCR-positiv bist, hast du eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben, als wenn du nicht PCR-positiv bist. Das sagt dir die Infektionssterblichkeitsrate. Innerhalb von ein paar Wochen. Und die Schätzung, und das heißt dann auch, das gilt auch für die Antikörpertests. Also du kannst da jetzt einfach mit einem direkten Possibilitätscheck abchecken, ob dieser PCR-Test nichts aussagt oder ob er doch was aussagt und sogar vielleicht was ziemlich Wichtiges aussagt. Und in dem Fall wissen wir einfach, die Falschsterblichkeit ist super hoch und gleichzeitig auch mit dem Antikörpertest, ja, die Infektionssterblichkeit ist super hoch. Also im Sinne von, ja, normalerweise in einem gewissen Zeitraum würden so und so viele sterben und wir wissen, hier sterben auf einmal viel, viel mehr. Du kannst sagen, vielleicht sind manche falsch zugeordnet und sie sind nicht tatsächlich an Corona gestorben, aber das ändert nichts, dass die Rate so hoch ist und dass selbst, wenn alle falsch zugeordnet werden, du nicht auf so eine enorme Rate kommst. Naja, ich meine, und da gibt es ja halt auch viele andere Studien, da hat halt die WHO, hat selbst, John Anides hat bei der WHO eine Studie zur Infection Fatality Rate veröffentlicht und hat gesagt, die ist bei 0,15 Prozent insofern, oder hat man 0,23 Prozent. Ja, ja, aber da ist halt, man kann natürlich sagen, wie du, 1 Prozent oder man kann 0,25 Prozent sagen oder, aber wie gesagt, da geht es halt erstmal immer um den PCR-Test. Da ist halt die Frage, hast du, dann möchte ich gerne mit dir über Cormann Drosten sprechen, über dieses Testprotokoll. Das können wir jetzt kurz jetzt kurz über den Ioannidis, über die Infektionssterblichkeitsstudie von Ioannidis. Also, ich habe jetzt geredet über Corona in einem Land mit der Altersstruktur, die so ist wie in Europa, also, wo du mehr alte Leute hast, als in Ländern wie Südafrika. Und natürlich hast du globale Variation in der Infektionssterblichkeitsrate und eine globale Infektionssterblichkeitsrate festzustellen, ist ein wenig unsinnig und das hat halt Ioannidis in dieser Studie gemacht. Die Witzelheit, ja. Und, ja, okay, da kann ich jetzt darüber spekulieren, ob das jetzt sinnvoll ist. Die Studie selber hat mehrere andere methodologische Probleme. Wenn du willst, können wir die wirklich eins zu eins durchgehen? Nein, nein, nein. Wie gesagt, das ist wirklich keine gute Studie. Unter anderem beleidigt da junge andere Forscher in dieser Studie. Ja, das geht überhaupt nicht. Da kann man natürlich drüber streiten. Lass uns, bevor wir über die Stärklichkeit von Corona sprechen, warte, warte, Herr Wasserstein, lassen Sie uns, Herr Wasserstein, lassen Sie uns über PCF-Termin sprechen. Sie können dann auch Fürst von Wasserstein zu mir sagen. Ja, genau, ja. Also. Ja, so, lass uns erst mal, weil die Infection Fatality Rate, die setzt halt immer einen positiven Corona, ja, so vom Ding, die sagt halt so von wegen, jemand hat einen positiven Test und ist nachher gestorben und deswegen, so berechnen wir dann unser Infection Fatality Rate. So, da müssen wir erst mal schauen, ist der PCR-Test überhaupt valide? So, und da möchte ich mit dir über das kommen, Drosten-Testprotokoll sprechen. Ja, also ich bin jetzt nicht so der große Experte für spezifische PCR-Protokolle. So, das ist das allerwichtigste Protokoll. Aber ich muss wirklich dazu sagen, das Argument, das ich vorgebracht habe, der Test misst was Wichtiges, ganz egal, wie er funktioniert. Das sagt halt einfach der Umstand aus, dass die Leute mit der hohen Rate sterben. Ähm, schau, der ist für mich von mir aus eine komplette Blackbox. Wir können aber wissen, ob diese komplette Blackbox, das kann ein Wunder-Orakel sein, aber wir können ja überprüfen, ob dieses Wunder-Orakel uns eine wichtige Sache über die Welt erzählt. Und die Antwort ist in dem Fall ja, weil einfach die Rate, mit der die Leute sterben, wenn das Wunder-Orakel sagt, der hat Corona, zu hoch ist. So, und da ist halt einfach, ähm, da ist halt, es gibt halt einfach viele Leute, die einen positiven Corona, da sind wir dann, äh, nachher, ja genau, warte, da habe ich auch hier Zahlen, warte, da kann ich dir, offizielle Zahlen aus Deutschland, äh, warte, ich schaue mal ganz kurz nach hier, offizielle Zahlen, äh, aus Deutschland, so, äh, so, laut einem, äh, gutachten des Bundes, äh, Gesundheitsministerium ist herausgekommen, dass 2020 nur 1,9 Prozent der ganzen Patientenzeit von Covid-Patienten belegt wurde. Und laut den Abrechnungsdaten, ähm, sind nur jeder Zweite war, äh, dass nur jeder Zweite wegen Corona-Verdacht im Krankenhaus war. Das heißt, äh, Moment mal gerade ganz kurz, wir sind auch schon ganz lange dabei, warte, warte, 1, so, das heißt, ähm, dass von diesen 1,9 Prozent Patientenzeit 2020, die schon super wenig ist, dass davon die Hälfte nur wegen einem Corona-Verdacht im Krankenhaus war. Das heißt, mehr als die Hälfte sind ins Krankenhaus gekommen, das hat auch Drosten selbst gesagt, weil sie wahrscheinlich einen Autounfall haben oder irgendwas, und dann positiv getestet werden. Das heißt, das heißt, und, und sogar nach den offiziellen Abrechnungsdaten der IGES, äh, sind in 2020 80 Prozent der Corona-Toten an anderen Ursachen gestorben. Ähm, also, gut, andere Ursachen, die, äh, die möglicherweise die Toten erklären, ist jetzt gerade dein Argument. Also, die Leute sind ja möglicherweise mit, anstelle von an Corona gestorben. Und da ist halt die Frage, es kommt halt überhaupt nicht auf Corona, oder irgendwas an, es kommt darauf an, wir hatten in Deutschland keine Übersterblichkeit, wir hatten auch in den Ländern. Ja, äh, das sind jetzt andere Sachen. Jetzt gehst du zur Übersterblichkeit. Nein, da ist das, man kann natürlich, man kann natürlich über an und mit sprechen, oder man schaut sich an, ja, aber bei an und mit gibt es einen ganz leichten Plausibilitätscheck, wie du sehen kannst, dass, dass es nicht, äh, überwiegend mit ist, sondern dass es überwiegend an ist. Und der Plausibilitätscheck ist, äh, einfach auf einem positiven PCR-Test folgend, ähm, äh, oder auf einen Antikörpertest folgen, äh, sterben in Deutschland in einer Zeitspanne von ein paar Wochen, eine sehr hohe Rate, nämlich, Münchner Truppeninstitut sagt, äh, 0,7 Prozent, sagen wir, äh, sagen wir einfach, die niedrige Zahl vom Sprech ist richtig, und es sind nur 0,37 Prozent. Selbst dann, ähm, ist es noch immer so, dass in dem gleichen Zeitraum nicht so viele Leute, äh, 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 normalerweise sterben. In einem Zeitraum von ein paar Wochen, wir haben in Deutschland nur 0,1 Prozent. Das heißt, selbst wenn man alle... Okay, aber das ist auch wieder nur eine Korrelation. Ich kenne, ich kenne mehrere Fälle von Leuten, die halt einfach irgendwie dehydriert waren oder einen Schlaganfall hatten, ins Krankenhaus gekommen sind, wo nebensächlich noch ein positiver Corona-Test war, dann sind sie kurz danach gestorben und sie sind als Corona-Toter in die... Aber, aber das Problem ist... Und nochmal, und nochmal, da geht es, da geht es überhaupt nicht darum, wir müssen uns dann, wenn, wenn das so ist, dass Corona eine schlimme Krankheit ist, dann müssten wir doch auch, vor allem in den Ländern, die keinen Lockdown gemacht haben, müssen wir doch eine schlimme Übersterblichkeit haben. Erstmal in Deutschland haben wir, natürlich kann man sagen, der Lockdown war wirksam oder so, in Deutschland hatten wir keine Übersterblichkeit, da gibt es sogar Studien von Statistikern zu und da können wir dann mal über die Länder sprechen, die gar keine Maßnahmen hatten, wie zum Beispiel in den USA, Florida, South Dakota, North Dakota oder auch in Afrika, Tansania, neben Uganda und so weiter, kennst du dich mit den Ländern aus? Ja, also, jetzt Tansania und Uganda zweifle ich einfach daran, an der Fähigkeit dieser Länder, gute Statistiken zu produzieren, belastbare. Du sagst jetzt so, es gab Länder, die keinen Lockdown hatten. In fast allen Ländern haben die Leute, also im Mindestensfall, im Allermindestensfall, hatten sie freiwillige Verhaltensveränderungen. Also, das ist fast überall passiert, einfach aufgrund der Information, es ist ein Virus, das geht um. Okay. Du würdest sogar, selbst da musst du, also, das ist fast unmöglich, das zu leugnen. Es gibt sicher in Florida irgendwelche alten Leute, die nicht rausgegangen sind. Also, das ist einfach nicht zu leugnen. Natürlich, natürlich, bestimmt, bestimmt. Genau, es gab einfach freiwillige Verhaltensänderungen fast überall. Das heißt, aber siehst du, wenn es doch freiwillige Verhaltensänderungen gegeben hat, warum muss es dann Lockdown geben? Ja, 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 gut, gut, gut. Ich wollte eigentlich vorhin noch zur Infektionssterblichkeit und An- oder Mitwes sagen, nämlich, aber gut, gehen wir zu Maßnahmen, einfach zu Maßnahmen hin, Maßnahmen-Debatte insgesamt. Ob sich viele Leute in einem Land anstecken, ist abhängig von sehr vielen Faktoren. Es hängt ab von der Temperatur, es hängt ab von dem Verhalten der Menschen, kulturell gesehen, es hängt ab von Maßnahmen, es hängt ab von Angst, je mehr die Leute Angst haben und je weniger sie rausgehen, desto eher stecken sie sich nicht an. Sehr viele Dinge gleichzeitig, die du kannst sehr schwer für alle für die kontrollieren und wenn du jetzt so ein einziges Land hernimmst und sagst, ah, dieses Land hat X gemacht und da ist nichts passiert, hast du leider keine starke Evidenz. Aber okay, nochmal, warte, wir haben, kennst du North und South Dakota, kennst du North und South Dakota in den USA? Ja, ich kenne North Dakota und South Dakota, ja. So, und da, das ist ja, ich meine, was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist, wir nehmen zwei Kontrollgrippen, die einen machen das, die anderen machen das oder nehmen das Medikament, die anderen nicht. So, und so ist es in den USA, hast du Laborbedingungen sozusagen, North und South Dakota, beide direkt nebeneinander, gleiche Demografie, gleiche, 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 ja, halt, gleiche Demografie, gleiches Klima, gleiche Bevölkerungsdichte und so weiter und die einen haben harte Maßnahmen, Lockdown, Maskenpflicht und so weiter, die anderen haben überhaupt nichts gemacht. Du siehst an den Zahlen gar keinen Unterschied. Ja, so, die Antwort ist, es sind halt keine echten Laborbedingungen, weil es gibt tausende andere Unterschiede jetzt zwischen North und South Dakota. Das heißt, wir können diese Frage nicht an einem einzigen Länderbar beantworten. Okay. oder, kann ich ausreden. Aber es gibt Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten und das ist wieder, indem man breitere statistische Trends betrachtet und das würde man so machen, man kodiert jetzt die Maßnahmen, die verschiedene Länder erlassen haben in Kategorien, wie zum Beispiel, das ist eine Kontaktbeschränkung für Leute mit über zehn Personen. Das ist eine Kontaktbeschränkung, die so und so wirkt und so was und dann kann man einen Katalog aus möglichen Maßnahmen, die Länder gehabt haben, erstellen und dann bewerten, welche Maßnahmen wo eingesetzt wurden und welchen Effekt das auf die Reproduktionszahlen hatte, das Virus. Und da findest du dann einen statistischen Trend für die meisten Maßnahmen, der der zeigt, dass die Reproduktionszahlen gesenkt wurden. So, kennst du die neue John Hopkins Metastudie? kenn ich. Was hältst du von der? Nichts, weniger ist nichts. Ich halte, ich brauche kein sprachliches Bild, um es zu verstehen. Ich glaube, die Leute können sich aus meinem Netz und da ist halt, ich schaue mir halt einfach an, man kann natürlich alles zurecht drehen und das, natürlich, das machen wir beide, so von wegen, wir haben beide unsere Meinung gebildet, so und wir sehen halt einfach, ich habe die wirklich gelesen. Natürlich gibt es halt diese Confirmation Bias, du hast das gelesen, ich habe das gelesen und ich schaue natürlich eher da auf das, das, was meine und du genauso und so weiter. Ich habe auch eine konkreten, also ich habe wirklich eine sehr konkrete Kritik an dieser Studie. Wie gesagt, die interessiert mich auch nicht, die John, nochmal, ich möchte nicht über John Hoppe, ich möchte nicht drüber sprechen. Aber du merkst schon ein bisschen was so, du hast ein bisschen deine Strategie, deine Strategie ist so, kennst du nicht und wenn ich sage, nein, dann reden wir darüber und wenn ich sage, ja, dann reden wir nicht darüber. Warte, warte, stopp, stopp, ich bin ja der Moderator. Ja, aber ein fairer Moderator wird in beiden Fällen. Nochmal, warte, warte, stopp, 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 wir sind jetzt über drei Stunden und ich, das hat, ich möchte, für mich geht es einfach nur, wenn du jetzt mit John Hopkins Studie anfängst, dann willst du mir zehn Minuten erst erzählen, welche methodischen Schwächen das hat, die ist mir ziemlich egal, die Studie. So, deswegen müssen wir gar nicht drüber reden. Ob sie jetzt meine oder deine Position unterstützt, das spielt keine Rolle. So, ich will einfach nur sagen, lass mich. Also, die ist relativ schlecht und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Strategie bisher war. Glaube ich dir, dass die schlecht ist, möchte ich nicht drüber reden, Punkt. Nicht drüber reden, Punkt. Okay, tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen genervt bin. Ich will halt einfach, oder dass ich, ich möchte halt einfach nur das ein bisschen abkürzen hier. So, lass uns über Tansania reden zum Beispiel. So, wenn man davon ausgeht, ich meine, John Hopkins University hat gesagt, so von wegen weltweit Lockdown, so von wegen, alle Länder auch in Afrika haben harte Lockdowns gemacht. und wenn man dem Narrativ glaubt, wenn man dem Narrativ glaubt, müssen überall in den Ländern, die keine Lockdowns gemacht haben, müssen die Zahlen durch die Decke gehen, weil vor allem in Lockdown, also in Tansania hat sich kein Arsch an irgendwelche Empfehlungen gehalten oder da gab es gar keine Empfehlung. Kennst du die Geschichte von Maggi Fuli in Tansania? Ja, von dem Typen, der dann gesagt hat, ja, bei uns gibt es kein Corona mehr und dann einfach nichts gemacht hat, der Chef. Ja, aber weißt du, warum er das gemacht hat? Weißt du, warum er das gemacht hat? Ich weiß die Bekündung nicht. Er ist Mikrobiologe oder Biologe, der hat im Westen eine Ausbildung gehabt, soweit ich weiß, Maggi Fuli, der ist halt sozusagen ein bisschen vom Fach gewesen und hat gesagt, hey, ich vertraue der WHO, der korrupten Organisation nicht. Ich schaue mal, wie zuverlässig dieser PCR-Test ist. Hat dann, und letztendlich, nachher wurden halt, um das abzukürzen, er hat halt einfach, nachher waren Mango, Papaya und Motoröl positiv und hat dann gesagt, dieser Test ist absolut unsinnig. Wir hören auf mit den Tests. Also das hört sich für mich so an, als hätte er das falsch administriert. Aber, okay, aber nochmal, aber nochmal. Da kann man natürlich, warte, stopp, stopp, nochmal, warte, du fällst mir dauernd, wenn du mir dauernd ins Wurz fällst, unterbrechen wir, hören wir gleich hier auf, Entschuldigung. So, also, wenn, wenn die Studie doch methodisch falsch gewesen sein sollte, was du jetzt sagst, warum hat man die nirgendwo wiederholt? Warum hat man nicht gesagt, komm, wir schauen mal, ob PCR-Tests bei Mangos und bei Motoröl und so weiter positiv anschlagen? Kann ich antworten? Also, man hat das auf eine gewisse Weise überall wiederholt, weil wir haben ja sehr viele Gebiete gehabt, wo wir eine, wo wir sehr viele Leute getestet haben, während die meisten Leute in diesen Gebieten negativ waren. Und das hast du, das hast du meistens im Sommer gehabt, hast du in Deutschland einfach Bundesländer gehabt, da war kein einziger Fall oder so, obwohl man tausende von Tests gemacht hat. Da war dann die Positivrate deutschlandweit auf einmal extrem niedrig und so weiter. Da hast du extrem viele implizite Negativ-Kontrollen immer gehabt und deswegen waren die Leute nie so, oh, wir müssen diesen Test komplett hinterfragen, dass der so eine riesige Falsch-Positivrate haben könnte, weil wir ja gesehen haben, dass die Positivrate sich genau dann ändert, wenn wir auch Spikes haben von Leuten, die sterben. Und das hast du jetzt vorgesagt. Kann das auch andere Gründe haben? Also ich bin vollkommen bei dir. Gegen mein Argument, dass es ganz viele Falsch-Positiver gibt und dass der Test nicht passend ist, ist dein Argument natürlich ins Feld zu führen, dass man im Sommer, wo man ganz viele Tests hatte, hatte man eine ganz geringe Positivrate. Das spricht natürlich dafür, dass... Ja, vor allem in einem Bundesland, in den Ländern gar nicht. Und in anderen Ländern auch. Genau, aber nochmal, vielleicht kann das auch andere Gründe haben? Ja, es könnte prinzipiell viele mögliche Gründe haben, weil die Welt ist ein großer Ort. Aber der wahrscheinlichste Grund ist einfach, ja, wenn da kein Schlipselvirus genommen ist, dann schlägt der Test nicht an. So, dann müssen wir auch über den Cormand Drosten, über das Papier sprechen. Das Cormand Drosten, weißt du, was die in dem Testprotokoll zu Anfang für einen CT-Wert festgelegt haben? Hast du dich mit dem CT-Wert beschäftigt? Ich weiß, was ein CT-Wert ist. Ich weiß nicht auswendig, welchen sie festgelegt haben. Ich schätze mal irgendwie einen hohen CT-Wert, sodass der Test deiner Meinung nach eine hohe Falsch-Positive hat. So, ich habe, du kannst dir gerne, ich finde, mein wichtigstes Video ist zu Herrn Schencher mit PCR-Test und Bettenkapazitäten. Das kannst du gerne mal anschauen. Da würde ich dich auch bitten, dass du das anschaust. Und da kannst du dann gerne auch einen öffentlichen Kommentar verfassen, wo ich dann gerne drauf eingehe auch. Das ist halt für mich einer der Hauptargumente, dass Drosten, also es war ja so, in Wuhan haben, also in China haben irgendwie sieben Leute oder so haben irgendwie ein bisschen Husten gehabt und China hat dann gleich einen Sondereinsatz-Trupp dahin geschickt, was für mich auch gleich erstmal ganz komisch ist. Sie haben gesagt, oh, das ist unbedingt, das stimmt hier irgendwie, ein neues Virus oder so. Und Herr Drosten hat sich mit seinen Kollegen, wie heißt er, von, egal, auf jeden Fall mit seinen Kollegen, der aus Berlin, der dann die Test nachher gemacht hat, Olfertland, genau, oder so heißt er, genau. Mit denen hat er sich dann hingesetzt und mit einer Truppe und hat dann gesagt, wir entwickeln jetzt mal ein Testprotokoll, hat dann, PCR ist ja letztendlich, man hat halt einfach ein Testprotokoll und sagt, wir haben die und diese Computersachen und benutzt mal diesen Computer-Code sozusagen, dieses Testprotokoll und lasst damit den PCR-Test fahren. Bist du bei mir da? Ah, ich war kurz raus, sorry, ich bin ein bisschen schon gekonzentriert. Ja, wir machen, lass uns noch zehn Minuten machen und dann sind wir durch. Sag deinen Satz nochmal, es tut mir leid, ich bin kurz abgeschwissen. So, lass uns, wie gesagt, wir sind auch gleich durch, wir sind jetzt hier über drei Stunden, ich bin auch langsam müde. Ich wollte eigentlich fünf Stunden, machen oder sechs, nein. Ja, ja, eigentlich wollte ich nach einer halben Stunde schon das beenden. Nein. Ja. So, erst mal PCR, das Testprotokoll von Corman und Drosten ist halt letztendlich nichts anderes als halt einfach ein Testprotokoll, wo sie gesagt haben, hier, wir gehen davon aus, wir haben aus der Virendatenbank, könnte der Virus so und so aussehen? Die haben dann aus Berlin, innerhalb von ein, zwei Tagen, haben sie halt dieses Testprotokoll zusammengeschustert, haben gesagt, hier, wir nehmen mal dieses Protokoll und das Protokoll, haben das nach China rüber geschickt, ohne jemals einen Patienten gesehen zu haben. Herr Drosten, er schreibt auch in dem Protokoll, schreibt er so von wegen, wir haben auf Grundlage von Social Media Berichten, haben wir dieses Protokoll zusammengestellt, haben wir sozusagen dieses Protokoll rüber geschickt, nach China haben wir gesagt, hier, probiert mal zwei verschiedene Protokolle, schaut mal, welches anspringt und das ist dann der PCR-Test, den wir verwenden. Ja, ja, aber bei dem, aber da ging es ja um einfach algorithmische Prior-Auswahl und solche Sachen. Okay, okay, ja, da kann man, da kann man, aber, 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 stopp, 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 ist die mit den Tests, mit den Tests im Sommer 2020? Stopp, du fährst mir wieder, du fährst mir wieder ins Vorort. Ja, aber das ist länger geändert. Ich war noch nicht zu Ende. Ja, ich war noch nicht zu Ende. So, und da ist halt, da ist halt, auch wenn man davon ausgeht, dass der PCR-Test dann richtig Corona erkennt, Herr Drosten hat im, so warte, ich hab mal, Herr Drosten hat in seinem, in seinem Testprotokoll geschrieben, was dann weltweit über so angewandt wird, hat er einen CT-Wert von maximal 45 eingestellt und man hat, danach hat man weltweit alle Corona-Fälle mit einem CT-Wert von 45 getestet. Das heißt, wenn du einfach nur mal irgendwie einen ganz, ganz kleinen Schnipsel bei dir hast, sozusagen, der Test musste ganz, ganz, das ist ja CT, Cycle Threshold, musste ganz oft amplifiziert werden, damit er da irgendwas findet. Das heißt, der war dann so hochsensibel eingestellt, dass der bei jedem kleinen angesprungen ist. Das heißt, man hatte dadurch, hatte man dann die Möglichkeit zu sagen, hey, wie viele positive Tests von wir haben, indem wir halt einfach den CT-Wert da einstellen. Das RKI hat nachher offiziell gesagt, alles bis bis 28, wenn ich mich recht erinnere, sehen wir an als ein Positiv, alles darüber zählt da nicht, da muss dann nochmal getestet werden. Und da ist, nochmal, warte, 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 stopp, stopp, stopp. Also, wenn Herr Drosten, das ist mein Hauptargument in meinem Video, Herr Drosten hat nachweislich, hat er zu Anfang, hat er gesagt, CT-Wert 45 und kam nachher irgendwie über ein Jahr, eineinhalb Jahre später, kam er an und hat gesagt, also, wir müssen den Mut haben, den CT-Wert auf 30 festzulegen, alles darüber macht keinen Sinn. Wo ich denke, Herr Drosten, das wusstest du von Anfang an, warum hast, warum sagst du das jetzt, warum kommst du damit jetzt erst? So, und er hat auch selbst gesagt, er hat auch selbst gesagt, eigentlich, er hat hier, Herr Drosten hat in der Tagesschau gesagt, dass bei 73 Prozent der Gesundheitsämter wird der CT-Wert selten oder nie erfahren. Das heißt, eigentlich müssten die Gesundheitsämter hätten von Anfang an hingehen müssen und hätten sagen müssen, okay, wir haben einen positiven CT, wir haben einen positiven Corona-Test. Alles, was über einen CT-Wert von 28 ist, der ist kein positiver Test, den zählen wir gar nicht. Aber wenn man alles bis 45 gezählt hat, hat man dann nachher eine Test-Pandemie gehabt. Und Drosten kam erst nach anderthalb Jahren an und hat gesagt, oh, Moment mal, vielleicht legen wir da mal eine Grenze fest, wo ich sage, willst du mich verarschen, warum hast du das nicht von Anfang an gemacht? Ja, also, die Zahlen, die wir hatten, sind ja aus vielen Laboren, sagen wir, die ganzen Labore haben unterschiedliche CT-Werte verwendet, meistens haben sie die gleichen verwendet. Das erklärt ja trotzdem nicht, dass wir auf einmal starke Veränderungen in Positivraten haben, in Zeiten, wo sie die CT-Werte nicht verändern. Also, das ist halt keine gute Erklärung. Weißt du das? Ja, schon. Also, ich habe damals das ein bisschen mitverfolgt, wie die Primer-Optimierung war im Sommer 2020. Und ich habe es jetzt nicht mehr alles perfekt beraten, aber die Sache war überwiegend die, du hattest auf einmal viele Länder sogar, die hatten überhaupt keine Fälle und dann auf einmal mit relativ ähnlichen Protokollen plötzlich wieder Fälle und so weiter. Und was du dann halt immer hattest, sind halt Spikes. Und wir haben ja vorher hast du das so gesagt, in Deutschland gab es keine Übersterblichkeit und die Antwort ist, wenn du es aufs ganze Jahr rechnest, ja, aber es gab so richtige Mortalitätsspikes in Situationen, wo gleichzeitig die Positivraten der Tests hochgegangen sind und die Sieben-Tages-Inzidenzen hochgegangen sind oder leichtzeitig versetzt natürlich. Das heißt, ja klar, wir haben überwiegend verhindert, dass sich sehr viele Leute anstecken in Deutschland, also im Sinne von über 50 Prozent oder sowas, da sind wir weit weg. Wir waren immer meistens so, dass die meisten Leute nie Corona hatten. Das antwortet auch dieses eine Seitenargument, das man gemacht hat, warum haben sich die Querdenker nicht eingesteckt. Naja, ganz klar, wenn sich niemand ansteckt, dann stecken sich die auch nicht an. Aber weil Ansteckung ja von Person zu Person geht und die hatten der Schutz der Herde auch der Schutz des Schlafschaffs ist. wo war ich? Ah ja, genau. aber ich muss wirklich sagen, also ich bin jetzt nicht der große Experte für PCR-Tests, deswegen will ich jetzt nicht so sagen. Nochmal, nochmal, nochmal. Der PCR-Test ist der Dreh- und Angelpunkt und du sagst, du bist kein großer Experte für PCR. Ja, weil ich einfach mit einem, mit mehreren Überlegungen ausschließen kann, dass der PCR-Test sinnlos ist. Und diese Überlegungen habe ich vorher dargelegt. Der kann wirklich eine schwarze Box sein, wo eine Fee drinnen ist, die irgendwas flüstert. Wir können ja prüfen, ob das, was die Fee flüstert, nützlich ist. Und wie wir wissen können, dass es nützlich ist, habe ich vorher schon dargelegt. Hast du, weißt du, was Herr Drosten 2014 in der Wirtschaftssoche zur MERS-Pandemie in Saudi-Arabien gesagt hat zu PCR? Was hat Drosten 2000, doch, warte, das habe ich mal gelesen. Da, warte, 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 warte. Ja, sag es mir wieder, aber ich lese mich ja hin, dass es da einen Artikel gab. Ja, aber die PCR-Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erdenmolekül des Virus nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben einen Tag über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst irgendetwas davon bemerkt, dann ist sie plötzlich ein MERS-Fall. Wo zuvor Todkranke gemeldet wurden, sind dann plötzlich Mildefälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Auch so ließ sich die Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu kommt, dass die Medien vor Ort die Sache unglaublich hochgekocht haben. So, wir sehen in Deutschland auch eine Explosion der Fallzahlen, weil sie einfach testen ohne Ende. Und natürlich, meinst du, meinst du, wenn eine Oma, was meinst du, in den Altenheimen, wenn eine Oma da wochenlang weggesperrt ist, keinen Kontakt hat zu ihren Angehörigen, wenn da dauernd Leute in Imkeranzügen reinkommen, die denen denken lassen, dass es dann eine ganz, ganz schlimme Pandemie ist. Meinst du, das ist lebensfördernd? Meinst du, da ist, es gibt doch, kennst du nicht, auch diese Studien mit Kindern, die man auch irgendwie von den Eltern entreißt und irgendwie in einem Raum steckt oder so, die sind ja auch ganz schnell gestorben. Und das sehe ich halt meiner Meinung nach auch in den Altenheimen. Ich bin ja auch immer, wenn in Hamburg irgendwie ein Ausbruch, ein Ausbruch war, da bin ich, ich bin mal nach Bad Segeberg hingefahren, da hieß es hier, 18 Tote in den Altenheimen, 18 Corona-Tote. Ich war hin und frage, was da denn Sache ist. Und die sagt, also die hatten zwar einen positiven Corona-Test, aber die wären auch so gestorben. Und das habe ich, das habe ich, das habe ich in allen, bei allen Altenheimen oder bei allen Krankenhäusern in Hamburg gemacht. Habe jedes Mal gesagt, hey, ich will mal gerne vorbeikommen. Ich möchte gerne sehen, wo sind die Corona-Toten? Und leider, leider haben die meisten entweder nicht geantwortet oder wollten nicht, dass ich vorbeikomme. Aber das ist es halt einfach. Für mich, ich, ich meine klar, ich sehe mich nicht unbedingt als Journalist, obwohl ich wahrscheinlich der einzige richtige Journalist bin, der bei Herrn Schencher sitzt, weil er, weil er, weil er das hinterfragt und versucht, wirklich der Wahrheit auf den Grund zu gehen, anstatt einfach blind, blind alles zu glauben, was, also Hochberichterstatter zu sein. Und da ist halt, ich versuche ja gerade, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ich höre auch so viele Freunde, die versucht haben, sich anzustecken, die, wenn jemand Corona-positiv, die gesagt haben, hey, ich komme mal vorbei, ich verbringe mal den ganzen Tag mit dir, huste mich mal an. Ich kenne so viele, wie gesagt, ich bin hier, ich bin hier der Ober, ich bin ja raditaler Corona-Leugner, okay, Leugner ist ja sowieso kein, aber ich sage halt, es stimmt vorne nicht und ich probiere seit zwei Jahren, mich vom Gegenteil zu überzeugen und trotzdem sehe ich es nirgendwo. Ja, da waren ja jetzt so viele, viele Sachen drin und ich glaube, ich werde mir eine, eine, eine Rosine rauspicken. So, und dann sind wir auch durch für heute, oder? Wir besprechen noch gleich eine Sache hier und dann kommen wir auch zum Schluss. Ja, nämlich, ich glaube, das ist halt eines dieser Argumente, das schwer endgültig zu widerlegen ist, ist diese Vorstellung, ja, die Leute haben solche Angst bekommen und sind dann gestorben. Allerdings muss ich da allen Leuten, die sowas glauben, ein wenig die Zahlen vor Augen führen. Also, wir haben Länder wie Peru oder so, da hat sich die Mortalität 2020, und 2021 nicht erhöht. Es gab nicht nur eine Übersterblichkeit oder so, sondern die Mortalität, aufs Jahr gerechnet, war verdoppelt. Ich kann mir einfach keinen Zustand vorstellen, wo doppelt so viele Leute wie sonst sterben, einfach aus Angst. Ich glaube, nochmal, du vertraust nicht den Zahlen aus Tansanäa, aber aus Peru vertraust du denen. Ja, aus Peru vertraue ich den Zahlen deutlich mehr. Vielleicht nur, weil sie mehr in der Narrativ reinpassen? Nein, aufgrund der Tatsache, dass es ursprünglich so war, dass das Peru nicht gut überprüft hat und danach so eigene Audits zum Beispiel gemacht hat in die Todeszahlen und dann bestätigt hat, dass es tatsächlich so hoch ist. Und aus mehreren anderen Umständen. Peru hat deutlich mehr Staatskapazität als Tansania. Da können wir drüber reden. Und die andere Sache ist, hier geht es nicht um Corona-Tote als Statistik, sondern wirklich um Tote. Um die Gesamtzahl an Toten zu zählen, brauchst du sehr viel weniger Infrastruktur, sehr viel weniger Testkapazität, sehr viel weniger Staatskapazität, als um die Anzahl an Corona-Toten zu zählen. Und was wir beobachten, ist einfach so eine extreme Übersterblichkeit in manchen Ländern. Peru ist da ein Beispiel und es gibt andere auch. Peru ist vielleicht das Dramatischste. Aber jedenfalls ist das für mich extrem schwierig zu erklären mit so etwas Einfachem wie Angst. Das ist einfach zu hoch. Die einzige Fall, wo man sonst solche Zahlen hat, außer bei Infektionskrankheiten, sind eigentlich Kriege. Aber es gab halt keine Kriege. Ja, aber wie lässt sich das denn erklären, dass Tansania gar keine Maßnahmen, ich habe mehrere Freunde, die da waren, auf Sansibar. Hier mein Kumpel Dave Brüch ist nach Tansania ausgewandert. Ich war selbst in Uganda, habe da den Lockdown verbracht und wäre fast in Tansania gewesen. Und ich kann sagen, die Afrikaner, wenn es keine, da auch in Uganda, mussten die Leute hart mit der Polizei dazu gezwungen werden, an sich die Maßnahmen zu halten. Wenn da keiner kontrolliert, dann ist da alles ganz normal. In Afrika, du weißt, wie es da, du kannst dir vielleicht vorstellen, wie es geht. In den öffentlichen Tassenfondsmitteln, wenn hier in ein Auto fünf Leute reinpassen, sitzen da zwölf Leute rein, in den Märkten, kuscheln die alle ohne Ende. Das heißt, nach dem offiziellen Narrativ, wenn das so ansteckend ist, müsste in Tansania, die gar keine Maßnahmen hatten, hätten die Zahlen durch die Decke gehen müssen. Naja, also Tansania hat ja mehrere begünstigende Umstände, oder? Zum einen ist Tansania sehr jung, wie der Großteil von Afrika. natürlich, natürlich müssen wir, da müssen wir, aber warum hat dann Uganda, Kenia, die Nachbarländer, warum haben die alle einen harten Lockdown gemacht? Also ich bin jetzt kein Politiker in Uganda und da ist vielleicht dann auch die Abwägung gegenüber persönlicher Freiheit und gesundheitlicher Sicherheit eine andere. Okay, gab es in Deutschland, gab es dir in Deutschland die Abwägung zwischen, weil du gibst mir recht, ein Politiker muss hingehen und schauen, okay, wenn ich das Corona laufen lasse, wird es ohne Lockdown, wird es so und so viel Tote geben, aber wenn ich einen Lockdown mache, der Lockdown wird auch immense Nebenwirkungen haben, dann muss man abwägen, was ist jetzt der bessere Weg? Gibst du mir recht? Ja, man muss aber auch, also was meine eigentliche Überzeugung bei dem Ganzen ist, ist, dass es Maßnahmenpakete gibt, die Win-Win sind, die sowohl weniger wirtschaftliche Einschränkung bedeuten, als auch gesundheitliche Probleme. Habt ihr eine Nutzeranalyse in Deutschland? Was? Es gab die, jedoch nicht. Wo gab es die? In der öffentlichen Diskussion, ich kann mich erinnern, ich glaube, bei Mays Berger war zum Beispiel einmal der Typ von Tübingen, wie heißt der, der Boris Palmer, war da, hat die, Boris Palmer ist ein grüner Schaumschläger. Ja, du musst es nicht mögen, er hat aber genau das angesprochen. Also es gab Leute, die darüber diskutiert haben, es gab Diskussionen darüber. Ich glaube, es gab sehr wohl diese Abwägung einfach aufgrund der Tatsache, dass Maßnahmen gelockert werden. Ich meine, wenn du sagst, es gibt die Abwägung nicht. Nein, nochmal, es gab, hast du von dem BME-League mitbekommen, dass ein leitender Mitarbeiter da einen offenen Brief geschrieben hat, der wurde übrigens nachher gekündigt, hat gesagt, hey, ich habe von Anfang an davor gewarnt, hier diesen Lockdown zu machen. Es hat niemals eine Kosten-Nutzen-Analyse gegeben und der wurde einfach nur rausgeschmissen und nur ganz wenige Medien, außer die Bild hat hinter der Bezahlschranke, hat darüber berichtet. Ja, also ich meine, die Aussage, also vielleicht hat das niemand berichtet oder schon, das weiß ich jetzt nicht, aber was ich weiß ist, mir fällt gerade eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die sehr öffentlich gemacht wurde und auch publiziert wurde ein und zwar, wie heißt denn das Institut nochmal, für das der Hans-Werner Sinn arbeitet? Institut, also IFO-Institut. Das IFO-Institut, hat eine Kosten-Nutzen-Rechnungs-Analyse gemacht, wo sie zusammengearbeitet haben. also mir fallen einfach mehrere Beispiele ein, wo die Kosten-Nutzen-Rechnung Das IFO-Institut, die kam erst eben Ende 2020 oder so damit, nicht von Anfang an. Die Frage ist, hat es im Bundesinnenministerium, bevor der Lockdown verhängt wurde, hat es da Kosten-Nutzen-Analysen gegeben? Okay, da ist jetzt der Goalpost ein bisschen geschoben, weil du hast mir vorher gefragt, hat es überhaupt irgendwas gegeben? Und jetzt ist der Goalpost, war es zu diesem Exakt? Nein, 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 nochmal, ich habe gefragt, du hast gerade gesagt, du bist kein Politiker, du weißt nicht, in Afrika hat man abwägen müssen, da habe ich gesagt, gab es diese Abwägung und natürlich war damit die Politik gemeint, die politische Abwägung, nicht irgendwelche politische Politiker, die in irgendwelchen Talkshows drüber gesprochen haben. Meine konkrete Frage war, gab es in den zuständigen Behörden die politische Abwägung, was jetzt, ob ein Lockdown sinnvoll ist oder ob die Kollateralschäden den, ja, als einfach Kosten-Nutzen-Analyse? Ja, also, ich weiß jetzt, das Problem ist halt, mir sind zwei Jahre passiert und da gab es viele Situationen, wo es die gab. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ganz am Anfang gab es zwei Strategiepapiere, oder? Das eine hat sich dann für diese Hammer-and-Dance-Strategie ausgesprochen und ich denke, da waren auch ökonomische Standpunkte vertreten in dem Strategiepapier und das war ja, das war ja das geheime Strategiepapier, das die Märklin auftritt. Also ich glaube, ja, das gab es, ja, das gab es. Nee, so, und da ist halt, da ist halt dieses Hammer-and-Dance, Hammer-and-Dance war einfach nur das Strategiepapier, dass man den Leuten einreden muss, so von wegen, dass man den Leuten einreden muss, hier Corona ist ganz, ganz schlimm, so von wegen, die Kinder können die Großeltern anstecken, wir müssen hier den Leuten Angst machen, ohne Ende, so, das war in diesem Strategiepapier, das ist ja auch moralisch total. Ja, aber der Hammer-and-Dance waren ja, waren ja, waren ja, nicht nur das Hammer-and-Dance selber, sondern waren mehrere mögliche Maßnahmenpakete. Okay, also, du weißt nicht, du weißt nicht von dem Elig, weißt du nicht, von Herrn Kohn, von Stefan Kohn. Nein, 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 das weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig für den Punkt, ob es prinzipiell diese Erwägungen gab und die gab es immer wieder in der Debatte. Nein, und da ist halt einfach, ich lese es dir mal kurz vor hier, die Bild hat im Mai 2020, habe ich hier geschrieben, während die meisten Leitmedien den Verfasser des BMI-Leaks als Außenseiter und Spinner darstellen, der unerlaubterweise seine Privatmeinung mit behördlichen Symbolen äußert, kaum auf die Inhalte eingehen und die beteiligten Experten außen vor lassen, springt nun die Bild dem Corona-Rebell, so hat der Spiegel den genannt, springt die Bild diesem Corona-Rebell bei. So, ist aber hinter der Bezahlschranke und der Verfasser ist Stefan Kohn, SPD-Parteichef, wollte SPD-Parteichef werden und war bis zu seiner Dospendierung als Oberregierungsrat im BMI tätig. Fetz schreibt die Bild, Kohn ist zuständig für Analysen der kritischen Infrastruktur, wozu neben Stromnetzen und Wasserwerken auch die medizinische Versorgung gehört. Aber seine Fakten sind unwidersprochen. So, man geht auf die Thesen der verschobenen Operationen, den abgesagten Vollbehandlungen und Suiziden ein und hier zentrale Figur und Kronzeuge für Kohns Warnung, Professor Peter Schiermacher, Chef der Pathologie in der weltberühmten Uni Heidelberg und Mitglied der Leopoldiner Akademie und auch Angela Merkel, die auch Angela Merkel berät. So, er hat schon Anfang Mai das BMI gewarnt, dass die Maßnahmen mehr schaden als nutzen. So, Erwähnungen und der Pressemitteiler, acht andere Experten, die dieses Papier mit unterschrieben haben. So, und da ist halt auch, der hat öffentlich, dieser Mann, der als Oberregierungsrat im BMI zuständig war für die kritische Infrastruktur und der medizinischen Versorgung, der hat gesagt, es hat niemals eine Kosten-Nutzen-Abrechnung gegeben und weil er nicht gehört wurde, hat er ein Papier mit acht namhaften Experten geschrieben, die gesagt haben, ein Lockdown wird katastrophale Folgen haben. Er wurde nicht gehört und er wurde dann nachher sogar suspendiert aus irgendwelchen fahnscheidigen Begründungen. Und das ist halt, wie gesagt, das passt für mich nur ins Bild, dass es da überhaupt nicht um Evidenz geht, da auch noch mal ein anderes Zitat dazu, dann bin ich auch mit meinem Punkt durch. Du kennst das British Medical Journal. Ja. So, Karam Abassi, das ist der Chefredakteur, er hat auch gesagt, es gibt bei Corona, gibt es eine staatliche Korruption im großen Stil, die Politik höre keineswegs auf die Wissenschaft, Wissenschaft in Anführungsstrichen, sondern sie picke sich aus dem wissenschaftlichen Befunden und Ratsteigen heraus, was in die jeweilige politische Agenda passt. Wissenschaft werde zum politischen und finanziellen Gewinn unterdrückt. Ja, ich glaube, jetzt sind wir wieder zurück zu dieser ganzen Debatte. Irgendwelche Leute haben irgendwas gesagt. Genau. Und da sind wir, da sind wir, nochmal, warte, da sind wir einfach nur bei dem Thema, glaubt man, und da ist halt einfach für mich, ich will einfach nur sagen, ich sehe da so viele Widersprüche, ich sehe halt einfach so viel, dass da, dass da vorne und hinten, dass alles nicht stimmt, dass es da einfach für mich eine Agenda dahinter gibt und dass es nichts mit Gesundheit zu tun hat. Oder was hast du zu dem BMI liegt? Was hast du zu dem BMI liegt und zu dem, was der BMJ-Chef hier sagt? Ja, das werde ich mir mal bei Zeiten in Ruhe ansehen. Aber wie gesagt, ich meine, ich glaube, du kannst jetzt mittlerweile meine Weise auf die Welt zu schauen schon ein bisschen besser einschätzen. Und die tatsächliche Antwort ist, mich persönlich interessiert das, was wahr ist. Mich interessiert, wie können wir über die Welt nachdenken? Wie können wir Dinge herausfinden? Und jetzt hat irgendein Politiker etwas gemacht, was dir nicht gefallen hat. Ich denke, das ändert nichts an der Lage. Wir sind... Nochmal, warte, warte, ein Politiker, das Bundesministerium hat über den Lockdown entschieden und es sagt einer, der Mann, der für den Lockdown verantwortlich ist, der als Oberstudienrat verantwortlich ist, der sagt, du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, hey, die afrikanischen Länder, ich kann nicht sagen, wer da eben die Kosten-Nutzen-Analyse... Ja, also, okay. Dann reden wir kurz noch mal über die Kosten-Nutzen-Analyse in den afrikanischen Ländern. Aber nochmal, nochmal... Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. So, bei den hast du jetzt schon mehrmals aufgebracht. Und der scheint dir einfach sehr wichtig zu sein. Ich habe einfach noch nicht so viel über Afrika nachgedacht, was da die optimale Maßnahmenpakete wären. Wir sind jetzt gerade bei Deutschland. Bei Deutschland hat keine... Ja, 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 aber du bringst das hier die ganze Zeit an. Also, will ich da kurz antworten. Die Antwort ist einfach, im individualen Interesse dieser Staaten, das ist ein bisschen anders als das Interesse der Welt. Weil für die afrikanischen Staaten ist eine Corona-Epidemie nicht so schlimm wie für uns. Und allein der Umstand, dass in einem afrikanischen Staat jetzt die Omikron-Variante aufgekommen ist, zeigt uns, ja, es gibt halt leider das Problem, dass dort sehr viele Infektionen waren. Für uns wäre es besser gewesen, wenn die Herrschere-Maßnahmen gehabt hätten. Das ist alles wahr. Die fundamentale Frage der Kosten-Nutzen-Rechnung war in vielen Argumentationen der Bundesregierung, der Kritiker-Bundesregierung über die letzten zwei Jahre drinnen. Und du sagst jetzt, irgendjemand hat dort gegen die Merkel aufgemuckt. Wieder mal. No, 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 nein, es war nicht irgendjemand. Ich habe mich jetzt langgereden lassen. Ich habe mich langgereden lassen. Also, irgendjemand hat gegen die Merkel aufgemuckt und Merkel, wie sie halt ist, hat normalerweise den Effekt, wenn du sie öffentlich stark kritisierst, findest du dich am Boden der Tatsachen zurück. Und dieser Boden der Tatsachen ist, vorher sagt sie, ich stehe voll hinter dir und danach sagt sie, oh, wo war dieser Typ noch mehr? Aber das ändert nichts daran, dass es diese Debatte gab und du mich gefragt hast, gab es diese Debatte? Und ich kann dir sehr viele Beispiele geben, wo es diese Debatte gab. Und du hast das auch gemerkt, du hast die eigenen Torpfosten ein bisschen verschoben. Du hast zuerst gesagt, ja, gab es diese Debatte? Und dann sage ich, ja, hier, hier, hier. Nein, 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 nein. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Du sagst mir jetzt irgendwo, es hat irgendwie, die Ivo-Studie war irgendwann Ende 2020 oder so, die war nicht zu Anfang irgendwo. Und du sagst irgendwie her, okay, aber nochmal, die war definitiv nicht zu Anfang, oder? Die war nicht zu Anfang 2020. Hallo? Sorry, ich wollte kurz die Ivo-Studie googeln und deswegen habe ich mich gemütet. Also, ich wollte sagen, die Ivo-Studie, die war nicht sofort rausgekommen, aber die Leute im Ivo-Institut haben sich ja trotzdem irgendwie Gedanken gemacht. Die Leute, die Leute, schaut, wenn eine Studie so wie diese entsteht, heißt es, dass trotzdem davor irgendwelche Wissenschaftler in diese Richtung nachgedacht haben und die reden auch miteinander. Es gab diese Überlegungen in Deutschland. Aber okay, nochmal, das sagst du, das sagst du als Herr Wasserstein, der irgendwo im Internet seine eigene Meinung bildet. Fürst Professor von Wasserstein. Genau, aber ein Oberstudienrat oder keine Ahnung, auf jeden Fall, der Mann, der im Bundesinnenministerium dieses, das Ministerium, das über den Lockdown entschieden hat, Herr Seehofer damals, der war sozusagen der zuständige Sachbearbeiter dafür oder das war sein zuständiger Bereich. Er hat selbst gesagt, öffentlich hat er gesagt, es hat im BMI keine Kosten-Nutzen-Analyse stattgefunden. So, wenn er das öffentlich sagt in einem BMI und dafür seinen Job riskiert, kann man da vielleicht mal genau hinhören, was da sagt? Ja, du kannst gerne hinhören, aber ich glaube halt, dass es diese Analysen allgemein gab. Was? Nein, es passt schon. Es passt nicht in deinem Weltbild. Also, dass Leute irgendwie keine Kosten-Nutzen-Analyse nicht machen, würde auch in mein Weltbild passen, weil ich halte die Menschheit, mich selbst eingeschlossen, niemanden für fundamental kompetent, niemanden so, dass er immer die ganze Zeit alles abcheckt und überprüft und was weiß ich nicht was und möglicherweise hätten sie mehr Kosten-Nutzen-Analysen machen sollen oder was weiß ich nicht was. Aber ich weiß einfach, dass das Teil der öffentlichen Diskussion damals war. Aber okay, aber öffentliche Diskussion, natürlich war das dann irgendwann im Laufe, hat man dann darüber gesprochen, hat man gesagt, oh, Lockdown, ja oder nein und dann gab es ja auch das Schrappepapier später oder nee, die haben auch schon am Anfang angefangen. Aber die Frage ist, ob das BMI als zuständige Behörde, als, wie du gerade gesagt hast, du hast gerade gesagt, so, du weißt nicht, wie die Kosten-Nutzen-Analysen der Politiker in Afrika waren und das impliziert ja, du erwartest, dass Politiker eine Kosten-Nutzen-Analyse Abwägung machen. So, und diese Kosten-Nutzen-Abwägung hat es in der zuständigen Behörde definitiv nicht gegeben. Punkt. Okay, aber das ist jetzt wirklich, der Torpfosten hat sich weit bewegt. Aber das ist egal. So, sagen wir, es ist so. Ich sage, der Punkt ist so. Ja, es ist so. Es gab diese Kosten-Nutzen-Analyse. Das endet nichts daran und zwar wirklich überhaupt nichts daran, dass Corona existiert, dass die Maßnahmen sinnvoll waren, im Nachhinein betrachtet, dass wir bewahren können, dass das Maßnahmen-Nutzen-Analyse überwägung funktionieren. Okay, okay. Und nochmal eine andere Sache. Wir haben gerade über Omikron gesprochen. Weißt du, die Omikron-Entdeckerin aus Südafrika, hast du das interviewt? Omikron ist milder. Ja, ja. Und sie sollte nicht sagen, dass es milder ist. Das ist der Tag, oder? Bitte nochmal? Omikron ist milder und sie soll nicht sagen, dass Omikron milder ist. Darum geht es gerade. Oder? Genau. Sie hat gesagt, mir wurde gesagt, ich solle öffentlich nicht erklären, dass es eine milde Erkrankung sei. So, da ist für mich wieder ein Indiz, dass es nicht um Gesundheit geht, sondern darum geht, Panik zu verbreiten, dass es nicht um wissenschaftliche Evidenz geht, dass man Informationen unterdrückt. Das passt für mich wieder ins Bild, dass es hier nicht, wie gesagt, dass es hier ein Agenda ist und nichts anderes. Ja, also, da habe ich immer eine Frage. Also, wenn Omikron milder ist als Delta, siehst du dann, Delta ist gefährlich? Ich halte Corona für überhaupt nicht für gefährlich. Ich sage halt einfach, das ist der größte Betrug von vorne bis hinten. Also, alles ist... Ich würde mich sogar, wenn das UKE jetzt sagen würde, hier, komm, wir haben hier zehn Hochinfektiöse, dann würde ich sogar sagen, hey, komm, ich möchte, sperrt mich eine Woche lang mit denen in einem Raum ein. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken, dass ich überhaupt irgendwie mal ein bisschen Schnupfen bekomme. Ja. Und ich würde auch meinen 70 Jahre alten Vater bestehen. Aber wie passiert denn das? Wie passiert denn das, wenn Corona nicht einstecken kann? Aber gut. Ja, genau. Und deswegen ist es halt, ich sage, ich habe, wie gesagt, eine halbe Million, ich würde sogar noch mehr bieten, dass ich sage, das ist von vorne bis hinten der größte Betrug und wir haben keinen Nachweis dafür. Aber können wir eine Alternativhypothese anbieten? Die Alternativhypothese bei Omikron ist relativ einfach. Nämlich, es gibt einen Unterschied zwischen Omikron und Delta, der, also, der an, also, ob es milder ist oder nicht, das ist eine Sache. Und der andere Unterschied zwischen den beiden ist, Omikron steckt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Geimpfte an. Und wenn das so ist und Geimpfte einen größeren Anteil der Erkrankten ausmachen, hat man eine statistische Verzerrung. Und diese statistische Verzerrung ist, Okay, okay, okay. Stopp. Nein, 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 nein. Du willst die Antwort hören? Das ist halt. Du hast jetzt eine riesige Verschwörung. Ich spreche mich raus. Sorry, ich moderiere hier und wenn ich, wenn ich jetzt sage, Ich bin der Moderator hier und wenn ich sage, ich möchte das Argument, das können wir jetzt aus Zeitgründen, sollen wir das nicht weiter ausführen, dann ist das gut. Ja, ja, ja. Aber du hast das Argument gebracht. Ich habe mir gesagt, Omikron, jetzt kann man natürlich sagen, Omikron auch nicht so anstecken, bla, bla, bla. Aber wie gesagt, du weißt, dass ich da anders drüber denke. Lass uns über wichtige Sachen sprechen. Ja, aber das Problem ist, stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Lass uns da nicht drüber sprechen. Das ist halt jedes Mal. Nein, da ist halt ein Punkt. Wenn du glaubst, dass du einen Punkt interessiert, ah, reden wir darüber. Und wenn du glaubst, ich habe einen Punkt, dann sagst du, interessiert mich nicht, reden wir über was anderes. Nein, 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 da kannst du natürlich sagen. Nein, nein, tut mir leid. Bitte, die Zeit ist, wir sind jetzt fast bei vier Stunden und da ist halt, wie gesagt, ich möchte halt, ich möchte, ich möchte einfach nur die Diskussion halt ein bisschen kondensieren auf das Wesentliche. So Omikron, meiner Meinung nach, also mich interessiert es überhaupt nicht und deswegen, jetzt haben wir ganz viel über Corona gesprochen, lass uns eher nochmal, jetzt zum Abschluss nochmal, findest du die Regeln alle konsequent und vernünftig oder siehst du da Widersprüche? Ich finde, es gibt Inkonsequenzen, die sich logisch. Also, ich meine, es ist unmöglich, ein Gesetzessystem zu haben ohne Inkonsequenzen, deswegen ist es als binäre Frage natürlich trivial, als inkonsequent zu beantworten, aber gibt es oft einen Plan hinter den Regelungen, die es gerade gibt, der sinnvoll ableitbar ist und der aufgrund unserer epidemiologischen Notlage herleitet, dann ist die Antwort auch ja. Okay. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht hier nochmal. Herr Drosten hat im Juni 2021 gesagt, es ist in den allermeisten Fällen eine milde Erkrankung. Hältst du für eine milde Erkrankung einen Lockdown für, also du meinst, das war alles angemessen bei einer milden Erkrankung? Mit einer milden Erkrankung in den meisten Fällen schließt du ja nicht aus, dass es viele Fälle gibt, die keine milde Erkrankung sind. Und das Problem ist einfach die Kombination aus der erwarteten Anzahl an Ansteckungen, wenn man nicht interveniert, interveniert und der im Vergleich zu anderen Atemwegserkrankungen hohen Letalität. Okay. Die andere Sache noch, hat man für dich, also von Anfang an war für mich nur die Impfung und Lockdown waren die einzigen Lösungen. Ich habe nie was von Behandlungsmethoden gehört oder davon, dass man einfach keine Angst haben soll, dass man sich bewegen soll, dass man auch sich vor allem auch gesund ernähren soll, dass man halt einfach, ich meine vorher, ich meine an Krebs sterben viel mehr Leute als im Corona, an Herzproblemen sterben auch viele Menschen, an, das sind halt alles Krankheiten, die halt einfach, halt einfach so Zivilisationskrankheiten sind, die, die, wenn man, wenn der Staat da Interesse an der Gesundheit der Menschen hätte, hätte er schon längst da seine Ressourcen hindenken können und die Bevölkerung gesunder machen können. Warum hat man das, warum hat man bei Corona nur die Konzentration auf, oder hast du gesehen, dass irgendjemand gesagt hat, hey, habt keine Angst und ernährt euch Gute und nehmt Vitamin C oder irgendwas? Also erstens nochmal, keine Angst zu haben ist halt kontraproduktiv, weil wir in einer Pandemie mit einer ansteckenden Krankheit hast du das Problem von Übertragung von Person zu Person. Wenn du keine Angst hast, machst du Infektionen wahrscheinlicher. Deswegen ist die Message, keine Angst haben, kontraproduktiv. Hattest du Angst? Nein, nicht im Sinne von, ich hatte Angst um mein eigenes Leib und Leben. Ich hatte Angst davor, mich anzustecken aufgrund verschiedener Nebenwirkungen, die Corona haben kann, selbst bei einem jungen Mann. Und ich hatte natürlich Angst über meine älteren Verwandten. Aber jetzt nicht im Sinne von, ich habe komplette Angst vor jemanden auf der Straße. Aber ich hatte auch Angst, dass viele Leute sterben, in dem Sinn. Aber irgendwo auf einem abstrakten Sinn, natürlich, weil wir eher an uns selbst und an unsere Familie denken, also ich zumindest. Das abstrakte Level ist meistens für mich nicht emotional so präsent. Aber trotzdem auf einem gewissen Level schon. Und ich hatte in den frühen Phasen, in den ganz frühen, wo wir die Letalität noch nicht hundertprozentig festmachen konnten und die Konfidenzintervalle noch breit waren, um die Schätzungen herum, gab es eine Chance, dass Corona deutlich letaler ist. Also damals von dem, was wir wussten, als wir heute wissen, dass es ist. Und ich denke, da war dieses eine Paper über Repatriationsflüge. Und das hatte ein oberes Konfidenzintervall für eine Infektionssterblichkeitsrate von vier Prozent. Und da wusste ich, wenn es vier Prozent ist, dann kann es mehr sein, als nur ein kleines Rumpeln. Dann kann es bedeuten, dass Starten desintegrieren. Aber es war ja dann nicht so. Aber da hatte ich das Gefühl, ja, das geht schon in die Größenordnung, dass es richtig übel werden könnte. Da hatte ich kurz Respekt. War dann nicht so. Wir haben dann, die Konfidenzintervalle sind enger geworden und wir haben gewusst, ja, das ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Und du bist also der Politik dankbar und betest Frau Merkel an, dass sie da so weise entschieden hat. Ja, ja, der fortgesetzten Merkel-Regierung unter Karl Lauterbach bin ich sehr dankbar. Und die, das ist ein Witz, hoffentlich kommt der rüber. Das wird zu Anfang reingeschnitten, damit das ein bisschen lustig wird. Du hast also draußen den Merkel-Schrein und sagst Frau Merkel an. Meine nicht-sakastische Antwort ist, nein, ich finde, sie haben es ein bisschen verbockt, ehrlich gesagt, weil die ostasiatischen Staaten waren deutlich effektiver darin, Infektionen zu vermeiden durch Maßnahmenkombinationen, die stärker abgezielt haben auf No-Covid, also die Infektionszahlen ganz niedrig zu halten. Das hat den Vorteil, dass Kontaktverfolgung deutlich effektiver wird. Das Gleiche wurde auch gemacht in Australien und in Neuseeland und wurde auch argumentiert in Strategie-Partipieren in Deutschland. Also Michael Meyer-Hermann, den ich sehr schätze, der war Co-Autor eines solchen Strategie-Papiers. Also ich hatte das Gefühl, dass nicht alles richtig gemacht wurde und dass am Anfang zu viel Trägheit herrscht. Bei einer Pandemie, das ist ein bisschen wie bei einem Feuer. Wenn du das Feuer am Anfang erwischt und ausstampfst, hast du viel weniger Probleme, als wenn schon einmal dein ganzes Zimmer brennt. Und das leitet sich ab aus der theoretischen Natur von Ansteckung und Halbmaßnahmen bringen keine halben Erfolge in solchen Situationen. Und die deutsche Politik und die europäische Politik war deutlich zu träg und entsprechend finde ich, da gibt es Grund zur Kritik und es gibt auch Beispiele, die das deutlich besser gemacht haben. So, ich sehe gerade, Herr Lauterbach hat gesagt, dass 80 Prozent seines Erfolges oder unseres Erfolges waren den Horrorbildern aus Italien geschuldet. Oh, ja. Was sagst du zu Bergamo? Ja, Bergamo ist ein spannendes Thema. Zu den Militärkonvois, haben Sie dir damals Angst gemacht? Nein, Angst nicht. Ich fand, es war eine erstaunlich gute Gelegenheit, um nochmal zu doppelchecken, ob die Infektionssterblichkeitsraten stimmen. Weil, was ich gemacht habe, ich damals war, ich habe die Sterblichkeitsdaten aus Norditalien für die einzelnen Provinzen mir online gesucht. Google Translator hat mir sehr geholfen, weil ich kein natürlicher Italienisch-Sprecher bin. Und danach habe ich die in einer relativ großen Tabelle gehabt. Und da war Bergamo unter anderen Provinzen vorhanden. Ich habe dann auch Sterblichkeitsdaten aus den letzten Jahren für die gleichen Monate gefunden und habe dann eine relativ einfache Rechnung gemacht. Falls 100 Prozent sich angesteckt haben in Bergamo, wie letal muss das Virus minimal sein? Und konnte damit eine untere Grenze für die Infektions-Fatalitätsrate von 0,5 Prozent ableiten. Und habe damals schon gewusst, ja, der Werteherr Streeck liegt einfach daneben. Du hast damals schon 0,5 Prozent aus Bergamo abgeleitet? Aus den norditalienischen Provinzen mit der maximalen Übersterblichkeit. Da gab es einige, die deutlich höher waren. Du hast 0,5 Prozent abgeleitet, aber sagst nachher trotzdem, irgendwie hälst du eine Infektionssterblichkeit von 1 Prozent sogar für wahrscheinlich. Also für Deutschland haben wir nur die Zahl, die belastbare Zahl von 0,7 oder 0,8 Prozent. Aus der Münchner Truppeninstitutsstudie, soweit ich weiß. Wahrscheinlich ist es mittlerweile niedriger, weil wir mehr wissen über die Krankheit, über die Behandlung. Es gibt auch verschiedene antivirale Medikamente, die, glaube ich, mittlerweile eingesetzt sind. Aber ich bin jetzt kein klinischer Kliniker, der das genau macht. Aber zu der damaligen Zeit war für mich die Zahlen aus Norditalien ein guter Anhaltspunkt. Bergamo selbst, also die Stadt, oder... Aber was sagst du zu den Militärtransporten? Die habe ich mir gar nicht so angeschaut, die Bilder oder so. Ich bin nicht so, ich bin ein zahlenfokussierter Mensch. Ich war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ah, hier... So, aber da würdest du sagen, dass ich würde, meine These ist ja, dass es bei Propagandaaktionen, dass es da um die Macht der Bilder geht. Und das Bergamo, wie Lauterbach schon getwittert hat, Bergamo war 80 Prozent des Verfolges. Und wenn man da sieht, weißt du, wie da geschummelt wurde bei den Militärkonvoi? Ah, da wurden wahrscheinlich mehr irgendwie Leute auf so einen Konvergleich... Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht gewusst, wann wir die Bilder... Es wurden... Das ließ sich ganz einfach erklären, hat sogar der Bayerische Rundfunk geschrieben. Darf ich dir das vorlesen? Ja. So, in Italien ist eine Feuerbestattung eher selten. Deshalb waren die italienischen Bestatter überfordert, als im Zuge der Corona-Pandemie der Staat die Feuerbestattung anordnete, analysierte Michal. Dafür waren die Bestatter nicht vorbereitet. Es fehlten Krematorien und die komplette Infrastruktur. Deshalb musste das Militär helfen. So lassen sich die Aufnahmen aus Bergamo erklären. Die zeigen, wie Armeelaster Säge mit Corona verstromt abtransportieren halfen. In Deutschland hat die Ohrenbestattung längst Tradition. Bilder wie Australien wird es bei uns nicht geben, sagte der Fachmann. So, der Artikel ist mittlerweile verschwunden. Das heißt, ich habe danach die zwei Jahre Pandemie, habe ich immer wieder gesehen, dass immer wieder auch... Genau, es war irgendwie... Hat sogar Schrappe geschrieben, so von wegen, ja, die AfD hat irgendwie gesagt, das und das, hat ein paar Argumente angeführt und alle haben gesagt, nee, wir wollen ja keine Bilder wie in Bergamo haben. Wir wollen ja nicht hier irgendwelche Armeelaster haben. Das heißt, man hat halt immer, man hat halt immer niemals mit Zahlen, Daten, Fakten argumentiert, wie du das machst, sondern mit Emotionen, mit Fake-Bildern, mit Propaganda-Bildern. Ja, aber okay. Also, das interessiert jetzt vielleicht irgendwelche Leute, die darauf ansprechen. was auf mich interessant war damals war, aber nochmal, 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 Nembro angeschaut oder so eine Stadt wie Nembro angeschaut. Ich habe gewusst, in den Vorjahren war die mittlere Anzahl an Toten irgendwie zwölf und in dem Jahr war es irgendwas Riesiges, ich weiß nicht genau, sage ich 150 oder so, in einem Monat. Also, ich war dann einfach so sicher... Kannst du auch andere Gründe haben? Was? Kannst du auch andere Gründe haben, dass in Bergamo so viele Leute gekommen sind? Zu so einem Ausmaß? Ja. Eine Alien-Invasion, die... Cthulhu kommt zurück aus der verschollenen Stadt und seine Kultisten opfern der Bevölkerung. Ich sehe auch ein paar... Ich könnte auch ein paar andere Erklärungsmuster nennen, aber aus Zeitkönnen will ich nicht darauf eingehen, aber nochmal, Aber die ehrliche Antwort darauf ist, die ehrliche Antwort auf deine Frage ist, das ist eine große Welt. Es kann immer irgendwelche andere Gründe für irgendetwas geben, aber in dem Fall machst du einfach die Inferenz zur wahrscheinlichsten Erklärung. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, wenn auf einmal in einem Jahr extrem viele Leute umkippen, viel, viel mehr als sonst und du die Vergleichszahlen aus den letzten Jahren kennst und du weißt gleichzeitig, dass ein Virus umgeht, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung das Virus. Nö. Ja, doch. So, natürlich. Und da ist natürlich... Aber erstmal, okay, natürlich, klar, die wahrscheinlichste Erklärung, aber ich bin einer, wo ich sage, ich schaue mir auch immer andere Erklärungsmuster an und da gibt es andere Erklärungsmuster, die für mich mehr Sinn machen, aber da wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Wenn der Journalismus in Deutschland funktionieren würde, in Deutschland waren überall diese Bilder zu sehen, überall hieß es Bilder aus Bergamo, wir wollen noch keine Bilder aus Bergamo, warum hat da keiner aufgeklärt, was da tatsächlich in Bergamo passiert ist, dass diese Bilder aus dem Kontext gerissen worden sind, dass das Propaganda-Bilder waren. Ich habe die Bilder in Bergamo nicht perfekt nachverfolgt. Bei dem Bericht, den du vorgelesen hast, ich vermute, dass der Hauptgrund, warum irgendwelche Leute etwas gemacht haben, was sie sonst nicht gemacht haben, war einfach, dass es viel mehr Tote gab als sonst. Das ist der leichteste Erklärungsansatz. Und deswegen auch unerfahrene Leute irgendwo etwas herumtransportiert haben. Und der Umstand, dass es so viele Tote gab, das weiß ich einfach, weil ich damals die Übersterblichkeit stelle, also die Sterblichkeit stelle. Wir drehen uns im Kreis. Du bringst aber den gleichen Argumenten. Also nicht im Kreis, das war ein neues Argument. Aber wo ich sage, Militärtransporte und diese Bilder von den Leichen, also von den Särgen da in der Halle, die waren alle aus dem Zusammenhang gerissen. Oder auch so von wegen mit Heart Island, diese Bilder aus Heart Island. Ja, man hat halt immer gesehen, dass es da so viele Propaganda-Bilder gab. Und ja. Also, oder ich würde sagen, medial wirksame Bilder. In dem Sinn, dass es manche Dinge gibt. Das gibt es ja in fast allen Situationen. Das ist ein Bild nicht exakt den absoluten Kontext widerspiegelt und trotzdem dann einen emotionalen Impact hat. Aber schau, ich glaube, du redest gerne mit, also du redest hier vielleicht mit irgendjemand anderen als mit mir. Wenn du mit mir redest, ich habe die Bilder nicht einmal gesehen. Das ist meine ehrliche Antwort dazu. Ich habe sie nicht gesehen. Ich war sehr interessiert an der Situation von Corona, an der Lage, in der wir uns befinden. Ich schaue keine normalen Medien. Ich schaue nicht die Tagesschau. Ich lese die Zeitungen nur selten. Und ich informiere mich über so etwas wie Corona, einfach wirklich überwiegend über Primärliteratur, andere Quellen, irgendwelche Sachen, die ich mir überlege, wie sie funktionieren. Wie zum Beispiel das mit den Sterblichkeitsstatistiken. Und das war auch etwas, da ist nicht jemand anderer hergegangen und hat mir gesagt, ja, Wasserstein, mach das jetzt so oder so und dann wirst du sehen. Sondern ich habe mir überlegt, kann ich das irgendwie separat überprüfen? Und dann habe ich mich reingegraben in Norditalien. Ich habe mich wirklich reingegraben in die Webseiten, in die Staatswebseiten, die es dort gibt. War unglaublich mühsam, weil es auf Italienisch war alles. und habe Google Translator so lange, wie es braucht, bis ich wusste, ah, hier sind die Sterblichkeitsstatistiken von Italien aus diesen Monaten. Und das habe ich gemacht. Hast du auch geschaut, was die alternativen Medien für Erklärungsmuster für Italien haben? Ja, ich habe mit Leuten aus alternativen Medien damals sehr viel diskutiert über das Ganze. Du meinst mit Leuten, die alternative Medien verfolgen? Ja, ja, genau, genau, genau. Also, das ist auch eine Sache, die ich gerne mache. Ich diskutiere über die Welt mit Leuten. Ich denke, Diskussion ist eine der, also, wir haben ja vorher geredet, was kann Diskussion bringen? Und eines der wichtigsten Dinge, die Diskussion bringt, ist, andere testen deine Argumente. Weil ich habe jetzt vielleicht keinen Anreiz darin, zu überprüfen, ob ich tatsächlich recht habe. Aber du, aber du magst ja nicht, dass ich recht habe, denkt wie, weil es gibt diesen Antagonismus zwischen Leuten, automatisch, wenn sie miteinander reden und einer anderen Meinung sind. Und deswegen hast du einen Anreiz zu prüfen, ob das, was ich sage, stimmt. Das heißt, die Wissenschaftler haben das ein bisschen formalisiert mit dem Peer-Review, aber es ist nicht die reinste Form des Ganzen. Das Streitgespräch ist die reinste Form des. Schauen wir mal, was wirklich stimmt. Genau. So, und dieses Streitgespräch sehe ich nicht bei Wissenschaftlern. Wie gesagt, da ist Marcel Tanner, schicke ich dir auch mal gerne zu, Lanka und Tanner. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Jetzt nochmal zum Abschluss. Wir sind bei Ihnen. Schick den Lanka mal zu mir. Da gibt es ein Streitgespräch. Keine Sorge. Wir, so, nochmal zuletzt zum Abschluss. Jetzt haben wir über alles andere gesprochen. Was ist, würdest du alle zwei Monate dich boostern lassen? Würdest du alle zwei Monate eine experimentelle genbasierte Impfung nehmen? Okay. Wir haben noch gar nicht über Impfungen geredet. Das fällt mir, also nicht allerhöchstens am Rand. Würde ich mich alle zwei Monate boostern lassen, das kommt, hängt wirklich sehr stark davon ab, in welcher Lage ich mich gerade befinde. In der Lage, in der wir uns jetzt gerade befinden. Du bist geboostert also, ne? Entschuldigung. Ja, ich bin, wie sagt man so schön, giga-wächst. Ich habe AstraZeneca, ich habe BioNTech und ich habe Moderna. Mit der Überlegung, also ich hoffe, das kommt ganz nach vorne, mit der Überlegung, dass der Heterologe-Impfschutz zwischen AstraZeneca und BioNTech in mehreren Studien der stärkste war und sagt, ja, wir haben zwar keine Daten, was passiert, wenn wir jetzt noch eine in den Mix nehmen, aber ich vermute, die Proteine, die produziert werden, sind immer leicht anders und die Immunreaktion leicht anders und du kriegst einen stärkeren Impfschutz zusammen, wenn du auch Moderna nimmst. Und ich bin geboostert und ob ich mich jetzt weiter boostern lasse alle zwei Monate, das schaut für mich etwas exzessiv aus, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das notwendig sein wird. Wenn ich starke Evidenz sehe, dass alle zwei Monate boostern in einer Kosten-Nutzen-Rechnung, die ich für mich selber mache, einen Vorteil bringt, dann werde ich es machen. Zurzeit sehe ich jetzt nicht den Anlass. Hast du die BioNTech-Studie gelesen? Welche? Die Safety and Efficiency. Ja, ja, klar. Hältst du nach der Studie die Impfung für sinnvoll? Offenbar schon. Ja, also die Vaccine-Effektivness ist natürlich bewiesen dadurch. Die anderen Sachen ist, Ja, ist sie das? Ist sie das? Oh, ja, sicher. Du schaust dir die Konfedenzintervalle an. Also das ist, was damit bewiesen ist, ist halt zumindest, wenn die Krankheit das epidemiologische Profil hat, wie sie es damals hatte, dann ist die Impfung effektiv. Was sie halt nicht beweist, ist, dass die Krankheit sich nicht verändern kann. Das hat sie auch getan. Zuerst mal, die BioNTech-Studie, die läuft noch bis Mai 2023. Und die Sache ist ja, man sagt ja immer eine 95-prozentige Wirksamkeit. Letztendlich ist es aber nur eine absolute Risikominimierung. Du weißt ja, du als Zahlenexperte, du kennst ja den Unterschied zwischen der relativen und absoluten Risikominimierung, also das ARR, für einen schweren Corona-Verlauf, also das heißt, mit der Experiment-Gentherapie habe ich immer geschrieben, minimiert sich das absolute Risiko, einen schweren Corona-Verlauf zu erleiden um knapp 0,1 Prozent. So, und wenn man sich das anschaut, die erste, man hat ja nach drei Monaten oder so, hat man da den ersten Bericht rausgegeben zu Safety and Efficiency, wo man auch damit die Zulassung bekommen hat, da hat es, wenn man den Anhang liest, dann hat es in beiden Gruppen, in der Gruppe mit dem Impfstoff, hat es, mit dem Impfstoff hat es, oder beziehungsweise ohne Impfstoff, hat es vier mit schweren Corona-Verlauf gegeben und der, in der Gruppe mit Impfstoff hat es mit, hat es, hat es vier mit schweren Impfstoff bezogenen Nebenwirkungen gegeben. Das heißt, laut der Zulassungsstudie spielt es keine Rolle, ob du dich impfen lässt oder nicht, ist es, bei dem einen hast du einen schweren Verlauf, der vielleicht, wo du, wo du eine hohe Überlebungschance hast, je nachdem, wie alt du bist, und bei dem anderen hast du auf jeden Fall schwere impfstoffbezogene Nebenwirkungen, die ein Leben lang sein können. Ja, also jetzt einmal über die impfstoffbezogenen Nebenwirkungen, da gibt es ja viel größere Follow-up-Studien, die dir ungefähr abschätzen, wie hoch die sind, Das ist ein wichtiger Punkt, das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Du kannst jetzt mit dem Studiendesign, das sie hatten, mit den 40.000 oder was auch immer, die sie geimpft haben, und wenn du in die Supplemente reinschaust, du findest zum Beispiel die Anzahl an Toten oder so etwas zwischen den beiden Studienarmen. Die kannst du betrachten. Oder? Hast du es gerade vor dir offen? Kannst du die vorlesen? Ich habe hier meine Notizen rausgeschrieben, ja. Ach so, okay. Aber die Anzahl an Toten sind fast gleich. Ich glaube, es ist 21, 19 oder so? Nein, 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 nein. Das ist ja auch gerade das Spannende. Nach sechs Monaten sind in der Gruppe der Geimpften sind 20 gestorben und in der Gruppe mit Placebo 14. 20 und 14. Ja, genau. Auf jeden Fall diese Größenordnung. Wo ist da die tödliche Krankheit? Wenn in der Placebo-Gruppe nur 14 Leute sterben. Ja, ja, ja. Okay. Also, was das ist, sind halt irgendwelche Todesraten, die jetzt statistisch schwer noch auseinanderzusetzen sind. Ich glaube, du hast irgendwie einen leicht statistischen Effekt gehabt oder sowas. Aber auf jeden Fall, du hast diese Größenordnungen, ja, da ändert sich nicht so viel. Und wie gefährlich jetzt die Impfwirkungen tatsächlich sind, das konnte man in späteren Follow-up-Studien betrachten. So, die Impfeffektivität gibt dir, wie du richtig gesagt hast, das relative Risiko, an Corona zu erkranken und in Folge natürlich dann vielleicht an Corona zu sterben oder nicht zu sterben, je nachdem. Okay? So, und es haben sich in den beiden Studienarmen nur sehr wenige Leute an Corona angesteckt. Oder? Ja. So, und der Umstand, dass sich nur sehr wenige Leute an Corona angesteckt haben in den beiden Studienarmen, bedeutet ja nicht, dass wenn du einen längeren Zeitraum betrachten würdest, sich auch so wenige Leute an Corona anstecken würden. Wie hat man das denn? Weißt du, was mit der Placebo-Gruppe ist? Kannst du antworten auf die Frage? Weißt du, was mit der Placebo-Gruppe ist? Diese Studie hat man zerschossen. Man hat allen Leuten, die in der Placebo-Gruppe waren, hat man nach sechs Monaten oder so, hat man die Impfung angeboten. Das heißt, man hat gar keine Placebo-Gruppe mehr. Ja, ja, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist. Doch, das ist doch der Punkt. Nein, nein, Man kann doch gar nicht kontrollieren, ob man weiter einen schweren Corona-Verlauf bekommt, wenn man nicht geimpft ist. Man kann doch gar nicht sehen, wie sich das entwickelt. Ja, du kannst es halt für die sechs Monate dann sehen. Du kannst es halt nicht länger als die sechs Monate sehen. Ich kann es für die sechs Monate sehen und sehe halt einfach, dass nach sechs Monaten in der Placebo-Gruppe nur 14 Leute sterben und in der Gruppe der Geimpften 20, wo ich sage, wo ist denn da die tödliche Krankheit, wenn da nicht mehr sterben als in der geimpften Gruppe? Ja, Punkt. Die Antwort ist einfach, die Frage, wie viele Leute sterben, hängt davon ab, wie viele Leute sich infizieren und in dem Studienzeitraum den wir betrachtet haben, waren die meisten Staaten in Europa in der Lage und die Studie ist überwiegend in Europa bis auf ein paar Stellen in Brasilien, waren die meisten Leute in der Lage, sicherzustellen, dass die Gesamtzahl der Infizierten in der Bevölkerung niedrig ist. Entsprechend ist es nicht zu erwarten, dass jetzt viele Leute da an Corona sterben. Deswegen können wir, deswegen ist das relative Risiko, das in der Studie bewiesen wurde, die Reduktion darin, ein wichtiger Indikator und es sagt uns halt das absolute Risiko nicht so viel aus, weil wir in einem Hintergrund waren, wo das absolute Risiko an Corona zu erkranken sowieso sehr niedrig ist, weil wir sehr viele andere staatliche Maßnahmen gemacht haben, um Corona niedrig zu halten und nicht nur staatliche, sondern auch private und auch die Leute einfach den Selbstschutz gepflegt haben und Angst hatten vor Corona. So kann man es natürlich argumentieren, wenn man sagt, der Lockdown bringt was. Ja. Findest du, man sagt ja immer, die Impfung ist sicher und das ist alles kein Problem. Dabei hat BioNTech selbst gesagt, dass es keine Genotoxizitäts- und Karziononizätsstudien gibt. Was sagst du dazu, dass man überhaupt nicht weiß, ob das überhaupt genverändernd ist oder ob es da irgendwie krebserregende Stoffe gibt? Also genverändernd. Also genverändernd zu sein ist ziemlich schwierig. Normalerweise... Da hätte man doch zumindest, okay, genverändernd lassen wir nicht übersprechen, aber was krebserregend ist. Also weißt du, wie es funktioniert? Ich moderiere, ich moderiere. Genverändernd müssen wir nicht drüber sprechen, aber krebserregend. So, man kann ja sagen, wenn man da irgendwie MNA neue Technologie reingeballert bekommt, dann kann man, soll man vielleicht mal schauen, ob das irgendwie krebserregend ist. Warum hat man das nicht gemacht? Also, es gab Follow-up-Studien in vielen Ländern, die auf unterschiedliche Weise geschaut haben. Wenn es krebserregend wäre, wüssten wir es mittlerweile. Also zum hohen Gas. Okay. Also, es ist einfach... Da können wir natürlich nochmal weiter drauf eingehen. Aber als aller, allerletzten Punkt, dann sind wir jetzt auch durch. Warum sind die Verträge nicht öffentlich? Warum sind die Verträge geheim gehalten und werden nur geschwärts veröffentlicht mit BioNTech? Ja, ganz einfach. BioNTech, wie die meisten großen Konzerne, haben überhaupt keine Lust darin, dass andere Leute in ihre Sachen hineinschauen dürfen. Ich arbeite selbst für ein Unternehmen, die werden mir nicht alles sagen, was sie machen. In jeder Hinsicht ist es normal für Unternehmen zu versuchen, all ihre Info meistens für sich zu behalten. Du weißt nicht, was in Microsoft gemacht wird, du weißt nicht, was sonst so gemacht wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie aus allen möglichen legalen Gründen Angst haben vor Dingen. Sie haben einfach Angst vor Risiken, sich vor Risiken einzusetzen, vor Betriebsspionase und so weiter. Also so eine Firma, also Leute geben nicht gerne ihre Daten aus. Selbst öffentliche Wissenschaftler geben nicht ihre Daten gerne her. Weißt du, warum das? Die öffentlichen Wissenschaftler geben ihre Daten deswegen nicht, weil sie publizieren über diese Daten und wenn sie die Daten rausgeben, könnte ja jemand anderen ihren coolen Datensatz nehmen und publizieren und ihnen den Ruhm wegnehmen. Also Leute, also Data Hogging, wie es so schön heißt, ist der natürliche Zustand des Menschen und es gibt da natürlich eine Bewegung dagegen, die Open Data Bewegung und da bin ich stolzer Verfechter, dass wir da rechtliche Maßnahmen treffen, dass das gemacht wird, aber zur Zeit ist das einfach gang und gäbe. Okay. Ja, ich würde sagen, das war es dann mit uns. Wir sind, oder hast du noch irgendeine Frage an mich so zum Schluss? Also hältst du mich, wie siehst du mich, würdest du sagen, hey, ich bin der verdrückte Querdenker, der keine Argumente hat, der Attila Hildmann schaut und sagt, die, keine Ahnung, die Knollen sind an allem verantwortlich oder so? Ja, wie sehe ich dich? Also jetzt nach dem Gespräch, okay? Ich gebe dir jetzt ein längeres, ein bisschen längeres Feedback, vielleicht eine Minute kannst du sagen, was du willst. Keiner sieht dich, keiner kann dir keine Schlägertrupps vorbeischicken. Ja, 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 also wie sehe ich dich? Also ich denke halt, du bist offensichtlich ein intelligenter Typ, du bist meiner Meinung nach ein bisschen motiviert, eine Sache zu glauben, das sind wir alle, aber bei dir, ich spüre es ein bisschen stärker in manchen als in anderen. Du hast dich in sehr viele Dinge reingelesen, also ich war einfach richtig überrascht, mit was für Leuten du kommst, mit Lanka und was weiß ich, was alle, die ich eigentlich so aus den Tiefen des Internets irgendwo kenne, wo ich schon meine Meinungsverschiedenheiten mit verschiedenen anderen Leuten ausgetauscht habe darüber. Also das war für mich schon ein bisschen überraschend. Ich glaube, du hast einen fundamentalen anderen Zugang zu vielen von diesen Dingen. Also es gibt ja diese Theorie von zwei verschiedenen Arten, die Welt zu erklären, die Inside und die Outside Explanation. Glaubst du, was sagst du zum Beispiel zu World Trade Center? Glaubst du, die offizielle Version? Ja, ich bin ein Schlafschaf, was das betrifft. Ich glaube, die offizielle Version und ich habe auch Gründe dafür. Allerdings würde das jetzt wirklich jeden Rahmen sprengen und ich bin nicht so bewandert in der Diskussion. für mich ist es halt einfach, ich weiß nicht, wie weit du dich sonst so mit so, ich sage mal, Verschwörungstheorien in Anführungszeichen beschäftigst, wie du dich zum Beispiel mit Kriegsgründen beschäftigst, wie du dich mit BTSD7 beschäftigst, wie du dich mit Klimawandel oder solchen Themen oder mit Genderismus und so weiter beschäftigst. Für mich ist es halt einfach, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ob du, du kennst ja wahrscheinlich nicht so viele meiner Videos, also bei mir ist es halt, ich bin, das sage ich ja auch in anderen Videos, mir geht es halt, ich habe, ich bin halt finanziell unabhängig durch Immobilien und Kryptowährungen, weil ich mich da auch sehr viel informiert habe, da bin ich, geht es mir finanziell sehr gut, dass ich eigentlich sozusagen seit, ja auch mehr als fünf Jahren eigentlich immer das machen kann, was ich möchte und lese sehr, sehr viel, beschäftige mich mit sehr vielen Sachen und natürlich, wenn man da recherchiert und gräbt, kommt man natürlich zu vielen anderen Sichtweisen und diese Sichtweisen, weil ich halt einfach so privilegiert bin, dass ich halt sehr viel Zeit habe, verbreite ich auf meinem Kanal und versuche halt einfach auch, wenn ich halt sehe, dass zum Beispiel, wie gesagt, schau dir gerne mal die Videos von mir im Rathaus an, bei Herrn Tschentscher, bin ich gespannt, was du dann dazu sagst, wenn ich da zum Beispiel sehe, dass im Hamburger Rathaus die Medienvertreter nur Hofberichterstatter sind, dass die keine richtigen Fragen stellen, dass wir Herrn Tschentscher nur fragen, sondern Motto, Herr Tschentscher, wie viele Regelverstöße gab es und machen wir die Regeln vielleicht noch ein bisschen strenger und wie sind die Regeln jetzt genau auszulegen, anstatt zu fragen, Herr Tschentscher, auf welche Evidenz berufen Sie sich? Herr Tschentscher, das und das ist doch widersprüchlich, so insofern versuche ich halt einfach, ja, ich versuche halt einfach für die Wahrheit einzustehen, für das, was ich für richtig halte und versuche das halt auch, ja, wie ich jetzt auch mit dir rede, würde ich mit jedem halt einfach offen reden, respektvoll, so wie es sein sollte und ja, und natürlich, wie du auch gesagt hast, also ich halte dich auch, muss ich sagen, für, ich hatte jetzt, dein Kumpel hatte, geschrieben hier, ich bin 25 und so, du bist ja jetzt Mitte 30 und ich halte dich für intelligent und für jemand, der genau hinterfragt, da reinschaut, aber natürlich, dein Weltbild ist meiner Meinung nach eher, dass du, ähm, dich weniger so mit, mit, äh, dass du weniger die Politik und die Wissenschaft allgemein auf der Meta-Ebene hinterfragst, sondern halt einfach so die, 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 also, dass du an die Integrität der Wissenschaft glaubst, und das ist halt für mich, das wäre ich nicht so, das würde ich nicht so, oder das tut das mal halt einfach, also, nein, also da muss ich ja wirklich ein bisschen zu, äh, kontrageben, weil, also, ich, äh, äh, ich, ich bin bei vielen wissenschaftlichen Themen, äh, äh, stark am Zweifeln, an der Wissenschaft als solches, es gibt da auch Gründe, warum ich das bin, die sogenannte Replikationskrise, zum Beispiel in der Sozialpsychologie, äh, äh, wo man versucht hat, ja, wenn man die Studien in der Sozialpsychologie, die man da gemacht hat, nochmal versucht zu wiederholen, kommt da das Gleiche raus, äh, und die Antwort war nüchternd, äh, äh, sehr oft nicht, war die Antwort, und das Gleiche war auch in der Medizin, hast du auch Replikationskrise und so weiter, äh, und ich weiß halt über diese Studien von Individualkompetenz von Wissenschaftlern, zum Beispiel statistische Themer zu erklären oder so etwas, sind sie oft nicht gut, selbst Wissenschaftler in Fächern, wo man erwarten würde, dass sie gut sein sollen, äh, und das führt bei mir aber nicht dazu, dass ich so sage, die Wissenschaft, alles ist schlecht, sondern es führt dazu, äh, bei mir dazu, dass wenn es ein, wie ein Thema gibt in der Wissenschaft, das mir wichtig ist, ähm, dass ich nicht versuche hinzugehen und zu sagen, ja, ein wichtiger Wissenschaftler hat es gesagt oder so etwas, oder viele Wissenschaftler sagen das, weil ich weiß, wie oft Wissenschaftler oder die Wissenschaft als Gesamtinstitution Blödsinn produziert, äh, es führt halt dazu, dass ich mich dann richtig reingrabe in die Sachen, ich mir, äh, versuche separate, äh, Tests zu überlegen, wie ich rausfinden kann, ob das wirklich stimmt, was die alle sagen oder nicht, äh, genau das, was wir mit Norditalien gesagt haben, zum Beispiel, das ist einfach, ja, hat jetzt der Streeck recht, hat jetzt, äh, der Bagti recht, wer hat von den beiden recht, wie kann ich das rausfinden, na, in Norditalien, da sollen ja so viele Leute gestorben sein, vielleicht sind da in manchen Städten so viele gestorben, dass ich, dass ich eine Abschätzung machen kann, und solche Sachen. Und so ist es, so ist es für mich halt auch, dass ich zum Beispiel jetzt beim Fall Bergermode, habe ich mir dann auch genau angeschaut, was gab es da für Gründe, wie stellen die Medien das dar, also ich bin halt eher dann so jemand, der sich anschaut, wie wird es in den Medien dargestellt, wie ist so der öffentliche Diskurs, dann schaue ich mir, äh, die Fakten genau an, und wenn ich dann sehe, hey, das passt alles nicht, und wenn ich dann überall so viele Widersprüche sehe, dann gehe ich halt auch noch weiter rein, und sage, schau mir an, gibt es Ansteckungen, wie sieht es mit den wissenschaftlichen Argumenten dahinter aus, wie wurde der PCR-Test entwickelt, wie ist das mit dem CT-Wert und so weiter, also ich gehe halt auch, natürlich habe ich jetzt auch in unserem Gespräch viel so mit Autoritätsargumenten, habe gesagt, der hat ja das und das gesagt, aber ich glaube, bei mir ist es halt nicht nur Autoritätsargumente, ich versuche halt einfach so, ähm, ja, den Kontext zu sehen, und ich glaube halt da, ja, letztendlich, äh, und da ist halt einfach, es ist halt ein externes Argument, oder? Bitte? Also es ist ein, was ich vorher sagen wollte, es ist so ein externes Argument, also eine, äh, eine Außenerklärung, also du schaust nicht, ähm, den Inhalt per se an, sondern du betrachtest den Kontext des Inhalts und versuchst aufgrund des Kontexts, äh, eine Inferenz zu treffen, eine sogenannte Outside-Experience. nicht nur, nicht nur, ich versuche, natürlich habe ich, ich bin natürlich von vornherein bei ganzem, ganzen Corona-Thema, natürlich von Anfang an bin ich da so rangegangen, habe gesagt, hey, keine Ahnung, was da abgeht, ich war ja auch gerade in, ich war da gerade in Afrika, habe den Lockdown in Uganda verbracht und hatte, hatte keine Angst oder irgendwas, aber hatte dann viel Zeit da zu recherchieren und bin einfach rangegangen, habe geschaut, was ist das einfach, bin damit, habe mir dann halt das angeschaut, habe mir die verschiedenen Positionen angeschaut, habe mir dann angeschaut, was das, PCR-Test, habe mich mit Carrie Mullis beschäftigt, habe, äh, habe, habe das einfach versucht zu verstehen, also ich schaue da nicht nur, ich schaue mir außen die Diskussion an, aber schaue mir auch von innen an, so von wegen, worüber reden die, was sagen die, hat das alles Hand und Fuß und so weiter, also ich glaube, ich versuche das von verschiedenen Seiten zu betrachten und da ist aber natürlich halt, glaube, ja und da ist halt einfach, wir, wie gesagt, meine Position, oder deine Position ist legitim, jeder, das, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe, jeder, jeder, du bist halt einfach ein Mensch mit deinen Erfahrungen, mit deinen, mit deinem Weltbild und ich bin ein Mensch mit meinen Erfahrungen, mit meinem Weltbild und jeder schaut da halt einfach mit anderen Augen drauf und da ist halt einfach, ja, so wie wir, dass man sich unterhält, dass man einfach sagt, hey, äh, ja, andere Positionen sind auch legitim und da ist halt, wie gesagt, ich möchte halt einfach nur, meinen Kanal mache ich einfach nur, ich versuche das auch möglichst seriös zu machen und möglichst, ohne dass ich irgendwie laut bin, ohne dass ich halt irgendwie, ähm, polemisch bin und okay, natürlich, Polemik lässt sich ab und zu mal nicht vermeiden, aber ich versuche halt einfach möglichst sachlich und möglichst, ähm, mit seriösen Quellen meine Argumente herzuleiten, wenn du dir mal mehr von meinen Videos anschaust, dann wirst du das hoffentlich auch bestätigen können und, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich versuche halt einfach nur, mir ist es halt einfach wichtig, das Overton-Fenster halt möglichst offen zu halten sozusagen, dass halt auch Außenseiter-Situation, äh, Außenseiter-Argumente möglichst mit, äh, mit bedacht werden sozusagen. okay, dann großartig, dann überlege ich mir das mit den 1,5 Millionen, ich weiß es nicht mehr. Genau, ja, und da ist halt, ob du, ob du sie mir jetzt schon überweisen willst oder wir ein bisschen warten. Sofort, sofort. Ähm, ich, wobei, das ist schon ein interessantes Gespräch für sich, also mit den, ähm, äh, das, äh, ich meine, das wollte ich noch ansprechen, da gab es ja diesen Gerichtsprozess mit dem Lanker auch, mit dem, 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 ich habe, ich habe, ich habe mir Wikipedia durchgelesen dazu, also ich will, also da will ich jetzt nicht ins Detail reinspringen, was da alles drinnen war, ich weiß halt, was ich weiß, ich habe, ähm, wie heißt der Typ, der, oder so, äh, der, der junge Medizinstudent, ja, ja, mittlerweile Arzt, ähm, also, äh, was ich das Gefühl hatte, ist, ähm, äh, die Studien, die er zitiert hat, also das erste vom Enders, ähm, also da gab es ja dann, also ich habe mir das damals dann angeschaut, habe auf das erste Paper vom Enders geklickt, und mit Google Scholar kann man ja sich die Papers anschauen, die dieses Paper zitieren, und da waren einige andere Isolationsversuche, die meiner Meinung nach ein bisschen eindeutiger waren, als das vom Enders, also ich glaube, da hätte er ein bisschen sauberer arbeiten können, aber, äh, es ist jetzt auch ein bisschen aus dem Gedächtnis, ähm, und dann in den 70er Jahren gibt es so Purifikationsexperimente, die er gar nicht selber, äh, zitiert, die, die sind alle ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, genauer, ich meine, es, es gab ja dann irgendwie so ein Urteil, äh, von den, äh, von den Expertengutachtern, und, äh, das Fazit war halt, dass, äh, zumindest keines von den Papers es individuell bewahrte, was die, was die, was der Lanker gefordert hat, ähm, und das ist halt auch ein bisschen ein Problem mit der Challenge, oder, weil, äh, Lanker will ein, einen einzigen Beweis, aber was ist, wenn der Beweis halt in Stücken erbracht wird? Das ist, das ist, da war natürlich damals, das ging natürlich juristisch, um halt so von wegen, ähm, ja, da ging es halt einfach um, er hat halt gesagt, ein Paper, das das nachweist, und dann wurden nachher mehrere Nachweise geliefert, aber da kann man ja halt, äh, wenn du das mit dem, mit den 1,5 Millionen anschaust, da kann man ja auch, wenn sich jemand findet, der bereit ist, da Nachweise zu erbringen, dann kann man da ja auch notariell irgendwie, die, die Rahmenbedingungen ab, abklären, ne, so. Ja, also ich, für mich persönlich, ich betrachte das eigentlich als recht bewiesen, mit so Sachen wie dem, wie, wie, wie einem Plug-Essay, oder, oder Fokus-Forming-Essay, oder sowas, dass halt zumindest die, die, die Kritik von, 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 von Lanker, äh, wegen der mangelnden Kontrollen, die ist für mich nicht so, äh, treffsicher. Ähm, du kannst natürlich sagen, ja, du willst jetzt noch viel mehr, äh, Sachen gleichzeitig nachweisen, aber dann ist es meistens so, ja, jede Studie ist halt irgendwie limitiert, niemand, äh, macht 300 Experimente auf einmal, und das, das ist halt immer, so, der limitierende Faktor, aber, ja, also, ich, ich würde dir aber ernsthaft raten, lies dich einfach ein bisschen rein, äh, in Bücher von Mainstream-Virologen, dann lernst du halt einfach, wie die über die Sachen nachdenken, und die haben halt oft schon, viele Experimentalaufbauten, die du jetzt so spontan nicht kennst, äh, die, äh, die nicht so dumm sind. Ja, schick mal, schick mal gerne was durch, ich lese mir alles durch. also, äh, oder, äh, äh, was ich richtig gut fand, war die Virologie, äh, Lecture Series, äh, von dem Typen, wie heißt der, Vincent Raff. Schick, ich schmink's, ich mach sowieso, ich hab mir ein paar Notizen gemacht, was ich dir alles zuschicken kann, ähm, und, und schick dir gerne nochmal, ich schick dir gerne nochmal ein paar, paar Sachen per E-Mail. So, ich würde sagen, wir beenden das Gespräch erstmal. Ja. Also, an die Zuschauer, ich hoffe, ihr habt jetzt hier die fast viereinhalb Stunden durchgehalten, also, Herr, äh, Herr Wasserstein, vielen Dank für das interessante Gespräch, we agree to disagree, und, liebe Zuschauer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. ball, conversation David Displaying. ... Bis zum nächsten Mal.